Hey! Schönen guten Abend bei den Damen und Herren zur 55. Ausgabe vom Plankenschlag. Heute wieder mit Spoiler-Alert. Ist so ungewohnt. Eigentlich ist es die Kamera, aber eigentlich ist es auch wieder die. Wir haben irgendwie alle 10, weil wir die nicht benutzen können. Das ist Mist. Aber wir sind heute wieder in folgender Besetzung da. Und zwar haben wir ja wieder den guten Slath dabei. Denn der ist ja sozusagen für die Spiele zuständig und der kennt ja alles. Die wurde schon wieder hiesig geschossen heute. Wir sollen doch bitte Zelda spielen, weil das ist das einzig wahre Open World-Spiel. Das war so gut. Einen wunderbaren guten Abend dann alle da draußen. Seid gegrüßt. Hallo. Hallo. Gehen wir gleich rein mit, wie waren die letzten zwei Wochen? Was ist los? Was ist los? Spiele gespielt, wie immer halt, was man so halt tut. Und erfolgreich auch ein paar beendet. Obwohl, eigentlich wäre es ja, wie war die letzte Woche? Ja. Weil wir waren ja letzte Woche Sonntag da. Also, wie war die letzte Woche? Und wie war dein letzter Monat? Ja, wollte ich gerade sagen. Du bist ja schon... Soll ich erstmal anfangen? Ich wünsche erstmal nochmal einen fröhlichen ersten Advent an alle, die da draußen sind. Ich hoffe, ihr habt schon das erste Kerzchen irgendwie angemacht. Ja, bei mir gab es halt Spiele. Ich habe Alex mal zu Ende gespielt. Hat irgendwie ein bisschen über 60 Stunden gedauert. Cooles Spiel. Kann man natürlich drüber streiten, ob es für jeden ein cooles Spiel war. Ich hatte damit 60 Stunden halt Spaß. Würde ich halt nochmal spielen. Oder einen zweiten Teil, wenn er irgendwann rauskommt. Evil Within 2 habe ich fertig gespielt. Fand ich deutlich stärker als den ersten Teil. Ging so ein bisschen mehr in Resident Evil 7 Richtung. Hat mir halt sehr gut gefallen. Also von daher auch Props, dass sie halt das Ding verbessert haben. Jetzt bin ich dran in Assassin's Creed Ägypten. Mach da so ein paar Meuchelaktionen. Das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da irgendwann durchkommen. Und ja, da jetzt ein bisschen Platz ist. Ab nächste Woche werde ich mal einen Blick in Xenoblade Chronicles 2 reinwerfen. Was ja eventuell so der JRPG Heilige Graal sein soll. Aber da werden wir gleich nochmal drüber reden. Weil das ist ja auch gerade just noch am Anfang bzw. Ende letzten Monats rausgekommen. Da können wir ja auch nochmal ein bisschen drüber sprechen. Ja, das war so die Gaming-Woche bei mir. Das heißt, in meinen super Slow Runs komme ich halt... Ach doch, ich habe noch ein Spiel gespielt, weil ich gar nicht spielen wollte. Und da bin ich froh, dass ich es gespielt habe. Uncharted, The Lost Legacy oder Legacy oder wie immer es heißt, habe ich gespielt. Ich wollte es erst nicht spielen. Ich bin nicht so der DLC-Fan. Kostet auch, glaube ich, weil es ein Standalone ist, knapp 40 Euro, wenn es nicht im Sale ist. Also doch schon eine Menge. Zu viel. Habe es dann irgendwie im Sale geschossen bei den Cyber-Monday-Kram für roundabout 25 Euro. Habe es dann jetzt halt eben gespielt. Und es hat mir verdammt gut gefallen. Es hat mir sogar besser gefallen als Uncharted 4, muss ich sagen. Von daher, es ist glaube ich auch den Preis von roundabout 40 Euro wert. Ich habe mich super unterhalten gefühlt. Es hatte keine Längen. Es war unterhaltsam. Die Charaktere waren sympathisch. Empfehlung für das DLC, würde ich sagen, geht raus. Ist ja kein richtiges DLC, ne? Ja, so ein Standalone-Ding. Wir haben jetzt irgendwie knapp acht, neun Stunden dafür halt gebraucht. Wenn du 100 Prozent machen willst, das Ding hat eine Platin-Trophäe. Kannst du wahrscheinlich noch das Doppelte und Dreifache investieren. Wir haben es eben einfach einmal chillig durchgespielt. Eben ein bisschen nach den Chatsen umgeguckt. Die Nebenquests halt gemacht. Ja, aber ich hatte halt Spaß. Mir hat es besser gefallen als Uncharted 4, das Hauptspiel, muss ich sogar sagen. Weil es eben keine Längen hatte. Es war halt super komprimiert und knackig. Ja, das stimmt. Ich spiele es auch nebenher noch ein bisschen. Ich habe es noch nicht ganz durch, aber ich bin schon fast, glaube ich, durch. Und ich muss auch sagen, mir hat es auch besser gefallen als Uncharted 4. Eben, weil diese komprimierte Länge halt in dieses Spiel besser reinpasst. Es ist halt ein spielbarer Spielfilm, wenn du es so willst, Uncharted. Und wenn du es dann halt über mehrere Wochen spielst, dann verlierst du dich irgendwann in der Story so ein bisschen, wenn immer wieder die Szenerie gewechselt wird. Und mir hat Lost Legacy auch sehr gut gefallen, muss ich auch sagen. Auch das Schöne ist, wenn du dich ein bisschen anstrengst in dieser einen kurzen Open-World-Passage, die, glaube ich, den größten Teil des Spiels ausmacht, dann bekommst du ja am Ende dieses Item, mit dem du Schätze einfacher aufspüren kannst. Ja, dieses schöne Armband. Ja, genau. Und dadurch wird es halt sogar spaßig, die Schätze alles zu sammeln und zu suchen. Was, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, bei Uncharted musstest du vorher immer das Spiel einmal durchspielen und dann hast du es erst bekommen. Und jetzt kriegst du es halt schon mittendrin. Und das hat mir gut gefallen. Das fand ich aber auf jeden Fall halt nett gelöst, dass sie auch klipp und klar gesagt haben, hey, ja, das ist, glaube ich, hier optional. Das musst du nicht machen oder müssen wir nicht machen, um halt weiterzugehen. Aber na klar, wir wollen die Schätze halt gerne mitnehmen und wir haben es halt mitgemacht. War halt eben auch schön inszeniert, da mit dem Jeep halt rumzuheizen, noch mal ein bisschen die Rätsel zu rätseln, weil jeder quasi dieser Schätze, die du halt eben dafür finden musst, das hatte ja ein anderes Rätsel. Ja. War eigentlich ziemlich cool inszeniert, muss ich sagen. Das stimmt. Und die Grafik. Hast du gerade gesagt, das hat eine eigene Platin? Ja. Jetzt bin ich erst da, was? Oh! Das ist Adi triggert. Ja, es hat eine eigene Platin, klar. Ich hab das für Stefan gekauft, weil Stefan spielt das gerne. Oh, cool! Bei Uncharted 4 hast du doch gespielt, oder nicht? Ich hab keinen Uncharted-Teil gespielt. Du hast noch keinen Uncharted-Teil gespielt? Was? Nein. Warum? Warum nicht? Spiel doch mal ein gutes Adventure. Ja, aber gerade du. Da kommen die zwei da unten gleich wieder. Ja, aber mochtest du denn Tomb Raider, Sally? Nein. Achso. Ja, Tomb Raider war aber auch ein... Hab ich echt nie gemocht. Wow. Auch die neun nicht? Ich hab den ersten Teil auf Playstation 3 gespielt, und der war eigentlich gut. Hat Spaß gemacht. Hat mich aber irgendwie nicht gehalten. Ich weiß nicht warum. Stefan hat alle gespielt. Ja, aber wir meinen jetzt die neuen Tomb Raider. Hä? Ne, die hab ich noch nicht gespielt. Okay. Die haben auch Platin. Jaja. Aber... Überrascht mich. Die junge Lara hat mich jetzt noch nicht so angemacht. Aber ich mochte die. Ich hab immer was anderes, was mich mehr interessiert als die. Uncharted würde ich dir aber echt empfehlen. Zumindest den vierten und jetzt hier Lost Legacy. Ja, vielleicht zum reinkommen, wenn sie noch gar keine gespielt hat, wirklich Lost Legacy mal, um reinzukommen. Weil, wie gesagt, die Längen sind halt nicht da und ist halt eben super komprimiert, wie halt ein schöner Actionfilm. Ähm, ja, bei Uncharted 4 hatte ich eben genau das, was du sagst. Es war halt eben so in manchen Stellen in die Länge gestreckt, wo du dachtest, okay, das ist jetzt irgendwie Filler-Content, durch die Szene muss ich mich jetzt irgendwie durchquälen, damit es dann mal irgendwann weitergeht. Ja. Uff. Schon wieder schleichen. Jaja. Aber es ist ja, äh, es ist ja, du hast ja deinen hauseigenen Aim-Bot. Ja. Das stimmt. Uncharted ist ja überhaupt nicht schlimm. Das ist ja nur zick, zack, 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 zack. Und es geht sogar, ich weiß nicht, ob es das, gab es das auch schon in Uncharted 4 oder den anderen Teilen, dass du wirklich zu dem Aim-Bot noch ein Aim-Aim-Bot einschalten kannst, dass du gar nichts mehr machen musst. Ja. Okay. Weil, ich hab den nämlich erstmal angemacht und der Chat ist erstmal komplett crazy gegangen. Oh, mach das aus. Ja, ich dachte, das wäre die Zielhilfe. Nee, das war wirklich der absolute Aim-Bot. Aus? Was hast du hier für ein Chat? Ich mal. Mein Chat hat mich gefreut. Mach an den Scheiß, Junge! Endlich ziehen! Ja, aber ehrlich. Wer will denn irgendwie bei... Wer will denn Leute bei Uncharted schießen, also zielen sehen? Keine Ahnung, mein Chat anscheinend. Weil ich halt keinen Aim habe. Ich treffe halt immer mehr irgendwie Hoden und alles andere, wenn ich auf den Kopf ziehe. Ich weiß es nicht. Hast du gerade Hoden gesagt? Immerhin. Boden. Weil Hoden wäre nicht schlimm. Ja, eben. Das ist ganz gut. Ja. Ja, Slevy, was hast du denn gespielt? Ich habe eine der besten Spielereien der letzten... Ach, aller Zeiten durchgespielt, endlich. Mit einem einer der schwächsten Enden, muss ich zugeben, allerdings. Also ich habe Metal Gear Solid endlich zu Ende gebracht. Ich habe ja die letzten Wochen mit Metal Gear Solid 1 angefangen und bis Metal Gear Solid 4 gespielt. Das war ja mein Novemberplan. Das habe ich dann auch tatsächlich geschafft. Okay, gut. Ziemlich gut in der Zeit sogar. Ich konnte sogar noch Red Dead Redemption einschieben. Warum nur bis 4? Ja, weil ich mehr Zeit jetzt erstmal nicht hatte. Ich habe die ganze Zeit auf den 1. Dezember halt gewartet, auf Xenoblade. Und ich wusste vorher, wenn ich jetzt noch plane, bis wirklich Fandom Pain zu spielen, dann wird das nie was im November. Und deswegen habe ich erstmal gesagt, wir spielen die Story bis zum 4. Also ich habe sie nicht... Ich habe sie nicht chronologisch gespielt, die Story, sondern ich habe die, wie sie rausgekommen sind, die Spiele gespielt. Also 1, 2, 3 und 4. 3 war fantastisch. 3 war eine der besten Storys, die ich jemals in einem Spiel tatsächlich mitbekommen habe. Vor allem am Ende. Das merkt man irgendwie gar nicht die ganze Zeit. Am Anfang fühlt es sich noch so ein bisschen, oh, wird das noch was? Und dann hauen sie halt am Ende die ganze Story raus und das war richtig gut. Der 4., naja, im 4. haben sie dann irgendwie Sachen liegen gelassen oder Sachen komplett falsch interpretiert, die sie irgendwie im zweiten Teil anders erzählt hatten und so. Hast du den 5. denn schon gespielt? Ich habe den ersten Akt damals gespielt, hatte aber A, die anderen Teile nie gespielt. Also den einzigen Akt. Ja, den einzigen richtigen Akt, genau. Ähm, hatte die Teile davor nicht gespielt, das heißt, ich war in der Story nicht involviert. Und ähm, Gameplay war geil, hätte aber auch nach 20, 30 Stunden schon vorbei sein können und hätte nicht dann noch eben mit dem zweiten Akt weitergehen müssen, damals für mich. Jetzt bin ich halt mit der Story ein bisschen mehr verbunden und jetzt interessiert mich natürlich, was in den 80ern passiert ist in der Story. Das heißt, ähm, wenn ich irgendwann demnächst mal wieder keine Spiele mehr hab, werden wir, ähm, werde ich auf jeden Fall den, den Peace Walker nochmal spielen. Und dann, ähm... Ja, ich habe mich beim fünften halt verarscht gefühlt, gerade mit den Akten, die du ansprichst. Wie gesagt, der erste Akt war halt quasi das normale Game oder Gameplay und der zweite war dann, er macht dasselbe Gameplay nochmal im Hard-Mode, nur um dann nochmal ein Fitzel andere Story freizuschalten. Und dann habe ich auch gedacht, ne, komm, das gebe ich mir nicht. Aber das heißt, ich habe nach dem ersten Akt halt auch aufgehört und keine Ahnung, ob es daran lag, dass eben, dass sie da Kojima halt rausgeschmissen haben oder er keinen Bock mehr hatte und das Spiel dann dementsprechend so unfällig ab der Stelle halt wirkt. Fand ich halt super schade. Beides halt, glaube ich. Konami. Ja, Kojima. Aber es gab, gibt ja auch noch diese eine große Wendung dann am Ende vom fünften Teil, die dann ja auch noch, die ich halt noch nicht gesehen habe, aber sie trotzdem schon kenne, ohne sie jetzt spoilern zu wollen. Ähm, von daher werde ich es auf jeden Fall nochmal durchzocken. Gameplay-technisch war es eines der besten Spiele 2015, muss man ja auch so sagen. Ja, vom Gameplay war es super auf jeden Fall. Ja, von daher. Genau. Und Red Dead Redemption. Red Dead ist auch super. Ja, das war auf jeden Fall auch gut. Obwohl es schon stärker gealtert ist als andere Spiele, muss ich zugeben. Ja. Also, ich hatte es auch vorher nie gespielt, Red Dead Redemption. Und man merkt schon, dass Rockstar storytechnisch mit GTA 5 nochmal ein bisschen was dazugelernt hat. Also, vieles, vieles, was Story, Erzählung, Handlungsweisen und so normal mittlerweile in Spielen ist, hatten sie da noch nicht so ganz drauf. Ähm, da war ich dann ein bisschen ... Es ist jetzt nicht für mich das, was für andere, glaube ich, Red Dead Redemption ist. Von welcher Konsole, äh, welcher Plattform hast du gespielt? PlayStation Now oder? PlayStation 3. Ah, okay. Ja. War gut. Und dann habe ich mit Xenoblade angefangen, tatsächlich. Am ersten. Und da muss ich sagen, ich habe zehn Stunden gespielt und diese zehn Stunden waren schon das Beste. Eine der besten, äh, Gaming-Erlebnisse, die ich so in den letzten Wochen hatte. Und ich hatte gute Gaming-Erlebnisse, also ... Oh, gute Gaming-Erlebnisse. Abwarten, abwarten, was sich da noch so raus ergibt. Ja. Das waren meine vergangenen. Äh, können wir nochmal über 2015 reden? Ja, gerne. Ich mache nochmal ganz kurz, äh, Resident Evil. Ja. Blackhards 2, Darkest Dungeon, äh, geht weiter, weil da kommen noch einige Sachen. Hotline Miami 2, äh, Ori and the Blind Forest. Ähm. Fantastisches Spiel. Ähm, was sind noch mehr? GDR 5, äh ... Ja, aber die PC-Version. Warum rechnest du ... Roger Kars, äh, Wolfenstein, The Old Blood, ähm, Witcher, 3, The Wild Hunt. Muss ich weitererzählen, oder ist Metal Gear Solid immer noch eines der besten Spiele 2015? Habe ich ja nicht gesagt. Was hast du gesagt? Eines der besten Gameplays 2015. Ja. Ja, okay, dann sagen wir eines der besten Gameplays. Äh, du nehme einfach jedes x-beliebige Spiel von Ubisoft, was der große Dings hat, nimm diese Formel und dann hast du Metal Gear Solid. Nein, das würde ich nicht sagen. Also, Gameplay-technisch war Metal Gear Solid 5 tatsächlich ziemlich gut. Die ganzen Mechaniken, die du zum Schleichen hattest, zum, zum, ähm, dich durch die Welt bewegen, die waren, fand ich schon sehr, sehr gut. Die haben echt Spaß gemacht. Die Idee mit dem Fuelton, was du halt alles mit dem Ballon wegwuppen kannst, fand ich halt ziemlich grandios, dass du sogar die ganzen Panzer klauen konntest. Das fand ich super. Du musst... Also, Gameplay-technisch war das Spiel schon extrem gut. Die Story nachher... Geh einmal auf YouTube und such mal nach ganzen Gameplay-Videos, was da Leute teilweise abziehen mit dem ganzen Fulten und Stealth, No Alarm und solchen Geschichten. Das ist das Einzige, was du machen kannst. Ansonsten ist es in jeder Mission immer wieder dasselbe. Nein, ich sag ja nicht, dass das Spiel unfassbar gut ist. Ich sag das Gameplay. Nee, aber das Gameplay ist immer wieder dasselbe in jeder Mission. Natürlich. Das war bei Witcher 3 auch. Ja gut, aber auf welchen Spielen gibt es das halt nicht zu. Ich meine, bei Witcher machen wir uns nichts vor. Sehr geiles Spiel. Da würde ich aber genau den umgekehrten Weg sagen. Es war halt als Gesamtinszenierung, was die Storyline angeht. Inklusive der Nebenquests sehr, sehr stark. Aber das eigentliche Gameplay von Witcher, gerade ungepatcht zu Release, weil es wurde ja nachher noch über die Menüs etc. und einiges für die Komfortfeatures getan, bestand auch aus zwei Angriffen. Und wenn ich einen Sud nehmen will, den konnte ich dann nur über das Menü nehmen, musste den aber vorher nehmen, weil ich ihn im Kampf nicht nehmen konnte, weil ich nicht wusste, gegen was ich kämpfe. Das war auch alles super hakelig umgesetzt bei Witcher am Anfang. Das haben sie nachher natürlich noch alles gepatcht und gestreamlinet. Aber am Anfang waren es mehr oder minder auch einfach nur zwei Button smashen. Witcher 3 ist immer noch mein Lieblingsspiel aller Zeiten, neben Ocarina of Time. Ja, storytechnisch, open worldtechnisch ist es eines der besten. Na klar, also nicht falsch verstehen. Ist jetzt nicht, dass ich Witcher hate oder so. Aber Spielemechaniken war... Das war der Ballon, das war es. Nein, das war nicht der Ballon. Mehr als diesen Ballon gab es. Ja, was denn? Eine Kiste gibt es schon immer. Ja, genau. Deckung nutzen gibt es schon immer. Leute wegtragen gibt es schon immer. Die Waffen gibt es schon immer. Einschlafpfeile? Schon immer. Ja. So, was kommt noch? Pferde? Das reicht doch schon. Panzer? Das gibt es schon immer. Die Dinger wegfliegen? Das war mega geil. Und da gebe ich dir recht. Verschiedene Begleiter, die halt eben noch ein bisschen was machen konnten, je nachdem welchen du halt ausgewählt hast. Das war das einzige, was witzig war. Alles andere auf der Basis rumsitzen. Man könnte sagen, die Basis war cool. Auch, ja. Die Basis war sehr cool, weil sich da auch selber Story abgespielt hat. Aber das Gameplay per se im Spiel, das heißt, nach zwei Stunden hast du immer wieder dasselbe gemacht. Weil es halt Open World war und du in dieser Open World eigentlich grundlegend hast du nicht wirklich was anderes gemacht. Es hat mir auch Spaß gemacht. Das hast du aber auch in jedem Spiel, dass du halt irgendwann einen sogenannten Gameplay-Loop hast, den du halt immer wieder halt eben durchführst. Dass du halt, ähm, das sind halt eben quasi, das ist das Spiel, der Gameplay-Loop. Und das wiederholst du halt. Klar variiert's halt in gewissen Dingen. Und das wird halt untermauert mit halt eben der Story. Ähm, das hast du aber auch in jedem Spiel. Und manchmal nervt's und manchmal eben nicht. Und mich persönlich, das ist ja nur jetzt meine persönliche Meinung, hat's in, in, ähm, Metal Gear Solid erst tatsächlich am Ende vom ersten Akt dann genervt. Ähm, weil ich dann schon 30 Stunden drin war ungefähr. Und es dann auch irgendwann hätte vorbei sein können. Und es einfach weiter ging. Obwohl mir das Spiel die ganze Zeit mitgeteilt hat, das Spiel ist jetzt gleich vorbei und du kannst jetzt dann gleich aufhören. Und dann ist einfach nur der erste Akt vorbei und dann kommt plötzlich der zweite und ich denk mir nur, nein, danke, ich bin fertig und hab's weggelegt. Ja, der dann aber nicht kam. Ja, eben. Das war ja das Traurige. Ich musste schon fast ein bisschen weinen. Und eine Live-Deinstallation im Stream. Oh man, ey. Ich meine, wenn du so argumentierst, kann ich sagen, ja, Wolfenstein ist ein Half-Life-Klon. Läufst mit ner Waffe rum und ziehst halt in der Mitte des Bildschirms auf, auf Sachen. Ist es ja auch. Ja. Kriegst du aber ne geile Story erzählt. Das hast du ja bei, bei Metal Gear Solid nicht. Ich will, worauf ich einfach nur hinaus möchte, ist, dass ich persönlich nicht finde, dass das Gameplay 2015 war. Eins der besten. Finde ich nicht mal. Hab ich gesagt. Naja. Also wie gesagt. Ich hab ja auch nicht gesagt. Den Ballon. HCD's liebstes Gameplay-Spiel 2015 war Metal Gear Solid. Das hab ich ja, das hab ich auch nicht gesagt. Ich hab nur versucht, dir zu widerlegen, dass es einfach 2015 bessere Spiele gab als Metal Gear Solid. Bessere Spiele, auf jeden Fall. Zum Beispiel kam auch Call of Duty Black Ops 3 raus. Oh ja. 2015. Das war natürlich ein... Und Story war... Hat irgendeiner die Story behalten in Metal Gear Solid? Ja, also von 3 hab ich auf jeden Fall die Story mitbekommen von den ganzen Jahren. Ja. Aber danach hat Kojima sehr, sehr stark abgebaut. Was an... Weiß ich nicht, woran lag. Also 4 hatte ne gute Story, aber 4 hat teilweise Story-Elemente aus 2 übernommen und vollkommen links liegen gelassen. So. Die keinen Sinn gemacht haben. Einfach. Aber ja. Das müssen wir jetzt hier nicht im Plankenschnack ausführen, weil sonst reden wir... Nee, nee, nee. Das will ich hier gar nicht sagen. Ich wollt nur kurz meinen Senf dazugeben, dass ich persönlich das nicht finde, dass 2015 der beste ist. Hast du denn... Hast du denn Metal Gear Solid überhaupt gespielt? Also außer 5? Nee, ich hab nur 5 gespielt. Achso. Ja gut. Aber ich hab mir alles angeguckt so und deswegen... Also von der Sicht her hab ich einen Vergleich. Ja, angeguckt hatte ich's mir vorher auch schon. Das... Spiel mal 3. Spiel mal auf jeden Fall wenigstens 3. Mit zu alt. Ja. Mit zu alt fass ich nicht an. Nee, kann ich dir nur empfehlen. 3 kann ich dir wirklich empfehlen. Ja, mit trotzdem zu alt fass ich nicht an. Was willst du machen? Ja. Nee, Metal Gear Rising gehört nicht zum Kanon. Also ist storytechnisch auch gar nicht wichtig für Metal Gear Solid. Das war nur ein Spaßspiel von einem komplett anderen Entwickler. Rising Revenge? Mhm. Rising Revenge. War das nicht sogar von Platinum? Ja. Richtig. Aber die Story, die Platinum da drum herum geschrieben hat, die hat nichts wirklich damit zu tun. Die Story war mehr oder minder Slice and Dice, alles kaputt. Hab Spaß. Ja. Aber sie haben halt den Charakter genommen und der hat eigentlich, also ohne es jetzt spoilern zu wollen, der müsste da gar nicht sein, wo er halt in Rising Revengeance ist. Deswegen. Was habt ihr denn so gespielt? Was habt ihr denn so gespielt? Genau. Sali, Dizzy. Was? Was habt ihr denn so? Ägyptische Katzen hab ich gespielt. Ich hab Assassin's Creed Origin auf 100% Platinum gespielt. In 72 Stunden. Respekt. Und ich habe sehr viel Spaß dabei gehabt. Ich hab die Sphinx besucht und ich war in jeder Pyramide. Ich habe jedes Ereignis auf der Karte abgeschlossen. Und ich muss sagen, es wurde von Tag zu Tag besser. Ich hab wirklich sehr viel Spaß gehabt an Assassin's Creed. Es war ein Fest. Ja, ich hab's ja auch jetzt angefangen, beziehungsweise bin jetzt mittendrin, bin so Stufe 20, 25 irgendwas. Ähm, der Einstieg war relativ schwierig, weil das Spiel so überladen ist. Da sind halt so viele Symbole auf der Minimap, dass du erstmal erschlagen wirst und du gar nicht weißt, was du erstmal machen willst. Und wie du schon sagst, also mittlerweile bin ich aber ganz gut drin. Ich komme relativ gut klar. Ähm, es ist auf jeden Fall ein besseres, finde ich, als Unity und Syndicate. Also es geht wieder in die richtige Richtung. Ich hoffe jetzt nicht, dass du direkt nächstes Jahr wieder rausballern. Einfach nur wieder eine Fortsetzung mit anderen Themen. Sondern halt sich wieder ein bisschen Zeit lassen und noch weiter dran feilen. Also ich fand's, äh, ich war sehr angenehm überrascht. Ich hab wirklich Spaß gehabt. Ich war, ich hab die ganze Zeit gesagt, es ist kein Assassin, ne? Es ist so, du hast, die Schleicheinlagen sind nicht wirklich wichtig. Und, aber, ähm, das Ganze hat sich, und das kann ich jetzt eben nicht sagen, weil du hast es noch nicht gespielt. Das Ganze ist zum Ende hin dann so... Ah, okay. Also, äh, Story-mäßig, muss ich sagen, bin ich unglaublich froh, diesen Teil gespielt zu haben. Ja gut, das kann ich noch nicht sagen. Bei mir macht's jetzt so langsam die, die Anfänge... Ja, mit meinen Origins ist der Titel. Anfänge von Assassinen und Templer-Orden wahrscheinlich. In die Richtung, ähm, wird die Story wahrscheinlich laufen. Es ist so, ganz zum Schluss war's dann. Es war echt schön. Also es hat mir gut gefallen. Das hat mich tatsächlich interessiert. Schade, dass ich das Ende bei dir verpasst hab, weil... Ich hab ein bisschen bei dir immer reingeguckt und ich hab nie verstanden, inwiefern ist das denn jetzt Origins? Haben sie jetzt einfach nur Origins genannt, weil es davor spielt? Und eigentlich hat's damit, also... Also ich hoffe, dass es mehr ist als einfach nur so. Und jetzt sind wir Assassinen und von nun an können wir halt weitermachen, sondern das ist halt... Ich fand's schön. Ich will sehen, wie Ezio gezeugt wird. Nee, ich fand's sehr schön. Ich bin froh, es gespielt zu haben. Die Platin zieht sich nur dann etwas. Also von der Story her bin ich schon vorher fertig gewesen und hab, glaube ich, noch drei Tage intensiv daran gearbeitet, alle Ereignisse auf der Karte abzulaufen und abzuschließen. Also nicht nur aufdecken, sondern eben auch abschließen. Und... Ja. Aber es war super. Und jetzt... Dann... Was machen wir dann? Headquest. Evil Within. Solche Sachen. Ich hab halt noch einen riesen Stapel mit Games, die ich gerne spielen möchte. Sims. Ja. Das hab ich gemacht. Kann ich eine Frage stellen? Geht das eigentlich nur mir so? Dass ich... Das hab ich nämlich bei Assassin's Creed gemerkt jetzt. Das ist auch wirklich rein, rein, ähm, subjektiv. Bevor Dizzy da jetzt gleich wieder aufzählt. Aber Zelda hat auch blöde Gesichter. Aber, ähm, rein subjektiv störe ich mich so langsam an diesen hyperrealistischen Menschen, Figuren, Gesichtern in, in den neuen Spielen. Das merke ich jetzt... Das hab ich bei, ähm, Hellblade zum Beispiel gemerkt. Das merke ich jetzt aber auch bei Assassin's Creed oder bei anderen Spielen. Findest du sehr realistisch? Echt? Ja, es kommt so langsam in so einen Bereich, den, den, den quasi, dieses Uncanny Valley, dass es so realistisch aussieht, dass mein, mein Hirn sich denkt, uh, das ist irgendwie... Also bei Hellblade stimme ich dir zu. Ja, ja. Dass mir das teilweise zu realistisch wirkt. Bei Assassin's Creed, muss ich sagen, zumindestens die Playstation 4 Version, die Welt sieht sehr, sehr geil aus. Dass du manchmal denkst, das könnte tatsächlich irgendwie ein Foto sein. Aber gerade die Figuren sind im Gegensatz zu der Welt sehr, sehr schlecht. Debbie, da hast du den Kaffee noch nicht gehabt. Ja, oder, oder... Aber irgendwas stört mich auf jeden Fall an den Figuren. Ich weiß nicht, ob's jetzt... Sie versuchen halt so realistisch halt zu machen, aber irgendwie... Irgendwas an den, den, den Mimiken, wenn die sich, wenn die sprechen und sich miteinander unterhalten und... Ich weiß nicht, ich find's irgendwie seltsam. Ehrlich? Ja. Die haben überhaupt gar keine Mimik. Ich glaub... Vielleicht stört mich das auch. Also, es gibt... Der größte Unterschied, ich weiß nicht, ob wir jetzt vielleicht davon reden, es gibt zwei verschiedene. Es gibt einmal quasi die Ingame-Grafik der Figuren, die halt sehr, sehr plump und kacke ist. Und dann gibt es halt die Pre-Rendert-Cutscenes. Ja, genau. Wo er gerade als Hauptcharakter doch schon halt, sag ich mal, gut in Szene gesetzt ist. Die meine ich. Okay, also du meinst die Cutscenes. Ja, ja. Da, wo die sich halt miteinander unterhalten und seine Geschichte erzählen. Ja, das ist halt... Gibt ja nicht so viele. Das ist halt... Ja. Echt? Find ich jetzt... Ne, fand ich sehr passend. Okay. Fand ich sehr passend. Ne, die haben mich nicht gestört. Was mich erstört, ist halt eben, dass der... Der Switch halt, wo so ein bisschen die Immersion bricht zwischen der Cutscene, wo du halt eben wirklich gute Charaktere hast, die auch schön aussehen. Und dann siehst du halt eben Dialog von einer Quest, quasi eine Ingame-Grafik, wo du halt denkst, okay, da stehen jetzt Pixelklumpen. Das finde ich halt ein bisschen schade. Ne, dann habe ich das vielleicht falsch gesehen. Aber gut. Ich... Ich habe irgendwas... Irgendwas... Vielleicht war es nicht... Vielleicht ist realistisch das falsche Wort. Vielleicht einfach, dass sie so eine komische Mimik haben. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich sag mal, was jetzt älter ist, wo wir auch ganz normal drüber reden können ohne Spoiler, guckt ihr zum Beispiel Horizon an. Ähm... Sie sieht ja auch aus, als ob sie quasi permanent nass ist. Aber eine wirkliche Mimik hat sie ja auch nicht. Sie hat immer denselben Gesichtsausdruck und guckt so leicht, als ob sie gleich ein bisschen weiden möchte. So ein bisschen traurig, angespannt und... Ja. Ja, keine Ahnung. Als ob er ihren Furz quer sitzen würde. Das war mein Problem mit Horizons die ganze Zeit. Das ist genau das Gleiche. Diese Spiele, die dann halt eben diese realistische Grafik haben. Die geht mir so langsam etwas zu weit, persönlich. Das ist nur mein persönliches Empfinden. Deswegen habe ich Horizons auch nicht gespielt, weil ich einfach mit Aloy nichts... Ich wollte Aloy nicht steuern. Ich kann es nachvollziehen. Ich hatte dasselbe Problem mit Hellblade, weil... Ähm... Ich fand sie creepy. Ja. Deswegen habe ich Hellblade erstmal jetzt nicht gespielt. Bei Horizon hat es mich nicht gestört, weil... Ja, sie war ganz niedlich. Aber die Aloy... Aber bei Hellblade... Ich fand sie ziemlich creepy, wie sie halt eben dann manchmal so guckt und so. Da habe ich gedacht, okay, erstmal... Irgendwann vielleicht mal, wenn es im Sale ist. Ja. Aber das Thema hatten wir jetzt eh schon hundertmal... Die Leute verlangen halt nach immer mehr... Echt, echt, echt... Ist das so? Es soll immer echter Aussehen. Ja, anscheinend. Mir selber ist das wurscht. Ich spiele auch mit einem Holzstock, der da rumläuft. Das ist mir total egal. So. Also Hauptsache das Gameplay und die Story machen Spaß. Und dann kann die von mir aus feucht, trocken oder matschig aussehen. Das ist mir total egal. Darum... Mir ist das überhaupt nicht aufgefallen, dieser Gesichtsausdruck, worüber ihr euch so chauffiert. So. Oh Gott, die sah immer... Nee, ich fand... Ich fand, das war eine super Story. Ich war da mitgerissen. Und mir ist das jetzt überhaupt nicht aufgefallen. Dieser Wetteffekt, ja. Das ist genauso wie wenn bei Witcher, und Witcher ist für mich eins der besten Spiele überhaupt, wenn die im Haus sind und die Haare wehen. Ich sage, Mensch, das ist aber windig heute hier drin, ne? Da sind halt solche Kleinigkeiten... Oder bei Elex die Zitterbrüste, wo bei jedem weiblichen NPCs die Brüste so am pulsieren sind. Das war sehr verbunden in den Cutscenes. Das muss ich ja dringend spielen. Was? Ja, die hatten alle... Das ist mir total... Weiß ich nicht. Da gehe ich... Weiß ich nicht. Ich nehme das dann hin, so... Ja, ja. Können ja nicht alles gut machen. Ist ein super Spiel. Haben sie halt verkackt. So. Mir fällt das gar nicht so auf. Ja. Disi, was hast du denn gespielt? Tarkov. Und? Es geht vom Tarkov. Eine Woche lang. 100 Stunden. Toll. Und Borderlands. Wenn ich dich daran erinnern darf. Hast du auch gespielt. Achso, ja. Das habe ich beiläufig schon wieder vergessen. Borderlands 2. Ich habe es jetzt zum fünften Mal angefangen und ich spiele es nie durch. Ich werde es jetzt nicht mehr anfassen. Geht mir ähnlich. Was ist denn mit euch? Ich habe Borderlands auch immer angefangen und nie zu Ende gespielt. Also es ist cool, aber der Zauber ist vorbei. Jetzt habe ich auch für Mocka am Telefon gesagt. Ich sage Mocka irgendwie, das mag toll sein, aber der Zauber ist vorbei von dem Spiel. Für mich. Habt ihr es nicht durchgespielt oder was? Ich habe mal ansatzweise. Das heißt. Am Mittwoch in einem Gebiet waren, was glaube ich drei oder vier Level überlevelt war. Und wir da, weiß ich, 300 Trilliarden Millionen Schuss reingedonnert haben, um das Gegner umfallen. Ne, danke. Aber das war jetzt nicht die Schuld vom Spiel. Das war Mockas Schuld. Gibst du. Dass Mocka fallen gelassen werden. Das ist Stück Borke, was er auch verdient, nachdem er mich damals bei Minecraft fallen gelassen hat. Mocka ist schwer. Den musst du halt überall carryen. Der kann halt irgendwie nix. Eben. Aber bei Minecraft genauso. Muss ich ihm auch erst alles beibringen. Dann hat er keine Lust mehr zu lernen. Ja, genau. Ja, genau. Und bei Tarkov ist er auch mal früher offline gegangen, weil er alles verloren hat. War sauer und traurig. Und... Ja. Das kenn ich. Das Mocka hat da irgendwie nicht... Außer für PUBG. Da reicht's dann aber doch, ne? Aber da gibt's ja auch Sub für so. Ja, das stimmt. Krieg er Sub. Irgendwie hab ich grade Set Violence im Kopf. Weiß auch nicht warum. Ne, ich hab nur Tarkov gespielt. Ich hab keine realistischen Gesichter gesehen. Wobei die Gesichter echt nicht schlecht aussehen. Aber jetzt hier, erklär mir doch mal, was muss man da genau machen bei Tarkov? Das machen wir ganz bestimmt nicht. Man darf, glaub ich, niemandem den Mittelfinger zeigen. Nein. Ich hab da nämlich vorhin, bevor der Schnack losgegangen ist, hab ich einen kurzen Clip gesehen. Und man darf anscheinend niemandem den Mittelfinger zeigen. Warum nicht? Ansonsten... Ne, nur dreimal. Aber wenn drei auf einmal dastehen, ist das nicht so schlau. Ah. Irgendwie. Dann wird man erschossen. Dann wird man erschossen. Also Slash nimmt mir das nicht übel, aber ich will dir jetzt das Thema nicht erklären, weil es doch sehr kompliziert und durchwachsen ist. Es ist halt nicht so wie nur da 15 MMO oder... Aber es ist kein Battle Royale. Ne, es ist kein Battle Royale. Es ist eigentlich eine Mischung aus Survival... Ja, so entfernt es im Sinne. Survival-Shooter, taktisch, MMO, Hardcore irgendwas. Also es spielt sehr, sehr böse. Man könnte... Also die Kurzform davon ist, es ist das Dark Souls der Shooter. Twiggert! Es ist das Dark Souls der Shooter. Es ist sehr, sehr böse. Du verlierst, kannst sehr viel verlieren, du kannst sehr viel mitnehmen. Es ist eigentlich auch sowas wie Glücksspiel. Und ich hab schon... Also ich hab in vier Jahren noch niemals so häufig hintereinander so viel Adrenalin im Körper gehabt. Ist es denn jetzt mittlerweile für jeden verfügbar oder im Moment nur für einen ausgewählten Kreis? Ne, muss kaufen. Achso, aber das kann man jetzt schon? Ja, aber ist ganz schön teuer. Okay. Fast 45 Euro. Okay. Ja, weil vorher waren ja ein paar Ausgewählte, die Early Access Alpha irgendwie hatten, die es dann irgendwie streamen konnten. Aber dann ist es halt jetzt mittlerweile so käuflich zu bekommen. Alles klar, okay? Early Access. Early Access. Alles klar. Aber dafür ist es schon ziemlich gut. Ziemlich brutal. Ich weiß gar nicht. Also ich glaub ich hab fast meine 100 Stunden vollgemacht jetzt in einer Woche. Ich glaub in einer Woche hab ich fast 100 Stunden gespielt. Das war schon nicht schlecht. Jo, ordentlich. Ist halt realistisch, ne? Du wirst halt getroffen und du hast halt... ne... ne... Schusswunde. So, es ist... Du bist nicht halt so ne... so ne Bulletsponge wie in jedem anderen Spiel, wo du halt 100 Schuss irgendwie erstmal reinbekommen musst, bis du überhaupt stirbst. Sondern... Das find ich halt interessant. Diesen realistisch. Ne, da kann dir einer den kompletten Magen zerballern. Dir kann einer die Füße zerknallen und du kannst nicht mehr sprinten. Du musst dann Painkiller nehmen oder Morphium, dann kannst du wieder laufen. Aber das hält auch nicht für ewig. Und... Ja, da kommen schon witzige Sachen zustande. Da kommen schon witzige Sachen zu schneiden. Vorhin bin ich ne halbe Stunde ins Ziel gehumpelt. Also du, wenn du ne Runde an... Also, das ist vielleicht das Wichtige. Du fängst ne Runde an und du musst ne Runde zu Ende spielen, indem du von der Map escapest. Das heißt, es gibt mehrere Ausgänge und du musst über den Ausgang dann rausgehen. Ah. Also du kannst nicht Disconnect drücken, weil dann verlierst du deine Sachen. Und wenn du rauf gehst und da stirbst, dann verlierst du deine Sachen. Du nimmst sie nicht, du kriegst sie nicht wieder. Das heißt, wenn du da... Weißt du nicht, beispielsweise... Du kannst deine Waffen halt auch modden bis zum Getno. Du kannst da jede Schraube dran wechseln. Und die würdest du dann, wenn du gewinnst oder überlebst, in die nächste Runde wieder mitnehmen können? Die behältst du. Wenn du rauskommst, behältst du sie. Alles klar, okay. Wenn du stirbst, gibst du, verlierst sie und sie liegt auf dem Schlagfeld. Und das kann manchmal sehr wehtun. Da kann schon mal so ne... M4 kann schon mal ne halbe Million kosten. Und ne halbe Million, das... Also, wenn ich einen guten Tag hab, krieg ich ne halbe Million. Dann hab ich aber auch einen sehr, sehr guten Tag. Also, das ist dann halt diese MMO-Komponente, die man jetzt eben aus PUBG oder nicht kennt, weil da fängst du ja jede Runde wieder nackig an und suchst dir dann dein Zeug wieder zusammen. Ja, wenn du jede Runde stirbst, fängst du auch mit nackig an. Ja, okay. Aber das will man dann ja nicht. Okay, das ist halt diese MMO-Sammel- und Aufwertkomponente, verstehe. Du hast noch Quests nebenbei. Ach, die gibt's auch? Ja. Okay. Und die sind so unglaublich toll. Hinde einen Schlüssel. Ich such seit 40 Stunden einen Schlüssel. Gibt es denn... Hat der Hausmeister? Gibt es denn Dinge, die du quasi hochlevelst, die du nicht mehr verlieren kannst, egal wie du stirbst? Also... Äh... Ja, wenn du jetzt zum Beispiel isst, ganz viel isst, dann kriegst du Metabolism. Das heißt, du verlierst... Du kriegst weniger... Ne, also du kriegst... Du hast einen längeren Zeitraum, keinen Durst und keinen Hunger. Ja, aber das geht ja dann auch irgendwann weg. Ne. Das levelst du dann auch. Achso. Wenn du jetzt beispielsweise... Oder Sprinten zum Beispiel. Wenn du Sprintest, dann levelt sich das auch hoch. Ah. Und dann hast du irgendwann... Endurance heißt das, glaube ich, hast du Level 12 und dann kannst du halt länger sprinten als vorher. Mhm. Also quasi so ein Perk-System, was dann halt eben schon eine Progression nach dem Tod hinaus auch bleibt. Okay. Das ist mal was anderes. Also, ne? Weil Battle Royale hat man jetzt ja doch schon häufiger jetzt in letzter Zeit halt gehabt. Das klingt ja doch dann komplett nach einem anderen Konzept. Das was... Also, ich hab's in keiner Form so noch nicht gesehen. Und ich hab... Also, für mich ist das echt wie eine Nadel gerade. Das wiegt Droge. Weil du hast halt Glücksspiel drin, du hast Adrenalin ohne Ende. Also, du hast wirklich jeden Tag Adrenalin ohne Ende. Dass du am Ende nach der Runde so vor deinem Rechner sitzt. Also, ich zumindest. Und das hab ich in keinem Spiel noch nicht gehabt. Also, wenn du gute Runden hast. Schlechte Runden natürlich nicht. Wie lange geht denn eine Runde im Durchschnitt? Kommt drauf an. Also, du kannst... Also, die Map ist eine Stunde offen. Wenn die Map nicht... Wenn die zu ist, dann bist du weg vom Fenster. Ah, okay. Du musst halt in der Stunde wieder escapen dann. Also, ich sag mal, in der... Ich glaub, meine längste Runde selber war 40 Minuten oder so. Okay. Aber dann hast du 40 Minuten lang Anspannung. Weil du hast... Du hörst halt ein Eichhörnchen furzen. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel durch den Busch geht. Hörst du die Blätter an deinen Körpern rascheln. Und selbst das hörst du. Oder wenn einer am Schnaufen ist. Oder Husten. Oder wenn du ihn anschießt. So diese... Das hörst du halt überall. Das heißt, wenn einer im Nachbarraum sitzt und sich einen Fuß gebrochen hast. Hörst du ihn halt röcheln. Und das macht dich dann schon irgendwann paranoid. Weil du überall hingehst. Du bist eigentlich nur noch am Schleichen, um zu hören. Okay. Höre ich irgendwas? Okay. Fünf Meter hab ich gemacht. Kann ich mich jetzt bewegen oder höre ich noch was? Also es ist ein bisschen schwierig, aber auch gut. Aber es ist teuer. Also der Preis ist definitiv... Also ich hab jetzt 150 Euro bezahlt fürs Spiel. Ich hab mir die größte Version gekauft. Was ich am sinnvollsten halte. Wenn man das Spiel mag. Aber selbst wenn du es nur mal ausprobieren willst. 45 Euro ist halt ein bisschen viel. Es sind halt 35 Euro mit Steuern und Gebühren. Also glaub ich bei 45 Euro. Und das nur zum Ausprobieren... Kannst du es halt auch nicht wieder zurückgeben. Und das ist... Also da musst du echt für geboren sein. Weil ich lese schon bei einigen Leuten im Chat. Haben schon geschrieben, dass sie Mäuse an die Wand geschmissen haben und sowas. Das ist äh... Aber mehr hab ich nicht gemacht so die Woche. In der Tat nicht. Ich war nicht mal einkaufen die Woche. Geht mir eben. Bin aufgestanden, hab gestreamt, bin schlafen gegangen und dann hab ich wieder gestreamt. War ne gute Woche. Ehrlich. Nächste Woche wird besser. Warst du ein bisschen später auf, ja. Ne, darum geht es eigentlich gar nicht. Äh... Wenn du um 9 um 9... Ich weiß nicht wie... Also... Moin um 9... Ich weiß nicht wann Moga seinen Kram macht. Weil... Moga fängt ja um 9 an. Und dann macht er ja immer noch seinen Mittagsschlaf, glaube ich. Und dann abends macht er, glaube ich, nochmal Kubi um 18 Uhr oder so. Ja. Und in den 4 Stunden kriegst du ja eigentlich nichts geschissen. Weil wenn du... Weil er geht ja dann halt, wie er schon sagte, wenn er noch Männerschlaf macht. Ich... Ich find das sehr, sehr unangenehm. Also wie... Ich hab jetzt die Woche von... Morgens um 9 bis fast jeden Tag um 9 gestreamt. Und da bleibt ja nachher nichts mehr von übrig. Ja gut. Dann musst du noch Essen machen und dann... Ja. Ja. Und du streamst. Ja. Definitiv. Okay. Okay. Nun. Das haben wir gemacht in den letzten Wochen. Ja. War ja doch ne Menge anscheinend. Ja. Ja. Wenig war es nicht. Ne. Ja gut, wir haben ja noch was gemacht. Wir haben euch einen Plankenschnack Twitter-Account eingerichtet, auf den ihr definitiv vorbeigucken solltet. Weil da könnt ihr uns jetzt offiziell bei Twitter erreichen. Nicht mit Hashtag, sondern add Plankenschnack. Mhm. Mhm. Und dann haben die auch noch Folgen. Verdammt. Ich hab den auch noch nicht. Oh. Da könnt ihr auf jeden Fall vorbeigucken und dem ganzen Kladderadatsch könnt ihr alles über den Plankenschnack erfahren. Das haben wir jetzt extra ausgelagert, damit ihr das nicht von unseren Accounts kriegt, sondern direkt aus der Pipeline. Und da könnt ihr dem Ganzen folgen, wenn ihr da Bock habt. Tipp. Also da kriegen wir, da werden wir, denke ich mal, alles announcen, wenn irgendwas rauskommt bezüglich, wenn das bei Twitch draußen ist, wenn das bei YouTube raus ist, dann könnt ihr da, kriegt ihr immer die Infos, wenn ihr das wollt. Ihr wollt. Oh, mein Handy geht. Ja, ich hör's. Schön, dass ihr auf den Follow-Knapp drückt. Ja. Musste ich auch noch. Ach so, das ist das Geräusch. Weil du den pass. Echt? Da kriegst du ne? Ja. Sehr schön. Auf jeden Fall, da könnt ihr uns jetzt auch währenddessen, also wenn ihr jetzt gerade irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Einwürfe machen wollt, könnt ihr uns dort jetzt erreichen. Kein Hashtag mehr, sondern direkt an diesen Account ran. Bam. Speaking of. Speaking of. Du hast ja Xeno schon gespielt, Sleppy, oder? Das ist ja, ähm... Ne, du hast du zwei oder eins? Du hast eins gespielt, ne? Nein, nein, ich hab Xenoblade Chronicles X gespielt, vorletzten Monat. Und jetzt ist am ersten Xenoblade Chronicles 2 rausgekommen. Ist das schon draußen? Ja. Das ist schon draußen. Seit Freitag. Ich hab 10 Stunden schon gespielt. Oh, da hat sich dann aber jemand verschrieben, weil in der Liste steht ja drin, dass es am... Dann war das bestimmt der 30. Elfte, oder? Entschuldigung. Ja, natürlich. Ja, okay. Ich hab mich schon gewundert, weil... Entschuldigung. Das ist schon gespielt. Das ist schon draußen. 30. Das war natürlich 30. Elfter, beziehungsweise 30. Oder Erster kam es. Eins von Wein. Erster. Also das ist letzte Woche Freitag draußen. Und, ähm, ist tatsächlich ein Spiel, was jetzt mal für die Switch rausgekommen ist, was kein Traumrating 90 plus bekommen hat. Also kein Triple-A-Titel, sondern nur ein mittleres 80er-Rating. Ähm, Kritiker sagen halt, ist nicht der heilige Gral der JRPGs. Kann man mit Spaß haben. Richtet sich aber ja an die Hardcore-Fans. Ich selbst hab's noch nicht gespielt, weil ich hab erst den anderen Kram fertig gespielt. Ich werd nächste Woche mal reingucken, bin gespannt und hoffe, dass es halt eben ein cooles Spiel wird. Weah Zlebby hat's halt eben schon angespielt und, ähm, kann da denke ich schon mal mehr zu sagen. Aber bitte nicht zu viel spoilern, weil ich will's ja auch noch spielen. Nein. Es ist fantastisch. Also die ersten zehn Stunden, die ich gespielt hab in dem Spiel, sind genau das, was ich... Also, ich hab versucht, mich nicht zu sehr zu hypen. Hab ein paar, ähm, Gedanken schon gehabt, vielleicht ist es doch nicht so gut, weil... Xenoblade Chronicles X hatte auch seine Problemchen. Nur mal zum Beispiel, dass du Stimmen nicht hören konntest, in Zwischensequenzen, weil die Musik so laut war, dass du's nicht hören konntest. Weil es nichts zum Einstellen gab, was sie in zwei Jahren nicht geschafft haben nachzupatchen. Obwohl sie ein Patchsystem haben auf der Wii U. Äh, und solche Geschichten, wo man dann denkt, was... Was sitzen da für Leute? Ähm, oder gewisse Bosse, die... Mh... Auch ein paar Sachen hatten, wo man sich fragt, muss das sein? Wir haben 2015 da gehabt. Äh, das sind so Sachen, die ich vor 15 Jahren vielleicht noch erwartet hätte. Ähm, kann natürlich sein, dass es immer noch da drin ist. Ich hab halt nur 10 Stunden gespielt. Aktuell hab ich das Gefühl, dass sie sehr, sehr viel besser machen. Sehr, sehr viel, aber auch nicht. Also, zum Beispiel, es ist ein mehr oder weniger Open-World-Rollenspiel. Du hast keine Map. Du hast ne Map, muss aber drei Menüpunkte runtergehen zu Schnellreise, bis du die Map überhaupt siehst. Das ist sehr umständlich. Es ist sehr JRPG, also in die Richtung, dass manche Dinge immer noch sehr umständlich gelöst sind. Die hätte man besser lösen können. Ähm, wie zum Beispiel ne Map direkt auf der Karte, um zu wissen, wo muss ich eigentlich hin. Ähm, du kannst maximal halt eine Hauptquest und eine Nebenquest aktiv haben zur gleichen Zeit. Kannst nicht irgendwie verschiedene Sachen, äh, verfolgen. Was bei einem Spiel, das ein paar MMO-Sachen, ähm, in ein Singleplayer-Spiel reinbringt, auch fragwürdig ist. Aber das sind so halt, ähm, Dinge, die einem Spieler halt das Leben vereinfachen würden, die aber jetzt nicht so massiv wichtig sind für so ein Spiel. Ähm, ich hab lieber das, aber dafür ne Story, die mich packt, als genau andersrum. Ähm, und die Story hat mich auf jeden Fall sehr gepackt. Also die Charaktere sind extremst interessant. Auch die Bösewichte quasi, die einem relativ am Anfang schon natürlich, ähm, äh, vorgestellt werden, sind sehr interessant. Ich hab mich direkt mit mehr oder weniger allen Charakteren, ähm, äh, äh, identifiziert. Und es nimmt sich nicht so ernst. Und das find ich schön. So, es spielt mit diesen typischen, ähm, Anime-Klischees und, und nimmt sich eben nicht ernst, sondern nutzt diese Klischees, um sich selbst zu verarschen. Ähm, und das find ich auch gut. Also... Ja, ich fand halt, was das noch unterstreicht, ich hab eben ein paar Minuten mal reingeguckt, ist halt eben die Synchro. So, das heißt, äh, englischer Ton, deutsche Untertitel, wer japanischen Ton haben will, kann sich den kostenlos runterladen, den gibt's halt auch. Ähm, dass halt eben in der englischen Synchro halt viel mit Dialekten halt gearbeitet wird. Sei es jetzt eben, was weiß ich, britisch, walisisch oder irgendwelche anderen Akzente. Und dass das schon irgendwie ziemlich cool unterstreicht irgendwie. Ich weiß nicht, bin ich froh, dass sie es halt nicht versucht haben, ins Deutsche zu übersetzen, weil das wird dann, glaub ich, ziemlich mistig klingen. Mhm. Ja. Das sowieso. Aber ich, ich persönlich mag sowieso das auf Englisch spielen. Man kann sich die japanische, das japanische Sprachpaket auch runterladen, dann hat man wirklich das komplette Anime viel, ähm, mit deutschen Untertiteln auf japanisch und japanische, ähm, äh, Sprache. Für Anime-Fans ist das auf jeden Fall, glaub ich, gut, weil die meisten großen Anime-Fans gucken, glaub ich, ihre Animes auch auf japanisch mit, mit eben englischen oder deutschen Untertiteln. Ähm, ich persönlich finde, ich verstehe die englische Sprache, also höre ich sie auch, deswegen hab ich's so eingestellt. Ich muss es jetzt nicht auf japanisch haben, aber ich verstehe auch, wenn man's eben japanisch stellt. Für viele war's allerdings ein bisschen, also ich hab zum Beispiel, ähm, der, der Gregor von, von den Rocket Beans, der hat dann halt eine halbe Stunde auf YouTube drüber geredet, das hab ich mir mal angehört. Der hatte zum Beispiel, hat sich an den Stimmen gestört, weil er meint, der Hauptcharakter sieht halt so jung aus, hat aber eine Stimme von einem 30-Jährigen und das irritiert ihn so ein bisschen. Mich stört's jetzt ehrlich gesagt nicht, also, ich hab jetzt nicht das Alter des Hauptcharakters so direkt erfahren, er könnte jünger sein, ja, es wird kurz gemutmaßt. Aber er könnte genauso 25 sein und dann stört's mich nicht, also... Naja gut, es gibt ja auch heutzutage wirklich schon 14- oder 16-Jährige, die eine tiefere Stimme haben als manch 80-Jähriger. Eben. Äh, nee, was ich fragen möchte, ich hab es jetzt nur zugeguckt, ähm, so, was weiß ich, hier mal fünf Minuten, da mal fünf Minuten und das, was in den Reviews oft gesagt wird, im, äh, zum Kampfsystem, Clusterfuck. Also, dass es halt sehr, sehr kompliziert ist, Mechanic, die in Mechanic greift mit einer Mechanic am Ende und noch einer Mechanic dran und dann macht's bling-bling und der ganze Bildschirm wackelt, ist das gut spielbar oder würdest du sagen, das ist am Anfang doch für jemanden, der mit JRPGs keine Erfahrung hat, doch schon relativ viel und kompliziert? Also, wie gesagt, ich hab jetzt zehn Stunden gespielt und ich wurde bis jetzt relativ langsam rangeführt. Klar, man ist am Anfang, steht man davor und denkt sich, ah, da muss ich noch ein bisschen mit trainieren, aber ich bin jetzt vielleicht bei einem Boss einmal gestorben, konnte es wiederholen, hab mich dann ein bisschen gebufft vorher, das wurde mir schon vorher erklärt und ich wollte mir die Buffs natürlich aufsparen für einen harten Gegner, der kam dann, hab mich gebufft, hab ihn dann beim zweiten Mal gelegt. Ich hatte, ich hatte jetzt bis jetzt noch nicht so wirklich die Hürde, wo ich dachte, oh, da müsste ich das jetzt noch besser verstehen, also dieses System und das andere System. Welche Stufe bist du? Es sind viele Sachen, 15, 16, so um den Dreh. Es sind ein paar Sachen, die ineinander greifen, es ist ein JRPG, ja, es ist jetzt kein, ja, obwohl Persona, ich vergleich's auf jeden Fall mit Persona oder mit, mit ein bisschen mit Ni No Kuni, weil du hast halt so diese, diese Systeme, du hast die Klinge, ähm, also jeder Spielcharakter hat noch seine Klinge, die wird halt in menschlicher oder in, in, ähm, als Tier dargestellt, aber die bestimmt eben, wie du kämpfst, mit welcher Waffe und mit welcher Klasse und so, ähm, der Hauptcharakter hat halt diese, ähm, Pyra, so heißt die, die ist auch storytechnisch wichtig, die ist halt, ähm, Damage, also die gibt eben quasi eine Damage-Dealer-Waffe, ein Schwert, dann, ähm, äh, ich hab ihren Namen vergessen, dann haben wir einen Charakter, das ist ein junges Mädel, die, die heilt halt, wenn sie ihren Tiger ausgepackt hat, die kann aber auch die Blades eben wechseln und dann Schaden machen, wenn sie will, ähm, so funktioniert das im Prinzip, wie Ni No Kuni, ähm, auch so ähnlich, da, Ne, wie du spoilerst übrigens gerade, wie ein Weltmeister. Ne, ich spoiler nicht, das ist alles, da gibt es die Ergebmechaniken raus. Ja, aber aus den ersten vier, fünf Stunden, also. Ja, weißt du, spoilern, du weißt doch, wie das ist. Und die Sendung heißt Spoiler Alert. Ja. Aber zumindestens, wenn man zuguckt, glaube ich, ähm, ich, 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 ich sehe es auch im Chat, dass alle, die es wahrscheinlich selber gespielt haben, sagen, dass es halt gut erklärt wird, dass man da hingeleitet wird, ähm, es ist halt eben fürs Zuschauen schwierig, wenn man es nicht selbst gespielt hat, ich habe halt fünf Minuten hier und da mal reingeguckt, ich gucke auf dem Bildschirm, sehe halt tausend UI-Elemente und denke mir nur so, Das war aber schon immer so bei Xenoblade. So, ganz im Ernst, Xenoblade Chronicles X war noch ein viel, viel größerer Clusterfuck. So, weil da musstest du die ganze Zeit hin und her switchen zwischen den, ähm, zwischen den Fähigkeiten, die musstest du vorher auch auswählen und da drauflegen. Du hattest quasi wirklich diese Leiste wie bei WoW, wo du halt, ähm, dann einzelne Kombos mit deinen Mitspielern wiederum anlocken musstest und so. Und wenn du mittendrin eingeschaltet hast, hast du überhaupt keine Ahnung gehabt, was, was da überhaupt gerade passiert. Und Xenoblade Chronicles 2 ist immer noch so, dass ich glaube, dass es kein hundertprozentig geiles Spiel zum, zum, ähm, beobachten ist. Weil, wenn man mittendrin einschaltet, wird man sich immer fragen, was passiert da eigentlich gerade? Warum fliegen da hunderttausend verschiedene Zahlen über den Bildschirm? Und es irritiert alle. Und warum ist das so, ähm, Anime-Style? Also, klar, jemand, der halt nicht so auf Anime fährt, wird da halt nicht so viel Spaß dran haben. Ähm. Da frage ich mal was anderes. Wie ist denn die Performance auf der Switch? Wenn du sagst, da fliegt halt so viel über das Bild und hast du nicht gesehen, ähm, läuft's denn relativ stabil? Oder kommt die Switch da schon an die Grenzen? Nein. Also, ähm, ich hab's im, im, äh, HDMI-Modus, also im, im Doct-Modus hab ich's gespielt. Und klar siehst du in näherer Entfernung, wenn die, ähm, wenn das Gras quasi pop-up-t. So, du hast, du siehst immer diesen, diesen Grashorizont, der um dich herum halt die ganze Zeit langläuft, wenn du genau drauf achtest. Aber der ist jetzt nicht direkt vor dir, sondern der ist schon weit genug weg. So, da haben sie schon auf jeden Fall eine, eine leichte, äh, Performance, ähm, die Performance geschont quasi, dass eher die 30 FPS stabil bleiben als, ähm, ne? Dass es unfassbar gut aussehen muss. Klar gibt's viele auch, ähm, Texturen, Pop-Ups hast du, äh, und solche Geschichten. Aber an sich läuft's stabil und die, in Entfernung sieht's halt ein bisschen verwaschen aus. Aber es ist halt, die Switch ist es nicht, die PS4 Pro und es ist schon gar nicht irgendwie eine 1080 Ti, die da läuft, also. Ja gut, ne, die Frage ging eher, ob's wie bei Zelda ungepatcht, wo du damals ja, ne, weil der Cox halt eben doch schon der Frame-Einbrüche hattest, dass es halt schon gestottert hat. Es ist nicht wie Zelda, also, äh, ne, ne, ne. Ich, bis jetzt zumindest, hatte ich noch, ich bin schon durch Städte, durch Städte gelaufen und mir ist zumindest nicht aufgefallen, dass Frames irgendwie, äh, eingebrochen sind. Ja, klingt noch nicht schlecht. Ja, ich bin gespannt, ob's mir halt gefällt, ist bei mir halt so ein Test, weil ich bin halt nicht so sonst der JRPG-Spieler. Ja. Ja, was halt für mich halt cool ist, aber das hast du ja immer schon beantwortet, zumindest jetzt in den ersten Levels, man wird halt hingeleitet, man muss nicht sofort grinden, weil ich bin halt nicht so ein Typ, der halt gerne sofort anfängt, irgendwie erstmal nur Monster zu kloppen, um erstmal zehn Level aufzuleveln. Ja. Ja, wenn das alles so spielerisch mit Quests halt verknüpft ist und man die ersten Level halt gut durchkommt und einen Einstich hat, gehe ich mal davon aus, dass das Spiel dann auch vielleicht, äh, bei mir ganz gut passen könnte. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich vermute, dass es sogar eventuell, und ich hoffe zumindest, dass es dahin geht, dass man gar nicht grinden muss. So, für Leute, die da drauf stehen, ähm, die sparen sich dann quasi eine Spielmechanik, die dich ein bisschen besser durchs Spiel gehen lässt, aber für die Leute eben, die eher auf das westliche APG, ähm, stehen, die können halt etwas tun, ohne jetzt spoilern, großartig spoilern zu wollen, die, ähm, können was tun, was einen etwas, das Spiel halt leichter macht, ohne jetzt irgendwie einen Schalter umzulegen, der leicht heißt. Xenoblade Chronicles. Da gibt es verschiedene Schwierigkeitsstufen, oder ist eine und die ist fix? Eine, eine, die ist fix. Aber du kannst die halt, wie gesagt, schwieriger machen, so. Ja, gut, Figat, äh, wenn's, ähm, das, so würde ich es lösen, wenn ich so ein JRPG mache, ich würde halt irgendwo optionale Bosse hinsetzen, die sind dann Stufe 100, und wenn du die halt machen willst, klar, da musst du dich halt für aufleveln, die kannst dann optional umhauen, droppen halt nochmal irgendwelche Rüstungen, ähm, aber dass du halt so durch die Main-Story halt so ganz gut durchwubbeln kannst. Ja. Viele, ich zeig's gerade im, im, im Stream übrigens, viele stören sich ein bisschen an der, ähm, Comic-Grafik, so, dass die, dass die Charaktere so ein bisschen zu hart vercomikt aussehen. Mich persönlich stört das aber ehrlich gesagt gar nicht. Also, da muss man halt auch wissen, ob einem der Stil zusagt oder nicht. Ja, ich will jetzt das sagen, was du halt angesprochen hast mit dem realistischen, ähm, Facial-Animations, ich mag diese Art von Grafik oder die Zelda-Grafik mittlerweile lieber, weil sie mich deutlich mehr an ein Spiel erinnert, als tatsächlich halt ein Hellblade, wo ich denke halt, ich guck wirklich einen Spielfilm, ähm, also ich mag die Grafik. Ja. Ich find die super. Ja. Eben. Ich spiel auch lieber ein WoW, ehrlich gesagt, als, keine Ahnung, so ein hyperrealistisches. Die, die altern halt auch viel schneller, die realistischen Spiele. Ja. Ja, die, die Zelda-Grafik und die Grafik ist, oder auch die WoW-Grafik, weswegen du WoW ja heute noch spielen kannst, die ist zeitlos, die kannst du wahrscheinlich auch noch in 100 Jahren spielen. Eben. Xenoblade Chronicles 2 heißt das Spiel, über das wir reden. Ja, ich bin gespannt drauf, ich bin gespannt drauf. Ja. Sali, nix für dich? Ich hab keine Switch. Ja, bald ist doch Weihnachten. Nicht? Ich kauf mir meinen neuen Gefrierschrank. Ja. Hat der einen HDMI-Ausgang? Ja. Mit Platin? Aber sowas von, nee, ich weiß nicht, ich, ähm, ist jetzt für mich immer noch kein Spiel, wo ich sag, äh, ich brauche jetzt unbedingt eine Switch, liegt aber auch daran, dass ich einfach unglaublich viele Spiele hier liegen habe, die ich unbedingt spielen möchte. Und es mich gar nicht so in die Ferne zu einer anderen Konsole gerade zieht. Wäre bei der Switch jetzt auch nur ein Plus von drei Spielen, dass du jetzt dazu bekommen würdest, also. Oder vielleicht vier. Weil ich hab jetzt mittlerweile in dem halben Jahr, wo die Switch draußen ist, tatsächlich fünf Spiele für die Switch gekauft, was mehr sind, als ich in zwei Jahren für die Xbox gekauft habe. Ich hab das bei Mario hatte ich das so, so, oh mein Gott, Mario sieht so toll aus. Ja, und das sah auch toll aus. Und ich hab's mir in vielen, vielen Streams angeschaut, dabei auch, äh, man muss es gehen. Stimmt, Mario hab ich auch gespielt, hab ich vergessen. Mario? Mario war super. Und dann, muss ich sagen, während ich dann im ersten Moment, ja, und im zweiten Moment, wenn ich dann diese ganzen Sprungpassagen gesehen hab, hab ich mir gedacht, nö. Nö, das reicht mir komplett zum Zusehen. Wobei, Sali, ähm, kann ich dir sagen, ich bin absoluter Sprung-Legastheniker, ich kann keine Jump'n'Runs, ich bin echt der Krüppel am Pad. Ich bin richtig gut durchgekommen. Ich krieg schlechte Laune. Hm? Ich krieg schlechte Laune. Ja, aber ich auch. Deswegen spiel ich, äh, hab ich ja zum Beispiel solche Sachen wie Hollow Knight abgebrochen, weil's nachher zu viel Platforming war. Aber wenn du nicht 100% machen willst, also einfach nur quasi die Story und die Level durchspielen, das hab sogar ich ohne Salt hingekriegt. Also, und das war wirklich ein verdammt cooles Spiel. Also, ich kann die hohen Ratings halt den 90er-Plus-Bereich verstehen. Es war eine rundum geile Spielerfahrung. Ich hab's im Normalmodus gespielt. Zudem hättest es sogar noch einen Leichtmodus gegeben für Leute, weiß ich nicht, ich glaub, schlechter als ich kann keiner spielen. Aber selbst für die gibt es dann noch einen Leichtmodus. Aber ich will dann diese 600 oder 700, ich will diese Monde dann haben. Ja gut, okay, da musst du dann mit ein paar Trickjumps arbeiten. Ich kenn mich. Das ist dann schon mehr Skill am Pad, das ist richtig. Und darum, es hat mir gereicht zuzusehen. Manchmal reicht zuzusehen. Also, Sali, du hast teilweise Jump'n'Runs gespielt, wo ich gedacht hab, das kannst du dir doch nicht gerade antun. Deswegen verstehe ich diese Argumentierung gerade nicht. Ich hab zugesehen und ich hab Passagen gesehen und ich hab gesagt, würde ich kotzen. Habe ich jetzt schon keinen Bock drauf, wenn ich es sehe. Du kannst es aber nicht vergleichen. Du kannst es nicht vergleichen mit diesen Ukulele zum Beispiel. Ich hab's mit nichts verglichen. Nein, ich möchte es aber jetzt, eben gerade weil es so viel besser ist. Du bist sofort drin. Du hast es fünf Stunden gespielt und du kannst jeden Trickmove in diesem Spiel, weil es so einem das Spiel erklärt. Aber ich will jetzt keine neue Konsole kaufen. Okay, okay. Oh Mann. Super Mario ist fantastisch. Ja, gut. Also, ich hab's mir auch geholt. Ich hab gesagt, ich probier's einfach mal aus. Das letzte Jump'n'Run, was ich gespielt hab, ist halt ewig her. Ich hatte davor Super Mario auf dem Game Boy gespielt. Und ich hab's nicht bereut. Also, es hat echt Spaß gemacht. Wir haben nicht 100% gemacht, sag ich dazu. Wir haben halt eben die Story durchgespielt. Das hat mir dann auch eben gereicht. Aber das war eine schöne Erfahrung, weil halt eben drei, vier Streams oder so, für mich hat es sich gelohnt. Die Salz-Parts kommen auch erst nach der Story. Ja gut, das hab ich eben dann schon bewusst ausgelassen, weil ich bin nicht so der Completionist, wenn es nicht gerade vielleicht auf der PS4 ein super Game ist, wo ich dann mal Platin machen möchte. Also, ich muss nicht jedes Spiel irgendwie auf 100% halt prügeln. Weil ich halt genau wie Sali halt schon sagt, noch so viele Spiele halt überhaupt mal spielen will. Da kann ich mich halt nicht ewig nur mit einem Spiel aufhalten. Darum mach ich's ja auch nicht bei allen. Aber es gibt halt welche, wo ich sag so, oh, ja, und Mario wäre halt so ein Fall. Das weiß ich jetzt schon. Würde mich nicht auslasten. Weil ich habe gesehen, wie man eben diese Monde holt. Und da waren so versteckte Sachen. Und das war halt schon cool zum... Aber es war super zum Zusehen. Ich bin voll und ganz zufrieden. Reicht. Und für Mario Kart brauch ich das nicht. Mario Kart krieg ich immer nur schlechte Laune. Weil ich zu schlecht bin. Wollen wir einfach jetzt von der Switch weggehen? Oder wollen wir noch drei Stunden über die Switch philosophieren? Ja, können wir zum nächsten Spiel gehen, was auch schon draußen ist. Und zwar habe ich es einfach mal mit reingenommen, weil eventuell kennt tatsächlich ja einer von euch Shadow Tactics. Das hat ja so einen kleinen, ist getrendet, einen kleinen Hype, hat relativ gute Kritiken bekommen. Das ISO-Schleichspiel. Und da ist jetzt ein ähnliches Spiel am ersten rausgekommen. Und zwar Seven These Days Long Gone. Hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon angesprochen. Jetzt ist es halt eben draußen. Die Steam-Reviews sind auch durchweg positiv. Von daher, roundabout 25 Euro kostet das Moped. Wer halt eben so auf ISO-Klamotten steht mit Schleichen-Combat. Also man kann es halt eben entweder sneaky spielen oder man kann halt eben doch ein bisschen rumkloppen. Ich selbst bin noch nicht dazu gekommen, es mir anzugucken. Ich warte mal auf den nächsten Steam-Sale und gucke mal, ob ich es dann mitnehme. Ist im Moment nur für PC draußen. Also Steam, noch nicht, ob es geplant ist, weiß ich nicht für die Konsolen. Ich fand es interessant. Also zumindest hat es mich halt eben tatsächlich so vom Stil halt angesprochen. Hat mich so an die alten Spiele erinnert. Ihr seht es jetzt ja auch im Stream. Ich mag den Stil, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn das Gameplay sich dann dementsprechend cool anfühlt. Wie gesagt, Shadow Tactics war so der letzte Vertreter, der in dem Genre rausgekommen ist und ein bisschen Erfolg hatte. Dann ist den Leuten da auch der Erfolg zu gönnen. Also wie gesagt, das werde ich mir irgendwann gerne nochmal angucken. Shadow Tactics, das war das Daedalic? Ja, genau. Das war von dem deutschen Entwickler. Das war den gleichen Entwickler, oder was? Nee, nee, nee. Ist aber so von der Art. Achso. Also schlägt in die gleiche Kerbe. Genau, nur halt eben noch ein bisschen mehr Cell-Shading-Look. Ja gut, aber realistischer Cell-Shading-Look. Also so eher düsterer. Genau. Was ja auch nicht so schlimm ist. Sieht echt gut aus. Also das könnte man sich wirklich mal reinziehen. Ja. Sieht sehr, sehr gut aus. Ich habe jetzt gerade eben mal so ein bisschen die Trailer durchgeguckt. Übrigens, ich würde auch gerne mal auf der Switch spielen. Danke, dass du mich gefragt hast. Was würdest du gerne auf der Switch spielen? Nein, ist okay. Ist gut. Ein Anime-Game? Du willst? Das Kategorische, dass du schon gar nicht mehr nachfragst. Ich habe kurz überlegt, aber ich konnte die Frage einfach nicht ernst stellen. Ich habe mich jetzt extra zurückgehalten. Ich wollte nicht grätschen. Deswegen habe ich jetzt einfach nichts gemacht. Du brauchst nur Switch sagen. Es ist wirklich bemerkenswert. Du brauchst nur Switch sagen und dann hast du schon eine Stunde Plan gescheitert. Easy. Logisch. Ja, aber es ist, muss man ganz ehrlich sagen, Nintendo hat viel richtig gemacht. Jetzt, wo auch die ganzen nochmal nachträglich Indie-Games halt rauskommen, die sie jetzt ja Mindies, also mit Nordpol vorne, Mindies nennen, die Konsole mit der Unterstützung der Games ist richtig gut. Ja, das ist das Schlimme an der ganzen Sache. Jetzt reden wir wieder drüber. Ja. Entschuldigung. Switch. Ja. Nein, aber jetzt mal zurück zu 70's Days Long Gone. Das sieht sehr, sehr interessant aus. Also auch vom Grafikstil finde ich das sehr interessant. Deswegen hat es mich auch eben getriggert und wie gesagt, so alte ISO-Spiele habe ich eben schon lange nicht mehr gespielt. Die Shadow Tactics habe ich ausgelassen. Ja, ich sage mal, Weihnachten ist just around the corner. Da wird bestimmt wieder ein Weihnachtssail kommen. Wer jetzt halt nicht den Vollpreis zahlen will, mit Glück ist es dann nochmal rabattiert. Ich habe es erstmal in die Wishlist gepackt. Irgendwann werde ich es mir mal angucken. Empfehlung würde ich sagen, geht erstmal raus, wer halt auf dem Radar packen möchte. Deswegen habe ich es mal in die Liste reingehauen. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal ansehen. Ich habe mir jetzt eben gerade so nebenbei mal drei Trailer-Fix angeguckt. Das sieht wirklich sehr interessant aus. Also wäre so diese ganzen alten Sachen, à la Commandos, Jackson Lines und sowas. Könnte gut sein. Und ist auch nicht so teuer. 25 oder 27, ne? 25 Mark kostet das. Dafür finde ich das eigentlich recht solide. Das sieht sehr gut aus. Ja, zum nächsten kann ich leider persönlich nicht so viel zu sagen. Destiny 2 kommt das erste DLC. Und deswegen habe ich das Basisspiel schon auf der PS4 damals nicht weitergespielt. Weil just dann da, wo ich angefangen habe, ein paar Wochen nach Release, war dann schon klar, jetzt kommt in anderthalb Monaten das erste DLC. Ich hatte halt nicht den Season Pass oder habe den nicht, möchte ihn mir auch nicht kaufen. Hat Destiny 1 halt lange gespielt. Ja, Destiny 2 ist das bessere Spiel. Aber es hat mich nicht nochmal gehuckt, dass ich so hunderte Stunden wie in Destiny 1 halt rein investieren möchte, wo ich jetzt schon weiß, es kommen wahrscheinlich zig DLCs, die du halt eben dann kaufen musst, wenn du halt weiterspielen willst. Da habe ich dann irgendwann gesagt, komm, deinstalliert und gut ist. Deswegen kann ich zu dem DLC nicht sagen, ob mich dann hypt, ob mich dann nicht hypt. Spielt einer von euch noch Destiny und kann da weiter dazu sagen? Oder mittlerweile alle rip Destiny? Kein Teil gespielt und kein Interesse an Destiny. Ich hatte tatsächlich überlegt, weil auch wenn es ein Shooter ist, das wäre so was, was mich tatsächlich interessiert. So ein bisschen MMO-mäßiger. Und es ist halt von Activision, aber die werden bestimmt viel von Blizzard auch bekommen an Inside-Wissen und so. Es ist halt von Bungie, das heißt Weapon-Arts. Wie heißt das? Weapon-Game? Weapon-Play? Weiß ich nicht, ich kenne mich mit Shooter nicht aus. Ist auch Top-Wil? Meinst du Gunplay? Gunplay, genau. Das fühlt sich gut an. Auch Top-Notch bestimmt, genau. Aber ganz im Ernst, es ist einen Monat draußen und das erste DLC ist schon erschienen. Sie können mir noch nicht erzählen, dass sie jetzt nach dem Release sich hingesetzt haben und in einem Monat dieses DLC rausgepackt haben, oder? Die ersten waren doch schon in der Woche fertig, oder nicht? Ja, ja. Oder noch kürzer? Arbeiten sehr schnell. Ja, das ist halt eben genau das, was... Es ist halt... Man merkt halt, dass es eine Cash-Cow ist und die wollen sie melken. Ja, wie viele Versionen kamen von Destiny 1 raus? Es gab den Season-Pass mit zwei DLCs, dann kam nochmal ein zweiter mit irgendeinem... Nee, ein zweites Add-On und ein drittes Add-On. Also es gab vier Complete-Editions. Äh, wo soll das enden? Und da ich das beim ersten mitgemacht habe, ja, der zweite ist insgesamt das rundere Spiel und das rundere Spielerlebnis, aber ich möchte es halt nicht nochmal mitmachen, deswegen habe ich da direkt an den... Ähm... Du hast es gar nicht gespielt? Äh, nochmal an Slebi? Echt? Nee, nee, nee. Also den ersten sowieso nicht, weil... Ich könnte gerne meine Version für die PS4 zuschicken, wenn du es mal spielen willst. Vom ersten Teil, oder was? Nee, vom zweiten. Achso. Weil ich habe es halt mittlerweile deinstalliert und werde es nicht nochmal spielen. Dann kannst du zumindest in meins Basisspiel halt reingucken und ein bisschen das Gunplay antesten. Ja. Weil bei mir liegt es jetzt halt eben eh nur rum. Ich melde mich. Mach das. Ich rufe an. Ruf an. Ich habe das irgendwann weggepackt, wollte ich das nicht zweifeln. Hattest du es auch gespielt? Hm. Aber ich habe zwei Streams gespielt und habe ich es weggepackt. Ja. Also es ist cool, auf jeden Fall. Also es ist wirklich kein schlechtes Spiel, das will ich nicht sagen. Aber mich hat das jetzt nicht gepackt, so. Also was ich richtig krass fand, ist auf jeden Fall die Grafik, der Ton und die Videosequenzen. Leck mich am Arsch. Die haben mich richtig aus den Socken geballert. Am Bungee halt, ne? Alter Verweihung. Da habe ich wirklich vor dem Bildschirm gesagt, mein lieber Mann, das habe ich noch nicht gesehen. Also das fand ich wirklich echt nicht schlecht. Und das Spielsystem an sich ist bestimmt auch gar nicht so beschissen. Nur ich fand das irgendwie so, ach, weiß nicht. Ich habe das zwei, dreimal und dann... Naja, wo es mir damals schon die Hose ausgezogen hat, ähm... Bei Halo 2, die Remastered-Version für die Xbox One, haben sie ja die Cutscenes auch nochmal remastered oder neu gemacht. Das war ein Spielfilm. Ich habe gedacht, mir zieht es die Hose aus. Also die Dinger waren echt absolut topnotch. Und, äh... Ansonsten Looter-Shooter, cooles Konzept. Ich warte mal, was BioWare macht mit Anthem. Ob sie das Ding vor die Wand fahren, ob es halt ähnliches wie Destiny wird. Weil das ist halt für mich komplett neu. Und nicht halt quasi Teil 2 von das, was man schon gespielt hat. Ergo, ja... Schön ist es. Aber wer Destiny 1 nicht gespielt hat, wird wahrscheinlich viel Spaß mit Destiny 2 haben. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Mal gucken. Vielleicht erzählt bald mal jemand im Stream irgendwas für das DLC. Weil ich habe nicht mal das Hauptspiel durchgespielt. Also... Also mich interessiert es gar nicht. Was soll das kosten? Hat da gerade jemand mal so kosten? Das ist das erste Season Pass DLC. Ich glaube, der Season Pass, 40 Euro kostet der. 39. Mit zwei DLCs halt drin. Und das ist das erste von den zwei dann. Ob man die einzeln kaufen kann, weiß ich nicht. Ob sie dann 15 Euro kosten pro Stück oder so. Oder 19 Euro. Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Vielleicht weiß der Chat hat. 35 Euro steht da schon mal im Chat. Kostet der Pass, steht da. Sagt der Zim-Stern. Oh, jetzt war ich schon wieder schneller als die... Als ich... Entschuldigung, ich habe euch den falschen Link geschickt. Ups. Spoiler-Alert. Spoiler-Alert. Okay, wir können das jetzt immer eigentlich alles... auf den Titel der Sendung packen. Entschuldigung. Ich habe aus Versehen schon reingehauen. Also, du bist jetzt dann schon bei The Search quasi. Wieder ein DLC. Beim nächsten DLC. So weit ist es, Leute, dass wir uns im Dezember über DLCs unterhalten müssen. Traurig. Weil so viele Spiele rauskommen. Es muss ja immer alles im Oktober rauskommen. Und im November. Weil im Dezember zur Weihnachtssaison kauft man DLCs. Genau. Und zwar eventuell für The Search. Das Stamina-Basierte Combat-System Science Fiction Souls-like von Deck 13. Kommt am 5.12. A Walk in the Park. Roundabout 15 Euro soll er an Moped kosten. Prinzipiell für mich als Souls-like Combat-Fan würde ich sagen ein Instant-Pflichtkauf. Allerdings muss ich sagen, bin ich bei Deck 13 vorsichtig, weil ich habe das Lords of the Fallen DLC miterlebt. Okay, ich habe auch Lords of the Fallen miterlebt. War nicht ganz so geil. Von daher, da möchte ich erstmal abwarten, was da drin ist. Was das Ding kann. Also es soll in einem Theme Park in der Zukunft spielen. Da sollen halt neue Waffen, neue Rüstung, neue Bosse drin sein. Ansonsten das Combat-System aus The Search, was ich persönlich geil fand, war eine deutliche Weiterentwicklung zu Lords of the Fallen. Das hat sich relativ fluffig gespielt. Klar ist noch immer kein From-Soft-Bass Souls, aber man hat eben eine wirklich positive Entwicklung halt gesehen. Da warte ich erstmal die Reviews ab. Also no Review, no Buy. Und dann mal schauen, ob das Ding halt eben was taucht. Und wenn ja, müsste ich mir sowieso erstmal einen neuen Charme machen, weil meiner dümpelt mittlerweile im NG Plus irgendwo rum. Dementsprechend müsste ich nochmal einen komplett neuen ran machen, weil ich nicht unbedingt das DLC dann im NG Plus halt spielen möchte. Scheint nichts mit der Hauptstory zu tun haben, weil es wie gesagt in diesem Theme Park halt spielt. Hat er da von euch überhaupt The Search gespielt? Angespielt, ja. Aber nicht durch. Ich habe es einen Tag gespielt. Und dann? Musstest du weinen? Nein, nein, nein. Ich fand's... Also ich war auf jeden Fall salzig, ja. Weil ich mich auch dumm angestellt habe, muss ich zugeben. So, ich bin die ganze Zeit an dem Bonfire quasi. Das heißt ja nicht Bonfire da. Aber quasi das, was es sein soll, bin ich immer vorbeigelaufen. Und habe mich gewundert, warum ich immer so weit laufen muss. War halt dann meine Schuld. War sehr getriggert dann auch vom Chat, weil die Leute mir dann, obwohl sie es selbst noch nicht gespielt haben, die ganze Zeit sagen wollten, wie ich es machen soll. Aber ich habe es einigermaßen positiv in Erinnerung. Das Einzige, was mich nur gestört hat, ist, dass es halt eben genau die gleichen Fehler gemacht hat, wie auch... Oder was heißt Fehler? Mir haben die gleichen Sachen gefehlt, wie in, ähm... Wie in Nioh. Lords of the Fallen? Achso. Wie in Nioh. Nee, Lords of the Fallen habe ich gar nicht gespielt, muss ich zugeben. Wie in Nioh. Und zwar hat dir das Spiel in fünf Stunden mehr oder weniger alles vorgestellt. Und danach hat es sich halt nur noch wiederholt. Also, ähm, Gegnertypen kamen nicht mehr hinterher. Ähm, die, die, die Atmos... Also, die Welt blieb die gleiche. Es war halt nur noch in dieser riesengroßen Fabrikhalle bis zum Ende. Ähm, und bei Nioh war es halt genauso. Nioh hatte ein unfassbar gutes Kampfsystem. Das fand ich jetzt bei The Surge auch gar nicht so schlecht. Also, manche schreiben, es war clumsy. Ich fand's jetzt nicht so clumsy. Ich fand's eigentlich relativ ansprechend. Ähm, aber... Es war wohl sehr abhängig, mit welcher Waffe du halt spielst. Spielst du natürlich eine dicke, ich nenn's mal, Zweihandwaffe, warst du halt schon relativ träge a la Lords of the Fallen. Hast du aber mit einem Stab oder einer Einhand gespielt, ging's doch relativ schnell. Sie haben ja auch die Rolle quasi abgeschafft, ähm, zum Dash, den du ja in Bloodborne mehr oder minder hast. Das heißt, du konntest relativ schnell nach links und rechts dashen. Also, es hat schon mehr Geschwindigkeit als Lords of the Fallen gehabt. Also, das fand ich schon in Ordnung. Ja, das Problem, was du mit dem World Design sagst, das sehe ich genauso. Viele schreiben halt Souls-like drauf und machen daran nur die Schwierigkeit fest oder ob ein Stamina-Balken dran ist, aber vergessen, das, was für mich auch ein Souls-like ausmacht, das World Design oder das Level Design. Da hat halt Nioh, muss ich sagen, auch was ich vom Combat, wie gesagt, sehr gut fande, sogar fast mit eines der besten Souls-like. Aber das World Design in Nioh war halt langweilig, weil einfach nur eine Mission starten, vom Hub in die Welt gehen, Missionen machen wieder zurück, ist halt wenig Immersion. Das heißt, das World Design quasi nicht existent. Das hat wir, ähm, hat, ähm, The Search besser gemacht, weil die haben halt sehr, sehr viel halt mit Shortcuts gearbeitet, also zumindest das Level Design. Ich will jetzt nicht sagen World Design, weil die Welt an sich war ja untertrennt durch die Bahn, ne? Du konntest ja auch in verschiedene Level fahren, aber das Level Design an sich in The Search fand ich schon ziemlich, ziemlich geil. Also ich hab mich sehr oft auch verlaufen, bis ich die Wege irgendwie drauf hatte, weil tausend Wege mit tausend Shortcuts, das fand ich deutlich besser auch als in Lords of the Fallen. Also sie haben schon dazugelernt. Das ist halt eben die Frage, was sie jetzt im DLC dazugelernt haben, ob es halt ein gutes DLC wird oder ob es eher so eine Cash-Cow ist. Deswegen möchte ich da erstmal abwarten. Wenn es ein gutes ist, würde ich es mir gerne angucken. Wenn nicht, hoffen wir, dass irgendwas... Ich hab irgendwo gesehen, dass Lords of the Fallen 2 in irgendeiner Release-Liste stand. Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Gab's da irgendwie eine Meldung? Nee, oder? Nö. Da muss ich mich halt mal fragen. Ich hab's gemacht. Stand irgendwo bei Releases, dass da tatsächlich Lords of the Fallen 2 nächstes Jahr kommen soll. Ich dachte mir nur, what the fuck? Hab ich mir noch nichts zugehört. Ja. Lords of the Fallen fand ich auch gut. Ja. Hab ich auch gemacht. Also mit dem Spiel hab ich auf Twitch gestartet und ich find's... Ich fand's gut damals. Ja, ich hab Plattchen gemacht. Also ich fand's nicht schlecht, aber es ist halt eben das schwächste Souls-Like, find ich persönlich. Und The Search ist halt eben stärker. Ich find's super langweilig. Also vom Aussehen einfach her. Man muss das Setting mögen. Fabrik habe. Und das ist für mich der Hauptgrund, warum ich dieses... Und ich hab's hier, Stefan hat's gespielt, warum ich mich null damit anfreunden kann, weil einfach nur Fabrik da ist. Ja, das hatten auch viele bei mir im Chat. Also es ist halt eben nicht dieses Fantasy, Dark-Fantasy-Setting, sondern du hast halt eben Sci-Fi. Und das ist halt steril in irgendwelchen Hallen mit Robotern. Das musst du mögen. Mein Geschmack hat's genau getroffen. Abwechslungsreich. Aber es ist so... Es ist halt nur diese... So, so... Näh. Fand ich sehr... Das hat mir gar nichts so gesagt. Ich fand den Stil gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Aber es hätte... Sie hätten mehr Abwechslung zum Ende hin halt bringen müssen. Genau das Gleiche, was eben Nioh nicht gemacht hat. Nioh war jetzt kein schlechtes Spiel, weil Serium zum Beispiel schreibt, dass es Geschmackssache ist. Mir hat Nioh auch Spaß gemacht, die Stunden, die ich gespielt hab. Trotzdem wünsch ich mir eben von dem Spiel, das in die gleiche Kerbe schlägt, wie die Souls-Spiele, dass sie halt nach und nach immer neue Sachen reinbringen und neue Gegnertypen. Wenn du halt immer nur den gleichen Gegnertyp hast, der einfach nur mehr HP und mehr, weiß ich nicht, Moves hat, dann wird mir das halt irgendwann langweilig. Jetzt ist er ein Mini-Boss. Jetzt ist er ein Trash-Gegner. Genau. Denn da kommen fünf von ihm. Genau. Ja, es war schon... Also Nioh... Ich glaub, Nioh war einfach zu lang. Sie hätten es einfach kürzen sollen. Und den ganzen wiederholbaren Krempel einfach, der nicht storyrelevant ist, rausnehmen und dafür halt eben auch das Level-Cap halt runter schmeißen. Ich glaub, die wollten halt einfach zu viel. Und deswegen hat es sich halt nachher so gestreckt halt angefühlt mit der Reputation. Ist das ein Mord? Von den ganzen Bossen, die halt irgendwie recycelt wurden, das war halt eben schon schade. Ja. Das hat das ganze Spiel kaputt gemacht, finde ich. Das hat das ganze Spiel kaputt gemacht, finde ich. In Bloodborne wurde jetzt nach zwei Jahren noch ein neuer Gegnertyp entdeckt, der bis jetzt unbekannt war. Ja, aber das Ding ist, man vergleicht gerade den Lamborghini mit einem Trabi. Versteht ihr? So Souls-Games sind halt, da sitzt halt wieder sowas wie, wie hieß der bei Konami, der Fuzzi? Kojima. Kojima? Kojima ist einfach so ein unglaubliches Genie und der sitzt wahrscheinlich bei irgendeiner sitzt bei Fromsoft auch drinne und da kommt keiner ran. Da kommt niemand, es wird kein Bloodborne geben, es wird nie einen Nachfolger von Dark Souls geben, der Stil ist vergeben. Es ist vorbei so. Also diese Sparte wird nie gefüllt, außer dieses Spiel bricht irgendwann ab. Und da kannst du Roboter nehmen, da kannst du Neo nehmen, was ein unglaublich geiles Kampfsystem hatte. Also wirklich super durchdacht mit diesen ganzen Figürchen und Bonis und Schnodder und Schmeißen und die Welt sieht cool aus und nach drei Stunden stellt sich fest, oh scheiße, die nächste Welt sieht ja oh, sieht schon wieder so aus. Okay, tschüss. Es geht, das kann nicht jeder und man kann ja nicht sagen, dass Neo jetzt nicht gut ausgesehen hat. Also Neo war richtig krass, aber das Recycling war halt zu viel und das hast du ja bei, du hast ja selbst bei Dark Souls ist jedes DLC sieht anders aus. Also das ist ja, du hast ja deine Karte und sobald du einen Schritt oder einen Tunnel durchgehst, oh, wo bin ich denn jetzt hier? Ganz neu spielen. Und das wird, glaube ich, kriege ich keiner hin. Das ist halt eben noch die Stärke, die FromSoft halt eben hat, halt eben dieses kreative Level- und World-Design und das fehlt den anderen. Die sind halt damit, ich will jetzt nicht sagen, überfordert, halt erstmal ein Combat-System hinzukriegen und dann bleibt wahrscheinlich nichts mehr fürs World- und Level-Design übrig. FromSoft hat vorher auch Amard Core und Kingsfield gemacht, die heutzutage keiner kennt. Also, ne, die mussten auch erst da hinkommen, wo sie heute sind. Nein, nein, deswegen habe ich ja gesagt, ich möchte nicht auf Deck 13 hauen, Lob geht raus, ich hatte so mit Surge mehr Spaß als mit Lord of the Fallen und wenn sie diese Sprünge nochmal zu den weiteren Spielen machen, kaufe ich die auch gerne und streame die auch gerne wieder, nur ob ich jetzt direkt blind das DLC kaufe, weil ich bin mittlerweile no review, no buy, ich möchte erst bitte wissen, was ich kaufe und gerade weil das erste von Lords of the Fallen eher so durchwachsen bis nicht so gut war, abwarten, wenn es gut wird, wird man es wahrscheinlich bei mir irgendwann nochmal sehen. Übrigens, das hat jemand bezüglich dieser neuen wunderbaren schönen Thematik der Lootboxen hat gerade noch eine Frage gestellt. Ich glaube, wir werden heute darüber noch ausführlich reden. Gehe ich ganz stark von aus. Reden? Wir kommen da nicht weg von, verdammt. auf die Thematik war ich heute eigentlich nur, habe ich mir die ganzen zwei Wochen aufgehoben. Selbst Nintendo hat heute kein Fatback gekriegt, so, das kommt heute Abend. Oh Mann. Ja, das nächste Spiel dürfte zumindest die Macher bekannt sein, und zwar von Bohemia, den Machern von von Arma zum Beispiel. Die bringen jetzt ein, ich nenne es mal Survival Crafting raus, ist schon seit längerer Zeit in der Closed Alpha, Closed Beta, jetzt kommt es in den Early Access, und zwar am 6.12., ich hoffe, ich spreche das richtig aus, nennt sich Y-Lands. Spricht man dazu aus, Labby? Ja. Und ja, da kann dann halt eben Survival gecraftet werden, wie gesagt, ein weiteres Early Access. Ich mag persönlich den, boah, wie nennt man den Grafikstil? Polygon? fotorealistisch, Polygon, ja, auf jeden Fall sieht er jetzt den Trailer und ist halt ein renommierter Publisher halt dahinter. Oder ganz kurz, was hast du gerade gesagt? Ja, ist okay. Hast du dich gerade versprochen oder habe ich gerade irgendwie schlechte Empfänger? Wie war das nochmal? Ein bekannter, sagen wir das so. Sehen wir dann demnächst Y-Lands RPG oder was? Ja, wahrscheinlich. Nee, wahrscheinlich sehen wir das neue DayZ. Noch 27, 28, 20. Tausend Jahre im Early Access ist. Da reden wir auch später drüber. Spoiler doch nicht in Spoiler Learn. Entschuldigung! Ich mag diesen Grafikstil halt einfach und hab das Spiel halt eben schon in der Alpha und Close Alpha, Close Beta irgendwie mitverfolgt, wer es auch immer mal wieder gestreamt hat, war der Hirnsturz. Da er hatte auch Zugang und es sah halt eben ganz interessant aus, was daraus wird. Klar, Early Access kann halt eine unendliche Geschichte werden, ob es jemals dann halt rauskommt, weiß man auch nie, aber zumindest so der erste Eindruck, was man so sieht, kann man vielleicht mal reinschauen. Gerade wenn halt der Monat halt nicht so stark besetzt ist mit Spielen und man tatsächlich Hände irgendwas Neues sucht, um mal ein bisschen irgendwo sich reinfummeln zu können. Das Vertrauen ist leider arg missbraucht. Habt ihr das Wortspiel gewählt? Arg missbraucht? Okay, das ist echt missbraucht. Aber arg haben sie doch nicht verbrochen, oder? Gott, genau so ein Schrott. Naja, aber können sie ja nicht. Also es ist rausgekommen und es funktioniert, aber deren PR und was sie da gemacht haben, ist eigentlich auch, das Vertrauen ist da auch weg, so. Ja, lustige Geschichte bei arg. Den ersten Abend, wo es aus dem Early Access raus war, hab ich gedacht, ich guck mal rein, ich hab halt schon seit Jahrhunderten die Early Access, hab die halt nie gespielt und hab dann arg tatsächlich den ersten Tag, als es Release war, gestartet und es war direkt im Tutorial ein Fehler drin, dass du die Blueprints nicht mehr lernen konntest. Ja, wurde schon reported im Steam-Forum, ist bekannt, kam halt mit dem 1.0-Final-Patch, ist buggy, wir arbeiten dran, hab ich direkt wieder deinstalliert und das mit dem Release-Ding, ey, ich hab gedacht, das kann doch nicht sein. Naja, okay. Aber Bohemia, nochmal kurz, weil die Leute das schon wieder nicht verstanden haben, Bohemia hat mit Ark nichts zu tun. Aber DayZ hat schon was mit denen zu tun. Also Early Access hat Bohemia, also Bohemia nicht per se, aber Leute von Bohemia haben ja Early Access sozusagen uns gebracht. Und Bohemia kann sich einfach, es tut mir leid, aber die können einfach mal gehen, so. Können gerne noch 10 Spiele machen. Mal sehen, ob sie das Vertrauen wiederkriegen, wenn das in 6 Jahren rauskommt. Wann wurde DayZ nochmal ganz kurz angekündigt für das Final? Gibt das schon ein Release oder sind wir dann währenddessen schon umgezogen auf einem anderen Planeten? Nein, das ist halt eine News, über die wir später noch sprechen wollten eigentlich. Aber da können wir ja gerne jetzt nochmal drüber reden, ne? DayZ, aber DayZ war ja auch nur eine Mod von Arma, also hat sie auch jetzt nichts unbedingt mit. DayZ Standalone? Ja. Ist DayZ Standalone? Ja, genau. Ja, das ist ein eigenständiges Spiel. Genau, also auch nicht von Bohemia. Aber Bohemia sitzt ja da mit drinnen. Ja? Da sind ja Leute abgespittert da rein. Okay. Nun, DayZ hat gesagt, dass in 2018 jetzt definitiv das Spiel aus dem Early Access kommen soll und es jetzt auch eine Beta geben soll im nächsten Jahr. Oho! Versprechen sie hoch und heilig. Oho! 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 Mann, Mann! Vielleicht schaffen sie sich es ja noch früher als Star Citizen rauszukommen, wo ich das gerade im Chat lese. Oder vielleicht müssen sie noch drei Milliarden Euro einnehmen. Wobei, dann wäre jetzt die Gegenfrage, ich weiß nicht, ob du die Antwort kennst. Seit wann gibt es denn das Spiel im Early Access? DayZ? Ja. 2013. Weißt das hiermit? 2013. Und zwar ganz exakt. Ich habe es seit dem ersten Tag gespielt. Okay. War das schon fünf Jahre dann? Ja. Fünf Jahre Early Access und das war nur Money Grab. Bin eine Minute weg, ich muss mir schnell die Hände waschen. Ja. Das war nur den Money Grab, mehr war das nicht. Ja. Und das Spiel wird niemals rauskommen. Und das Schlimme ist, dass Early Access Titel schon diesen Ruf weg haben. Also die Survival Early Access Titel haben schon den Ruf weg. Selbst wenn ich Tarkov liebe, glaube ich nicht, dass es rauskommt. Nein. Nein. Ja, es wird halt mit dem Treu und Glauben halt der Consumer halt eben gespielt. Das ist halt eine schwierige Geschichte. Die Frage ist, wie willst du das anders reglementieren? Das heißt, da müsste sich dann als Team halt irgendwelche Reglements überlegen, wie lange sowas halt prinzipiell halt gehen darf. Eine Early Access, einen Entwicklerplan oder so, das ist halt alles ja im Moment nicht näher definiert, wie die Abläufe halt sind. Das kann halt ein Early Access von einem Jahr sein, das kann ein Early Access von fünf Jahren sein. Währenddessen hast du aber schon DLCs für Early Access Titel, wie im Falle bei Ark, wo du auch sagst, okay, wie kann denn bitte jetzt für ein Early Access Spiel schon ein DLC rauskommen, ein kostenpflichtiges, zeitgleich kommt dann der Konsolenrelease, der Final ist, weil Playstation ja eigentlich keine Early Access Titel zulässt. Das sind halt Geschichten, wo man sich halt eben fragt, so ganz koscher ist das halt nicht. Du musst halt wissen, wenn du als Spieler ein Early Access Spiel kaufst, dass es vielleicht nie erscheinen wird. Das ist halt das Risiko dabei. Entweder wartest du, bis es draußen ist und es keiner mehr spielt, weil der Hype vorbei ist oder du spielst es jetzt, aber unfertig. Oder es ist so gut, dass es sich lohnt, zweimal zu spielen. Es gab genauso Spiele. Ja, wobei, selbst Spiele, die sich lohnen, eventuell zweimal zu spielen, ich sag jetzt mal, ich hab jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber ich glaube, Subnautica ist immer noch im Early Access, ne? Weil die wollten ja eigentlich schon schon letztes Jahr nach der Gamescom irgendwie releasen und sind ja immer noch nicht released. Und da zieht sich ja auch, wobei das ja eher vom Umfang mittlerweile eines der positiveren Beispiele halt für ein Early Access ist, aber fertig wird es auch irgendwie nie. Nee. Es fühlt sich auch nicht fertig an, muss ich zugeben. PUBG ist übrigens auch überfällig. Stimmt. Ist Dezember, ne? Und seit August diesen Jahres. Ist ARK eigentlich mittlerweile erschienen, wo wir gerade dabei waren? Ja. Ja, echt? Hab ich ja gerade gesagt, also just in dem Moment, wo es erschienen ist, wollte ich es ja spielen und da war es komplett buggy und das Tutorial war broken. Ich glaube, jetzt kostet es 60 und am Anfang hat es, glaube ich, 70 kostet es. Oder 50? Müsste ich, warte mal, ich gucke lieber nochmal. Ja, genau wie The Happy Few. Das ist auch mittlerweile aus dem Early Access. Kostet jetzt auch irgendwie 60 Euro. Keine Ahnung, ob das nochmal einer gespielt hat. Das wollte ich mir auch immer mal angucken. Das ist schon draußen? War das nicht so ein komplettes Mess, als es im Early Access damals erschienen ist? Ja, alle dachten, es geht ja so in diese Bioshock-Richtung und dann war es ja irgendwie auch so ein Survival-Ding und mittlerweile wollen die 60, 70 Euro haben. Für Konsole? Im Februar nächsten Jahres kommt es sogar für die Playstation dann raus. Genau. Kann man es nämlich vorbestellen im Store. Tu es nicht. Du hast es gespielt? ARC werde ich mir vielleicht mal auf der Konsole anschauen. So, aber erst, wenn es mal ein günstiges Angebot ist. Einfach, um es mir mal, ne? Ich schaue mir die Sachen gerne auf der Konsole an. Mal gucken. Platin holen. Es ist so, also, es ist halt traurig. Es ist halt wirklich sehr, sehr traurig, dass du mit diesem Mindset mittlerweile schon rangehst. Ja, ich hatte, bei PUBG hatte ich wirklich sehr viel Hoffnung. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich sehe das Spiel auch nicht aus der Early Access kommen. Die haben so viel Geld verdient, dass das einfach so, bei denen ist das wie DayZ. DayZ hat so viel geschöpft, dass denen das eigentlich relativ frucht sein kann, ob das überhaupt noch rauskommt oder nicht. Ich könnte wetten, bei DayZ arbeiten heute nur noch zwei Leute drinnen. Mittlerweile. Ich habe da mal eine Frage. Ihr kennt euch das sicher aus. Minecraft kam doch eigentlich auch nur als Early Access damals, oder? Minecraft war der Erfinder von Early Access. Und ist Minecraft denn jemals released worden? Ja, klar. Ah, okay. Also, irgendwann haben sie dann auch wirklich ... Das war noch unter Notch. Ich weiß es nicht. Unter Notch haben sie es noch rausgebracht. Version 1. Mittlerweile ist ja Version 1.12, glaube ich, schon draußen. Und sie entwickeln es immer noch weiter. Was allerdings als Early Access rausgekommen ist, dann aber anscheinend nie offiziell gecancelt, aber auch nie offiziell released wurde, war Cube World, ne? Das hat ja auch so einen kleinen Hype und das ist ja dann irgendwie weg. Wir reden hier nicht über Cube World. Ach so, gibt's hier Geschädigte? Um noch mal ganz kurz, weil das gerade im Chat stand, was das Problem an der ganzen Sache ist, dass der Entwickler dein Vertrauen missbraucht, indem er dir erzählt, dass ein Spiel released wird, aber es nicht getan wird. Es ist scheißegal, ob du Spaß hast oder nicht. Er verliert seine Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit. Äh, Poop G zum Beispiel hat schon zweimal Release verschoben. August, Dezember verschoben. Was macht die Community? Hat keinen Bock mehr darauf. Mich wundert es, dass sie so lange durchgehalten haben. Aber du wirst nie wieder den Fuß fassen, wenn du einmal Dreck am Stecken hast. Ich sag nur, äh, war sie. Wir haben mittlerweile so viel Dreck am Stecken, dass du nur einen Entwickler da drinne brauchst oder sonst irgendwas, dass, dass tausende, aber auch abertausende Menschen nicht mehr spielen. Dieses, äh, das Wild West, äh, Ding hier, wie heißt das? Wild West Online ist vom selben Macher, brauchst du gar nicht anfassen. Todgeburt. Da ist ein Typ von den Jungs drin, ist eine Todgeburt. Sehr wie es geht, wenn Bluehole irgendwo anders rangeht oder, oder weiß ich, wie heißen die, Daybreak oder so, das wird kein Mensch mehr kaufen. Das wirst du einmal machen, das machst du zweimal und irgendwann hast du auch keinen Bock mehr auf den Scheiß, weil die dir ständig dann anlügen. Naja, es ist halt eben ja ein Vertrauenspiel. Im Endeffekt war es ja erfunden von kleinen Indie-Entwicklern, die halt eben, ähm, keine Kohle hatten, aber eine coole Idee nach dem Motto, ey, das könnt ihr schon spielen, das möchte ich umsetzen, dafür brauche ich die Kohle, wir packen es in Early Access, ihr finanziert quasi die Mitentwicklung und den, ähm, und das Bugfixing von dem Spiel halt, was irgendwann dann rauskommen kann. Nur viele schwarze Schafe, ich meine, die Storyboy halt nicht erzählen, machen es halt eben nicht und das Geld fließt, was weiß ich wohin, in neuen Lambo oder was weiß ich wo, aber nicht ins Spiel. Die Spielerzahlen, Hexor, die werden sinken. Lass das nochmal zweimal verschieben, lass das nochmal dreimal verschieben und dann sind die Streamer nämlich da, die was zu sagen haben und dann spielt's kein Summit mehr und dann spielt's kein, äh, Dr. Disrespect mehr und dann, oh Wunder, das wird ganz, ganz schlecht, ganz, äh, ganz große Wellen schlagen. Warte nur drauf, es geht schon los. Und das ist eben die Sache mit PUBG. PUBG trägt sich nur durch die Streamer, die's spielen, weil sie im Prinzip nur die waren, die das Spiel dazu gemacht haben, was es jetzt ist. So, Twitch hat PUBG gemacht, nicht Bluehole. Bluehole hat's nur entwickelt, aber für den Erfolg war Twitch zuständig oder die Streamer, die's gespielt haben eben. Ähm, und natürlich auch die Viewer, die's zuge, die zugeguckt haben, weil es war halt ein Viewer. Plus die vielleicht PR, wie er an die Influencer halt rangetreten ist, um das Spiel halt eben erstmal den schmackhaft zu machen, dass sie's halt spielen. Also da steckt sicherlich viel, viel Marketing dahinter, ähm, dass das halt eben dann irgendwann trendet. Absolut. Ähm, sollte jetzt tatsächlich ein Epic Games jetzt mit, mit, ähm, ihrem, wie heißt das? Fortnite. Fortnite, äh, Battlegrounds da noch ein bisschen mehr nachholen, weil technisch sind sie sowieso schon weiter. Ähm, dann, ne, die überlegen ja momentan auch, ob sie's nicht ein bisschen realistischer machen und eben von der Comic-Optik ein bisschen weggehen und es schöner machen. Trotzdem könnte es auch sein, dass wenn, wenn, äh, Bluehole es tatsächlich durchzieht und jetzt, äh, noch eine neue Map rausbringt, was sie ja auch eigentlich planen, dass es dann wiederum eventuell wieder einen neuen Schub bekommt. Also. Ja, wobei, das, was ich zumindest gehört hab, dass viele zwar sagen, ja, okay, eine neue Map wäre cool, aber sie sollten bitte erstmal die an der anderen Bug fixen, anstatt schon wieder irgendwas Neues rauszubringen, was dann vielleicht verpackt ist. Ja, eben. Also ich seh das als eine Problematik, weil, äh, also ich freu mich, ich freu mich in der Tat über PUBG und ich hab mich gefreut, dass es im August rauskommt, aber mein, mein Vertrauen ist auch mittlerweile wieder missbraucht, weil sie schon zweimal verschieben. Also wenn ich schon wieder höre, dass sie Dezember schon wieder verschoben haben, ich mein ganz ehrlich, was soll das? Und das bin ja, das bin ja nicht nur ich und dann können ja, können ja die, die Spielerzahlen können ja gerne noch steigen, aber sobald das Ding nicht mehr steigt auf Twitch und auf keine Events mehr geht, ist das Ding tot. Dann spielt, spielen es weniger, ist dasselbe bei Heinzee so. Die, die Zahlen sind auch nicht mehr erwähnenswert, das sind dann, weiß ich, das ist dann wie bei WarZ, da treffen sich dann 90% aller, äh, aller Hacker, so die Hacker-Elite trifft sich dann in dem Spiel. So der, ich will nicht sagen, der Abschaum der Spielwelt, das will ich so nicht sagen, aber also, ne, ihr versteht, wie ich das meine. Es ist aber auch ein zweifneidiges Schwert, Dizzy, klar ist, ist gerade der Early Access mittlerweile ja mit den schwarzen Schafen dafür bekannt, dass es eben aus komischen Gründen verschoben wird, ne, Cash-Grow weiter melken, aber andersrum hast du halt eben, du ärgerst dich über Spiele, wie zum Beispiel Mass Effect Andromeda, wenn es halt zu früh rauskommt und locker noch ein Jahr Entwicklungszeit gebraucht hätte und man bejubelt dann Leute wie, was weiß ich, CD-Red, die halt sagen, Cyberpunk 2077, ja, nee, nächstes Jahr, nee, 2019, ja und wenn es dann nicht fertig ist, dann kommt 2020, when it's done. Da wird dann irgendwo der Publisher halt bejubelt. Klar, der hat vorher auch nicht unser Geld genommen und macht damit irgendwelche Dinge, die wir nicht nachvollziehen können. Das ist halt eben das, weil es so viele schwarze Schafe gibt. Ich glaube, da ist er vielleicht, vielleicht Steam, die Publisher-Plattform gefragt, um da halt irgendwie Business-Pläne zu veröffentlichen. Ich meine, du kannst auch nicht irgendwo zur Bank gehen und sagen, ich möchte ein Haus bauen und die geben dir dann eine Million an Kredit und wann das Ding dann fertig wird, ja, das habe ich nie geplant, in fünf, in zehn, in 20 Jahren, niemals. Das heißt, ich glaube, da müssen halt mehr Regelungen und Transparenz halt geschaffen werden, dass, wenn man halt eben als Consumer investiert, auch ein klares Ziel hat, wann das Ding halt fertig sein soll und da auch irgendwie Strafen, sprich, das Ding muss down genommen werden, wenn es die irgendwann nicht erfüllt, weil da ja das Investor-Geld drin steckt. Ja gut, bei CD-Red ist es was anderes, weil die halt eben tatsächlich eben mit eigener Kohle arbeiten beziehungsweise mit polnischen Fördergeldern. Da stecken wir als Consumer ja nicht drin. Nur als Beispiel genannt, wir hat viele verschiedene ja dann das Spiel, wenn es nicht fertig ist, weil ich tatsächlich eher begrüße, als eine Backhölle zu spielen. Ja, das ist, das Ding ist halt, wenn du irgendwann, ähm, weil die Frage schon zweimal hintereinander kommt, was erwartest du? Eine 1-0. Ein fertiges Spiel. Eine 1-0. Und wenn ich sage, mein Plan sagt August, dann sage ich August. Dann kann man sich vielleicht mal vertan haben und sagt, mh, okay, Leute, doch lieber Dezember 1-0, dann im Dezember 1-0. Aber irgendwann, wenn dein, dein Chef oder du als Angestellter zu deinem Chef gehst und sagst, du kriegst es dreimal nicht geschissen oder zweimal nicht geschissen, das ist die Erwartung, die du hast. Es geht nicht darum, dass PUBG, äh, dass PUBG funktioniert und dass man Spaß daran hat. Das stelle ich nicht in Frage, absolut nicht. Aber eine 1-0, backfrei, wäre schon mal eine Wolke. Und das kann man ja wohl bitte mal erwarten. Ja, und wenn wir schon, wenn wir mittlerweile in 2017 so weit sind, dass wir das mit uns machen lassen, na dann Prost Martheit. Dann haben wir nächstes Jahr 2018 nur noch beschissene Lootboxen und nur noch Early Access. Weil, es ist mittlerweile so weit, wenn ich das im Chat lese, was erwartest du? Unsere Erwartungen wurden so weit runtergeschraubt, dass du uns einfach einen Napp geben kannst, wo einer reingeschissen hat und das fressen wir. So, und darüber denk mal nach. Sind wir so weit, dass wir nicht mal mehr den Anspruch haben an ein Entwicklerstudio, was uns was erzählt, dass wir das glauben können? Weil PUBG kannst du mittlerweile zum Beispiel Bluehole nach zweimal verschieben, kannst du auch nichts mehr glauben. Und deswegen sind Leute auch schon wieder zu Fortnite gewechselt und werden von Fortnite auch weiter weggehen, weil das genau dasselbe in grün ist. Und dann ist die Frage, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Ich bin an dem Punkt, wo ich es nicht möchte. Wo ich mir sage, hey Bluehole, ich mag dich, du hast alles gut gemacht, du hast die Marketing-Strategie war super, dein Spiel funktioniert, es macht Spaß, aber hey, ich glaub dir nichts mehr. Was du mir jetzt sagst, nee, I don't care, was eure Patchnotes sagen oder wann ihr rauskommt, das ist genau das Video wie Star Citizen zum Beispiel. Star Citizen wird in meinen Augen auch niemals erscheinen und da können die mir erzählen, was die wollen. Ich glaub da auch nicht mehr dran. Es ist vorbei so, mein Vertrauen habt ihr missbraucht, tschüss, wenn es rauskommt, okay, guck ich es mir gerne an. Und darum geht es einfach, dass wir vielleicht als Konsumenten unsere Ansprüche nicht so runterschrauben und dass wir nur noch von der Schuhsohle essen. Und so sehe ich das mittlerweile, wir essen nur noch von Schuhsohlen, unfällige Sachen. Und ja, ich spiele Tarkov. Ich spiele Tarkov und habe 150 Euro dafür ausgegeben und ich finde es genauso scheiße. Und genau an derselben Stelle finde ich es genauso schlimm, dass ich es überhaupt a. spiele und b. dass das genau dasselbe in Grün sein würde. Aber das sind meine Ansprüche, gehen dadurch nicht weiter runter. Leute, ich erwarte das von den Studios, wenn sie was sagen. Dann sollen sie gleich sagen, hey Leute, wisst ihr, wir haben uns ein bisschen verschätzt und wir haben uns vielleicht ein bisschen übernommen. Wir schaffen es erst 2018. Aber dann erwarten wir doch, dass sie das zu dem Termin schaffen und nicht fünf Jahre im Early Access. Ja, aber das ist halt der große Unterschied zwischen Entwickler, der einen Publisher hat als Geldgeber oder einen Early Access, wo wir quasi der Publisher sind, weil die unser Geld bekommen. Guck dir jetzt halt zum Beispiel an, ein Bioware, ne, sagt EA, Mass Effect Andromeda ist dann und dann fertig. Dann sagt EA, okay, dafür kriegst du Kohle. Dann kommt Bioware und sagt, ja, wir werden nicht ganz fertig. Okay, kriegst du noch einen Monat dran oder zwei, aber dann muss das Spiel erscheinen. Und dann erscheint das Spiel auch, weil die halt nicht weiter finanzieren wollen. Oder im Falle Visceral Games, euer Star Wars ist scheiße, was ihr da produziert habt. Okay, wir machen euch dicht. Das erscheint nicht. Ripp. Und das ist halt bei Early Access anders. Die spielen halt mit unserem Glauben, wir finanzieren die und die kriegen unser Geld und arbeiten damit und versprechen uns was, was sie da nicht umsetzen und verschieben es halt immer weiter nach hinten. Das Problem ist nur... Und das würde halt nie beim Publisher funktionieren. Das Problem ist nur, dass ich ja dann jetzt nicht hingehen kann und sagen kann, so, ihr seid entlassen, ihr habt eure Arbeit nicht gemacht. Ganz genau. Geht nach Hause. Guckt zu, wie euer Brot auf den Tisch kommt. Ich habe zu dem Ganzen gar nicht so viel zu sagen, weil ich habe bis jetzt eine Early Access gespielt. Die habe ich geschenkt bekommen. Das war vor knapp drei Jahren und das war Darkest Dungeon. Und das habe ich damals gespielt. Das war damals schon super. Ich bin überhaupt kein Fan von den ganzen Sachen. Ich habe das gerade gelesen. Früher gab es Demos. Ich habe eine Demo gespielt. Ja, okay. Wenn das Spiel dann erscheint, dann hole ich es mir. Gut, da ich aus der Konsolenwelt komme, wir haben das ja im Allgemeinen sowieso nicht so vertreten. Langsam kommt es, es schwappt es so ein bisschen auf die Konsole, was man mal... Wie heißt das? Das ist jetzt so auf die Konsole bekommen, was man ja jetzt bezahlt, aber was später kostenlos wird. Wobei, da frage ich mich, wie sie das geschafft haben. Das ist eben auch ein Punkt. Sony mag ja keine oder möchte keine Early Access auf der Konsole haben. Und wenn du mal in den Mediamarkt oder Saturn gehst und dir die Box von Fortnite anguckst, da steht ganz, ganz klein, vielleicht unten auf der letzten Seite im Kleingedrückten ist nicht die finale Version Early Access. Das heißt, sie verkaufen es eigentlich unter dem Deckmantel, wenn man sich nicht genau informiert unter einem fälligen Spiel und du kriegst halt eine Early Access. Ganz genau. Da könnte man rein theoretisch vielleicht schon sagen, ist das nicht schon irgendwie Richtung Betrug oder so? Das Thema hatten wir vor ein, zwei Monaten, als das Spiel eben angesagt worden ist und ich habe im PSM-Store nachgeschaut und geguckt und geguckt und da stand es eben nirgendwo. Das ist sowas, wo ich dann auch langsam anfange und sage, das geht gar nicht, aber ich besorge mir keine, ich würde zum Beispiel unglaublich gerne Subnautica spielen. Ich bin Subnautica, sieht toll aus, ist genau meins, es ist unter Wasser, es gibt Fische, mache ich nicht. Ich hole mir diese Early Access nicht. Und das ist auch gut. Ich warte und wenn es erscheint, ist gut und in der Zwischenzeit habe ich zigtausend andere Spiele, die ich spielen kann. Nö, hole ich mir nicht. Und es gibt einige, wo ich sage, das sieht schon toll aus. Ich denke mal, Early Access ist genau wie die Lootboxen, die gucken halt, was sie halt machen können, wie weit wir halt eben bereit sind zu investieren, treu und glauben sind. Irgendwann wird die Blase wieder zerplatzen, genau wie bei den Lootboxen, genau wie viele andere Dinge halt gehypt waren und dann irgendwann wieder verschwunden sind. Es gibt halt eben Positivbeispiele für den Early Access, es gibt Negativbeispiele und ich sage mal, das muss jeder für sich selbst ausmachen, ob er halt wie Sali sagt, ich ignoriere das komplett oder weitestgehend oder er sagt, okay, was mich prinzipiell interessiert, da bin ich gerne bereit, nochmal ein bisschen zu unterstützen oder zu plätschen. Wie als Subnautica fand ich persönlich, hatte ich Bock drauf. Ich habe es irgendwie vor zwei Jahren gespielt. Ich weiß nicht, wie der Stand jetzt ist. Ich würde es nochmal spielen, wenn es irgendwann released wird. Mir hat es Spaß gemacht, auch wenn es wirklich nur unter Wasser rumschwimmen, ein bisschen Unterwasser-Basenbau war, noch Null-Story hatte. Wie es jetzt im Moment ist, kein Schimmer, ich habe es nicht weiter verfolgt. Die Spiele werden halt alt, während sie im Early Access sind und das sollten sie eigentlich nicht. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich die Entwicklungszeit und es sollte dann sich neu anfühlen, wenn es rauskommt. Und bei den Titeln ist es halt so, die sind so lange im Early Access, dass sie dann wieder veraltet sind in dem Moment. Und ich glaube, das wird auch genauso bei Star Citizen sein. Sobald Star Citizen rauskommt, wird es sich nach einem alten Spiel anfühlen, weil sie so lange schon dran rumschrauben. Aber es wird ja nie rauskommen. Im Chat steht auch ein valider Punkt, warum Early Access oder Kickstarter gut sind. Manche können sich das einfach nicht leisten. Ja, klar. Und dafür zum Beispiel Darkest Dungeon ist ein gutes Beispiel. Das hat viele Probleme auch bei Release gehabt. Also noch ein paar kleine Fehler. Aber Darkest Dungeon gibt es nur durch den Kickstarter. Und es war im Early Access und es ist ein gutes Spiel geworden. Und die haben sich auch an ihre Termine gehalten. Haben sie. Und sie haben es auf die Konsole gebracht und sie haben ein Add-on gebracht. Aber das Ganze in einem Zeitraum von drei Jahren. Ja, in einem absehbaren guten Zeitraum. Und das ist halt so ein guter Release. Die ganzen anderen Geschichten, es ist halt einfach so, man, früher hat jeder Furze ein Survival-Game gemacht. Wenn ich mir überlege, 2014 kamen nur Survival-Games und 15. Ich möchte nicht zum Ende der Liste kommen. In der Early Access. Davon ist keins rausgekommen. Außer ARC. Und das ist wahrscheinlich immer noch genau dieselbe Scheiße wie in der Early Access. Tut mir leid, aber irgendwann, hört es doch mal auf, diese ganzen populären Sachen. Daisy war früher populär. Jetzt ist Pup-G. Ich hoffe, wirklich, ungemein, ich hoffe, dass es rauskommt. Ich hoffe, dass es rauskommt, sie es fertig machen und den ganzen Bann einfach brechen. Weil bei Tarkov wird es definitiv nicht passieren. Es wird nicht passieren. Glaube ich nicht. Und das ist so, es ist traurig, dass das, und das Problem, also es ist A, traurig, dass Early Access rauskommen. Es ist traurig, dass mittlerweile Vollpreistitel rauskommen und die auch Early Access sind. Oh, es ist schlimm. Ja, die Spiele werden größer, aber ich habe das Gefühl, dass einfach keine Qualitätskontrolle mehr da ist und B, ist der Kapitalismus schon so weit vorgedrungen, dass einfach diese, diese ganze Industrie, in der wir uns eigentlich bewegen, die wir geliebt haben und immer noch lieben, dass die einfach komplett von Cash-Cows überrollt werden. Und da zählt für mich auch PUBG mittlerweile zu. PUBG ist einfach für mich nur noch eine Cash-Cow. Mehr nicht. Das ist nur noch an der Order drin. Du darfst halt nicht vergessen, dass die Gaming-Industrie ja noch nicht so alt ist wie die Filme-Industrie, die Musik-Industrie. Die ist ja noch relativ jung. Als ich halt angefangen habe zu gamen und das alles in den Kinderschuhen steckte, irgendwie 80er Jahre, das war halt von Nerds für Nerds. Die waren mehr oder minder froh, dass sie das Spiel fertig gekriegt haben und dass es irgendwann irgendjemand spielt. Und das hat mittlerweile eine Multi-Milliarden-Dollar-Industrie geworden ist, wo richtig kalt Kohle investiert und also investiert wird, um Kohle zu verdienen. Das ist halt in den Jahren jetzt halt dazugekommen. Und natürlich versuchen sie jetzt halt eben auch auszuloten, wie weit sie halt die Konsumenten, die Leute, die bereit sind, Geld zu investieren, ein bisschen das Geld aus der Tasche halt locken können, weil es halt eben nicht mehr nur für Nerds ist, sondern mittlerweile für die breite Masse. Deswegen werden die viele Spiele ja auch mittlerweile einsteigerfreundlicher, dass halt eben die breite Masse sie halt spielen kann. Du kannst halt Helferlein dazukaufen mit Lootboxen und angefangen über die Entwicklung halt im Early Access, bis es final released wird. Das ist halt eben erstmal gucken, was das Medium halt eben kann. Ja. Leider. Es gibt so viele tolle Videos bei YouTube. Wie viel hat Blizzard eingenommen letztes Jahr? 2,2 oder 2 Milliarden? Milliarden. Also Activision Blizzard hat eine Milliarde eingenommen durch, nur durch Microtransactions. Ja. Und dann reden wir davon, dass die Leute sich finanzieren müssen. Der Zug ist abgefahren. Ich hab das auch immer geglaubt. Ich dachte mir so immer, wow, diese riesigen Studios. Die wollen Kohle machen. Die riesigen Studios, die brauchen das Geld. Ich glaub an euch so. Ja, führt eine Lootbox ein. Jetzt sitz ich da. Ihr blöden Pisser, ihr. Ihr sitzt einfach nur noch da und dann zieht ihr die ganze Scheiße an der Steuer vorbei, ihr Ratten. Und dann schiebt ihr euch das in die Tasche, damit ihr euch euren 50. Scheiß Lamborghini kaufen könnt. Ja, klar. Ihr blöden Pissböcke. Verpisst euch mit eurem Scheiß. Ja, die wollen Kohle machen. Nicht mehr, nicht weniger. Das ist Business. Meine Fresse kotzen die mich alle an. Die kotzen mich so an. Dass die Hälfte oder sogar fast der gesamte Umsatz irgendwie durch Microtransaction kam und Take-Two hat es auch gesagt. Und sie haben auch gesagt, wir werden kein Spiel mehr ohne machen. Das heißt, du kannst davon ausgehen, auch in Red Dead Redemption 2 und so werden irgendwie Lootboxen drin sein und wenn es nur ein Multiplayer ist. Wow, nee, 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 nee. Das glaub ich nicht. Kannst von ausgehen. Nee. Ja, aber machen wir den Sprung. Nachdem wir jetzt zu Wildens von Early Access und Survival Crafting auf ein Thema gekommen sind, kommen wir auf das nächste Thema, was wahrscheinlich wieder genauso triggert. Und zwar Remaster. Hey, auch ein cooler Trend. Und am 6.12. Darf ich ganz kurz sagen, Nintendo äfft dich. Nintendo äfft dich mit den blöden 99-Plasse-Würfeln mit einem scheiß, äh, wie heißt der? Raspberry Pi drinne und die scheiße für 100 Euro verkaufen. Darf ich das kurz machen mit der vorgehaltenen Hand? Hier, Nintendo, bitte. Gebe ich dir. Kannst du dir richtig schön reinschieben, das Ding. Oh, haben wir gesehen, Entschuldigung. Na, für die ist es aber auch nicht. Was habe ich da verpasst? Jetzt bin ich in Fahrt. Was? Was? Was habe ich da verpasst? Wie heißt nochmal das tolle Spiel, Sali, was du immer so mochtest früher? Shadow of Colossus? Ja. Ich habe mir das letztens bei Dan angeguckt, ja. Und? Ich habe Dan sehe ich sehr selten ragen. Mann ist der ausgetippt. Der ist richtig aus der Haut gefahren. Und dann freut ihr euch schon auf einen Remaster-Titel davon? Uh. Das sind drei Tage richtig gespielt. Der soll dreimal so episch sein. Die Scheiße soll gleich bleiben, aber dreimal so episch werden. Bin gespannt. Kommt ja dann aber erst im nächsten Jahr, irgendwann Februar, glaube ich. Aber das meine ich nicht mit Remaster. Und zwar hat Sony zu Nikolaus angekündigt. Nachdem ja schon Jack & Dexter der erste Teil quasi als Bonus für die, ich glaube, Vorbesteller bei Uncharted dabei war, kommt jetzt Jack & Dexter 2, 3 und Combat Racing nochmal remastert für die PS4. Das heißt, für die Leute, die halt eventuell damals gerne gespielt haben auf den älteren Playstation-Systemen, können jetzt eben auch der Playstation 4 das Ganze halt nochmal spielen. Kommt als Bundle komplett raus für 40 Euro oder pro Einzelteil für 15 Euro. Haben sie einfach so spontan mal vor der Playstation Experience für Nikolaus angekündigt. Den ersten Teil gibt es im Store, aber nur mit englischen Titeln. Den gab's halt, der kam ja raus, für die Uncharted gab's den ja quasi dazu als Code und dann haben sie den halt reingestellt und jetzt haben sie eben 2, 3 und Combat Racing nochmal angekündigt, dass die Trilogie beziehungsweise das Racing-Ding dann halt noch dazu komplett ist. Also ganz im Ernst, ich seh gerade so ein, ich zeig auch gerade ein Video, wo die Grafik von Playstation 3 zu Playstation 4 verglichen wird. Ehrlich gesagt, ich seh da keinen Unterschied. Ja, ich seh da jetzt auch nichts großartig, also. Es ist gekostet. Ja gut, das jetzt im Stream zu beurteilen ist sowieso relativ schwer. Auch auf YouTube. Also was ich jetzt gerade bei YouTube sehe, ist es kein Unterschied. Es ist beides. Ja, es ist halt eben 1080p, 60 FPS und wert. Aber bei der Playstation war es halt 27, also bei der 3 oder 2, wo es draußen war, Playstation 3, 720p mit, ich weiß nicht, 30, vielleicht 60, keine Ahnung. Habe ich damals halt nicht gespielt. Ups. Ich spiele das mal auf der 3er dann, bevor ich es mir für die 4er holen würde. Remastered, ne? Das ist, äh... Naja, auch da gibt es halt gute Remaster und schlechte Remaster, genau wie halt bei Early Access und Lootboxen und allem. Aber bei Lootboxen gibt es, naja, nur schlechte. Äh, naja, anyways, wir haben das eventuell für den einen oder interessant, der mit den Spielen damals groß geworden ist, die vielleicht nochmal auf der neuen Konsole spielen will. Ich meine, das sind Playstation 2 Titel, ne? Und das gibt sie... Ursprünglich, ja. Die sind ja in der Kollektion nochmal für die 3 remastered worden und es ist dann ja ein Remaster vom Remaster, was diesen Monat noch eins kommt. Es ist der Wahnsinn. Aber es ist halt eine neue Konsolengeneration, die Playstation 4 und ich muss jetzt sagen, bei Jack und Dexter finde ich es gar nicht schlecht. Ich würde mir noch zwei, drei andere, ich würde mir noch Spyro wünschen und ich würde mir Medieval wünschen, weil das wirklich tolle Titel auf der 2er waren, wo, wenn ich Kinder hätte, würde ich das meine Kinder spielen lassen. Aber dann müsste ich jetzt nicht die Playstation 2 rauskrabbeln oder vielleicht habe ich auch keine mehr. Ja, ich sehe es halt eben an meiner Friendlist, dass halt viele wirklich erst mit der Playstation 4 angefangen haben mit den Trophys. Du siehst es, Jan hat ja Trophys und ich habe die Playstation 1, 2 und 3 gehabt, habe eben schon 1000 Trophys auf der 3 und viele haben jetzt mit der 4 erst angefangen, die kennen die Spiele halt nicht. Die haben jetzt halt eben die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte mir vielleicht so einen Klassiker, der damals gehypt war und von x Leuten empfohlen wurde, eben auch nochmal angucken, möchte mir aber keine Playstation 3 oder 2 holen und kann den dann einfach tatsächlich so halt spielen. Crash Bandicoat. Ich habe das total auf der Playstation 4 gefeiert. Ich war froh, dass es nochmal rauskam und dass ich es nochmal spielen konnte, weil ich es einfach wirklich damals gespielt habe und da finde ich diese Remastered Sachen eben gar nicht so schlecht. Das finde ich in Ordnung. Jetzt Uncharted 1 und 2 und 3 hätte ich jetzt nicht unbedingt nochmal für die 4er gebraucht, hatte aber gepasst, weil eben Uncharted 4 kam und dann hier habt ihr die anderen Teile auch nochmal auf der Konsole. Ja, oder Last of Us zum Beispiel war auch super auf der PS4, war einfach ein tolles Spiel zum Ende der PS3-Ära. Man muss es ja nicht holen, wenn man es nicht will. Für alle, die es dann eben nachholen wollen, finde ich es in Ordnung. Es ist genau wie mit Early Access. Also ich würde es nicht verteufeln, wer halt investieren will, der kann, es muss keiner. Ich meine, wir sind ja immer noch freie Menschen und können entscheiden, wo wir unser Geld halt denn ausgeben wollen. Nee, solche Klassiker finde ich wirklich schön, dass es doch noch jetzt gerade auf die Konsolen holen. Und wie gesagt, Spyro würde ich so feiern. Oh, ich würde ja tanzen. Und da gibt es sicher noch einige Titel von Playstation 1 und 2. Der nächste ist vielleicht dann auch nochmal was für dich und zwar tatsächlich, sorry, wenn halt wirklich mehr Konsolentitel sind, weil auf dem PC nicht so viel diesen Monat kommt, vielleicht für Sali Chaos of Deponia, der zweite Teil der Reihe, kommt auf die PS4. Nachdem der erste da draußen ist, kommt jetzt der zweite, geht man davon aus, die werden jetzt wahrscheinlich dann auch noch ihre restlichen, also 3 und 4 dann irgendwann rausbringen. Dann kommt jetzt am 6.12. auch der zweite Teil von Deponia auf die PS4 für alle Trophy Hunter. Eventuell nochmal interessant, dieser hat eben nicht am PC spielen wollen oder wollten können, was weiß ich. Ich meine, zum Spiel selbst, glaube ich, brauche ich nicht viel zu sagen. Nie gespielt und nie grüßt. Deponia sollte ja relativ bekannt sein. Ich freue mich drauf. Ja, Deponia ist halt... den ersten Teil gespielt. Aber ich habe ihn schon auf der Playstation. Ja, ich habe sie eben auch noch nicht gespielt. Ich habe sie tatsächlich hier in... Gut, jetzt steht die Kamera drauf. Als PC-Disk-Version und... Aber da bin ich wie Sali. Wenn ich es dann auf der Playstation spielen könnte, würde ich es für die Trophys eher lieber da nochmal spielen. Weil da hat man dann halt die Trophys. Ja, vielleicht werde ich es dann irgendwann auf der Konsole halt nachholen, weil ich sammle die halt eben auch ganz gerne. Nicht so extrem, aber wenn ich sie mitnehmen kann, immer gerne. Es gibt einfach keine Spielereihe, die dieses... die das Feeling von früheren LucasArts-Spielen halt in die heutige Zeit halt vernünftiger überbringt wie halt eben Deponia tatsächlich. Ja, es ist halt... Das, was ich bis jetzt gesehen habe, ist halt ein netter Anti-Held, ne? So irgendwie, wenn man dazu sagen darf, Rufus mit seinem Humor passt. Ich finde den ganz geil. Richtig. Mehr aber auch nicht. Also... Es ist auch sehr, sehr overrated. Muss ich dazu sagen. Ja, aber tatsächlich dann auch wieder nur im deutschen Bereich, ne? Also da ist wieder der deutsche Patriotismus, genau wie bei Elex, der halt locker mal wieder 10, 15 Punkte, wenn ich sogar 20 Punkte auf die Reviews halt eben draufhaut, äh, international kommen die deutschen Spiele halt immer ein bisschen schlechter weg. Ja. Je nachdem, ob man da die Patriotismus-Brille aufhat, geht das halt klar oder halt eben nicht. Ich lasse sie meistens aus. Bei mir sind es eher fünf Punkte minus als... Die alte Hasskappe. Dafür sind es 20 Punkte mehr bei Nintendo. Ja, natürlich. Das ist der Fanboy in mir dann. Wie, 120% für Zelda? Ja, das ist das... Wow. So wie halt... Ja eben, bei 110%. Oh, 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 bevor du Wolfenstein sagst, ich kritisier das bis runter auf die Pelle. Und ich hab keine 10 von 10 vergeben, sondern nur eine 8, Kollege Schnürschuh. Nur eine 8? Das ist ja schon fast ein schlechtes Spiel heutzutage. Na komm, eine 7 gilt schon als extrem schlechtes Spiel. Dass das traurig ist, dass was Slebi sagt, ist leider wahr. Also im Endeffekt müsste man nur noch sagen, es gibt nur 8, 9 oder 10 von 10. Alles andere ist sowieso gleichlöschtig. Das ist leider traurig. Dass man auch noch mit einem 6 von 10 Spielspaß haben kann, das vergessen nur die meisten. Diese... Ich weiß, dass ich Fanboy von Nintendo bin. Das sag ich immer. Wenn ich über Nintendo rede, sag ich immer ganz am Anfang den Disclaimer. E-Beams 1 Fanboy. So. Heute hast du das nicht gesagt. Damit die Leute immer genau wissen, ja weil... Xenoblade ist nicht von Nintendo. Das ist von Monolith. Das ist ein anderer Entwickler. Das wird nur von Nintendo mit koproduziert und herausgebracht. Reicht das schon. Nee, das reicht nicht. Aber tatsächlich, ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, kaufst du digital oder als... Ich hab's digital gekauft. Okay, weil hinten find ich ziemlich lustig. Ist mir ja zufällig jetzt aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ich euch das zeigen kann. Warte mal. Aber nichtsdestotrotz, ich hab Wolfenstein trotzdem kritisiert. Ich weiß nicht, ob man da... Ich hab Zelda ausgerechnet. Ich leg das... Und zwar hab ich mir die Nintendo-Spiele... Natürlich hab ich Zelda kritisiert. An welcher Stelle? Waffen. Was hast du da? Das sind die Hüllen von den Nintendo-Spielen. Und zwar steht unten immer der Publisher drauf. Stimmt. Also es geht jetzt hier um das da. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Und das einzige Spiel, was tatsächlich jetzt halt ein anderes Publisher-Logo hat, ist das, was von Ubisoft rausgekommen ist. Und zwar Kingdom Battle. Während alle anderen Spiele tatsächlich jetzt, sei es jetzt Xenoblade Chronicles, sei es jetzt Mario Kart, sei es jetzt Super Mario und sei es jetzt Zelda, unten das Publisher-Logo von Nintendo haben. Also so viel zu deiner Theorie. Also auch bei Xenoblade Chronicles steht Nintendo drauf. Es ist ja auch gepublished von Nintendo. Genau. Und wie gesagt, das andere ist halt gepublished von Ubisoft. Genau. Oh. Fand ich halt ein ganz nettes Detail, dass sie das halt unten tatsächlich draufschreiben auf den Boxen. Ja, das stimmt. Ist mir so zufällig aufgefallen. Ja, das nächste Spiel, wobei wir dann bei PUBG sind. PUBG? Ja, es kommt für die Xbox raus. Kommt am 12.12. für die Xbox One. Auch auf der Xbox One X mit 30 FPS, glaube ich, habe ich die Nachricht gesehen. Ja. Ich kann dazu nicht sagen, Xbox ist nicht so unbedingt meins. Ich habe eine, aber es kommen halt für mich keine Spiele, die mich großartig interessieren. Ich will sie nicht haten. Ich bin eher auf der PlayStation zu Hause. PUBG dann auf der Xbox. Ob es wer spielt, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich vielleicht die Leute, die es auch auf dem PC spielen. Wobei, warum sollten die es auf der Xbox spielen? Ist das Crossplay? Weiß das jemand? Was? PC und Xbox Crossplay? Ja. Auf welchem Planeten wohnst du? Ja. Hast du schon bei Computern gespielt? Die machen die Betriebssysteme. Sollte irgendwie machbar sein. Get your shit together. Nee, keine Ahnung. Also, wenn es halt nicht funktioniert. Du kannst doch keinen Konsolenspieler mit einem PC-Spieler in PUBG auf einen Server packen. Gab es nicht jetzt schon Spiele, wo das ging? Rocket League hat es, glaube ich, gemacht. Gut, ist kein Shooter. Von einem Shooter? War das nicht sogar Overwatch? Oder welcher Shooter war das, der die gemixt hat? Wo es ging? Wenn auch, tatsächlich war sogar Playstation sogar mit dabei, wo dann Playstation gesagt hat, ups, war ein Fehler unsererseits. War das nicht irgendein Shooter? Ich bin leider nicht in dem Shooter-Thema drin, dass ich das jetzt hundertprozentig sagen könnte. Vielleicht weiß es der Chat oder so. Im Leben nicht. Also, das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Das wäre das Bekloppteste, was du je machen könntest. Was willst du denn den Controller gegen eine Maus? Wie willst du denn die Bewegung ausgleichen? Da bleibt ja nachher nur noch Auto-Aim übrig. Ich meine, alle wollen eigentlich, aber Sony will halt nicht. Das ist das Einzige. Finde ich auch gut so. Sondern das macht Sony gut. Finde ich schön. Finde ich gut. Kaufe ich vielleicht noch ein Jahr deren sinnlosen Playstation-Plus-Kacke. Für bessere Server. Also, im Chat lese ich, dass es Fortnite war, wo zwischen halt quasi Konsole mit Pad und PC ohne Pad oder mit Pad nicht unterschieden wurde. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Irgendeinen habe ich im Hinterkopf, dass es halt so war. Ich kann es jetzt aber nicht bestätigen, wie der Chat sagt, Fortnite. Naja, gut. Am 12. für die Konsolen, Leute, die halt eben kein PC haben, können dann halt untereinander PUBG auf der Xbox halt spielen. Ich glaube, haben wir eh schon genug drüber geredet. Wobei, dann sind wir wieder zurück am 12.12. beim Thema HD-HD-Remaster. Aber es ist so schön. Wir bekommen Okami HD-HD für die Playstation 4 nochmal. Nachdem es ja ursprünglich auf die Playstation 3 HD-niert wurde, kommt es jetzt nochmal in HD-nierten HD- HD-nierten HD. Also nochmal HD-egal als HD für die Playstation 4 am 12.12. Ein unglaublich schöner Klassiker. Also, oh, ein ganz, ganz traumhaftes Spiel. Freue ich mich drauf. Finde ich schön. Freue ich mich, dass der doch noch, also ich finde es super. Ich habe es nie gespielt. Ich habe es auch noch nicht gespielt. Eventuell werde ich es mir halt angucken. Ich hatte es immer für die Playstation 3. Ich habe es halt nicht gespielt. Ich glaube, irgendwann über Playstation Plus bekommen. Ich habe es mal irgendwann gestartet und wollte mal gucken, ob es vielleicht was für den Stream sein könnte. Und dann lief, glaube ich, die ersten 20 Minuten so eine Art Storyboard halt in dem Spiel, also in dem Ziel von Okami, wo halt irgendwelche Figuren untereinander geredet haben. Und ich dachte mir, wenn das ganze Spiel jetzt so besteht, wie wir auf 20 Minuten Storyboard lesen, das kannst du keinem zeigen. Ja, das eigentliche Gameplay, keine Ahnung. Ich kann da noch nicht viel zu sagen. Dass sie an die anderen denken, das wird gespielt. So. Da müssen wir durch. Also es ist ein echt schönes Spiel. Oh, jetzt ist es hier schwarz vor mir. Wartet mal kurz. Schwarz vor dir? Äh, der Bildschirm hat er sich ausgeschalten. Also. Irgendwie schaltet er sich momentan manchmal aus. Das hat einen sehr, sehr samm Stil. Ja, muss ich sagen. Ja, halt bezeichnet. Mehr oder minder geht es ja auch um Zeichnungen halt. Also Pinsel, Zeichnungen, Aquarell, whatever. Ich bin gespannt, ob das mit dem Touchpad dann funktioniert oder ob man eben den Stick dafür benutzt, um die Zeichen zu malen, um Wind kommen zu lassen oder so. Ich fand es sehr schön. Mir hat es gut gefallen. Freue mich drauf. Vielleicht gucke ich es mir auch mal an. Das ist so ein Spiel, wo mir alle immer sagen, oh, du müsstest es eigentlich spielen. Das Einzige, wo ich mir halt eben ein bisschen Sorgen drum mache, was ist, wenn jemand wirklich nochmal irgendwann ... ... nochmal eine neue Konsolengeneration kommt. Naja, es muss halt schon Sinn haben. Bei PlayStation finde ich es immer ein bisschen fragwürdig, weil sie könnten auch einfach ... Okay, von der PlayStation 3 zu 4 kann ich verstehen, warum es nicht down ... Wie heißt das? Rückwärtskompatibel war. Weil es einfach die Prozessor-Architektur haben sie komplett geändert und die ganzen Spiele können einfach nicht auf den neuen Prozessoren laufen, die halt auf der PlayStation 3 noch liefen. Das geht einfach rein technisch nicht. Und sie müssten alle Spiele halt nochmal rausbringen, was Arbeit kostet. Also warum sollen sie sich die Arbeit nicht bezahlen lassen? Von 4 auf 5 wird der Sprung hoffentlich nicht sein. Also es wäre ziemlich dämlich, wenn sie wieder zu einer eigenen Prozessor-Architektur wechseln würden, werden sie nicht machen. Also werden wahrscheinlich dann auf der PlayStation 5, wenn sie denn irgendwann auch mal kommt, alle Spiele wieder rückwärtskompatibel sein. Oder die Konsole wird rückwärtskompatibel sein. Ja, das hoffe ich. Also ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Erschienen ist das das erste Mal für PlayStation 2 2006. In Europa 2007. Für die PlayStation 3 ist es 2012 erschienen. Also es ist wirklich schon ein oller Schinken, wo ich sagen muss, finde ich absolut in Ordnung, dass sie es jetzt nochmal für PlayStation 4 bringen. Ja, und es hat auch zumindest einen fairen Preis. Es ist kein Full-Preis-Spiel. Mit 19 Euro ist es ja schon eher in Sale- oder Nice-Preis oder Indie-Region. Also das heißt, sie wollen auch nicht die volle Kohle dafür haben. Ja, und es ist was Besonderes. Es wäre jetzt genauso wie für zum Beispiel Souls-Spieler. Jeder wünscht sich doch einen Demon's Souls. Jeder wünscht sich das. Da reden wir gleich noch drüber. Also das ist doch das so, und wenn das jetzt für die PlayStation 4, dann sind auf einmal alle wieder so, ach nein, die Remake ist schon gut. Also es kommt halt immer drauf an, ob das einen anspricht und ob das eben dieses Genre oder dieses Spiel war, was man damals schon gespielt hat. Es ist Fanservice. Ja. Und gerade im, also, ne, weil die sie gerade gesagt hat, Nintendo, fuck you, gerade bei der NES hat es halt Sinn gemacht, weil du kannst heute halt eine NES nicht mehr an neue Bildschirme anschließen und Spiele vernünftig spielen. Ja, das kommt eben noch dazu. Mach es. Mach es, Lizzy. Und sag mir, wie es aussieht. Please. Ja, ein 4 zu 3 Bild auf dem Fernseher. Es ist nicht ein 4 zu 3 Bild. Es ist eine 220i-Auflösung oder sowas in der Art, die so kacke aussieht, dass du es schlechter erkennst als auf der Röhre damals. Ja, da solltest du eine Röhre haben. Ja, wenn du so ein Hardcore-Fan bist, dann hol dir einfach einen fucking Röhren-Fernseher. Also tatsächlich alles, was nicht HDMI hat, so zu streamen, zu capturen. Aber es geht um streamen und das mit anderen zu teilen. Und das kannst du dann noch mit anderen teilen. Oh, komm, the F on. Und dafür müssen wir alles noch mal remastered auf dem Raspberry Pi rausbringen in irgendein Blechformat. Die sollen neue Spiele rausbringen. Tun sie doch. Und nicht die Scheiße von vor 10 Jahren remasteren. Guck dir an, was die dieses Jahr rausgebracht haben. Ich rede nicht von Nintendo. Nintendo hat 5 Spiele rausgebracht. Einfach großartig. Applaus. Zwei davon die besten des Jahres. Applaus. Ja, auf deinem Zettel so. Nee, auf meinem Zettel. Doch, auf deinem Zettel. Das spielt aber auch, das geht generell um das Thema Remastered per se. Können wir nicht einfach wieder, Skyrim, ich kann es nicht mehr hören. Skyrim, jetzt kommt VR raus. Eure ganzen Playstation-Sachen, da könnte ich das ja noch verstehen. Auf der Playstation kann ich das noch, oder sagen wir mal, auf der Konsole per se kann ich das ja noch verstehen. Weil du ja, du kannst die halt, du müsstest dir dann auch wieder die alten Konsolen kaufen. Aber dann geht doch und kauft doch auch die alten Konsolen, aber bringt doch nicht immer wieder alles neu raus. Und dann ist es nur dieselbe Grafik. Habt ihr mitbekommen, dass der C64 Mini kommt, mit 64 Spielen? Hm. Kein Scheiß. Jetzt kommt jetzt Commodore C64 Mini nach den SNES und da hast du dich gesehen, kommt jetzt der C64 Mini mit World Games, California Games und allen Joystick-Killern. Ach, wird das ein Fest. Erstmal wieder der Joystick kaputt rummeln. Aber warum? Warum nicht? Das ist doch, das ist auch nur Cash-Kau. Ja, na klar. Aber nochmal halt die guten alten Erinnerungen. Dann sollst du, dann sollst du lieber 10 Spiele bei Nintendo rausbringen, anstatt diesen Quatsch da rauszubringen. Das kostet ja nichts. Bitte? Das kostet ja nichts, Nintendo. Wir haben das System schon. Die haben die meisten Spiele ja schon für die Wii und für die Wii U rausgebracht. 99 Euro. 99 Euro. Genau. Kannst du auf dem Raspberry Pi laufen lassen, der kostet sich 20 Euro. Ah, das ist illegal. Und da hat Nintendo nichts von. Ja, deswegen sollst du sie nochmal für 99 Euro kaufen. So, das Geld hätten sie in den Spieler reinstecken können und hätten sie neue rausbringen können. Du brauchst es ja noch nicht mal. Und jetzt, jetzt hör zu, das ist ein seltener Moment, dann können sie nochmal so ein tolles Spiel wie Zelda rausbringen. Das ist ein seltener Moment. Merkt ihr das? Aber dann könnten sie eventuell zwei davon rausbringen. Was, ich verstehe es nicht. Was soll diese ganze Jauche, dass man immer alles von früher haben muss? Letztens im Chat hat mir das jemand gesagt, ich weiß gar nicht, irgendwas wollte ich auch wieder haben von früher. Und dann hat er mir gesagt, Dizzy, setz mal deine gute Erinnerung Instagram-Filter von früher wieder von deinem Gesicht runter. Und das ist bei den meisten auch so. Ja. Es ist einfach nicht dasselbe. Ich kann mir das bei bestem Willen nicht vorstellen, mich vor so ein Gerät zu setzen in 2017 und jetzt kommen wieder wahrscheinlich zehn Leute aus dem Chat, die sagen, doch, das ist so, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das unglaublich toll ist, sich vorne ein Commodore zu setzen für, sagen wir mal, 99 Euro und das Zeug von früher zu spielen, weil es nicht mehr so ist wie früher. Es ist dieser Filter und die Erinnerung, die wir haben und die sollten wir eigentlich nicht anfassen, weil damit machen wir es kaputt. und für mich ist das genau dasselbe, wenn mir einer so einen kleinen Pimmelkasten schickt, der mich 99 Euro kostet, wo ein USB-Stick drin ist, wo Scheiße draufläuft, was ich mir einfach aus dem Internet runterladen kann. Naja, aber was ich am Anfang schon gesagt habe, die Industrie erfindet sich und ich meine, du hörst so Weihnachten, Weihnachtslieder, die irgendwie aus den 40er Jahren sind, du guckst Weihnachtsfilme, die aus den, ich weiß nicht welchen Jahren sind, aber auch in Schwarz-Weiß halt laufen, das sind halt eben auch Klassiker. Du könntest genauso gut sagen, ja, ich höre keine Musik, die letztes Jahr rausgekommen ist, weil es oldschoolig ist, beziehungsweise Filme, weil ich möchte neue Filme und nicht halt die Wiederholung von, was weiß ich, irgendein 40er Jahre Weihnachtsfilm, ich möchte neuen. Und genau so ist es halt. Natürlich hängt da immer ein gewisses Maß an Erinnerung dran. Es richtet sich auch nicht gerade an Leute, die damit noch nie Kontakt haben, sondern eben die Leute, die wie ich zum Beispiel mit dem C64 halt groß geworden sind und damals einen Heidenspaß bei den Spielen haben, in der Hoffnung natürlich nochmal dieses Gefühl zu reproduzieren. Richtig, meistens trifft man es nicht nochmal, wie man es damals hatte, aber es halt eben nochmal so ein bisschen zumindest in diese alte Erinnerung schwelgen. Wie heißt der Film nochmal, der immer an Silvester läuft? Die zwei? Ja, diese alte Frau, Dinner for One, habe ich nie gesehen. Als Kind nicht, als Jugendlicher nicht. Könnte mir nicht egaler sein, aber ich verstehe, dass Leute da halt schon als Kind den gesehen haben und den bis heute immer noch an Silvester eben gucken wollen, weil er eben nostalgisch in den halt aufweckt hat. Ja, oder ist das Leben nicht schön? Das guckt meine Mutter gefühlt zu Weihnachten seit 50 Jahren. Jedes Weihnachten. Oder jetzt, was für mich eher so ein Klassiker ist, wo ich ja, okay, bin ich sogar nochmal ins Kino gegangen. Hier, Familie Griswold mit Chevy Chase. Oh, die Chevy Chase. Das lief jetzt vor ein, zwei Jahren bei uns hier mal im Cinemax, so als Weihnachtsveranstaltung. Da waren wir dann im Kino. Ich kenne den Film ja nun auswendig, aber trotzdem einfach nur, um das Happening halt mitzunehmen. Also ich gehöre zu denen, die wirklich mit sieben, acht Jahren angefangen haben zu zocken. Ich weiß, bei Dizzy ist das erst ein bisschen später gewesen. Für mich ist das reine Nostalgie. Und für mich ist heute, wenn ich den Zelda-Sound schon höre, habe ich ein wohliges Gefühl. Das ist so, ich höre das einfach gerne. Die alten Zelda-Sachen oder die, ja, es ist einfach so. Ja, ich schaue es mir heute noch, ich kenne den nicht mehr. Ich schaue es mir heute noch gerne an. Und das ist einfach schön. Und ich freue mich darüber, das jetzt nochmal zu sehen und eben nicht so einen kleinen Röhrenfernsehen mir irgendwo hinstellen zu müssen, sondern es so nochmal spielen zu können. Ich finde das super. Es ist reine Nostalgie und es ist Seele streicheln und ich finde es schön. Würdest du dir nicht in 20 Jahren, wenn da nochmal eine Remastered-Version von Hitman kommen würde, würdest du dir nicht anschauen? Hitman Absolution würdest du nicht in einem Remastered spielen. Ja, ich schon. Nein, würde ich nicht machen. Doch. Nee, weil nämlich genau das, was derjenige letztens mir im Chat geschrieben hat, genau das hat mich aufgeweckt, wo ich mir sage, so, okay, bin ich raus. Also spiele ich dieses Jahr kein Hitman oder was? An Weihnachten. Natürlich spiele ich dieses Jahr Hitman zu Weihnachten. Es gibt zigtausend Spiele, die dieses Ding eben nicht bei mir triggert. Aber es gibt halt auch Sachen von damals, die ich Remastered unglaublich schön finde. Und da habe ich, das ist nicht nur die rosa Brille, die ich da aufhabe, sondern ich bin sofort da. Ist Zelda. Sofort. Und ich schaue mir heute noch zigtausend Streams mit den alten Zelda-Sachen an. Oder mit Super Mario. Ja, wie gesagt, ich habe da auch nichts gegen. Jeder, das, was er halt möchte, wer hat, ich finde es praktisch, wenn die Kisten halt nochmal rauskommen und sie halt einen HDMI-Anschluss haben, dass man es damit einfacher streamen oder zocken kann an den heutigen Geräten. Weil, wie Slabby schon sagte, irgendwie zwischen 220 und 480p, 4 zu 3 über Skat, das ist halt super kacke an den heutigen Geräten. Und das Einzige, was ich halt eher der Nintendo vorwerfen möchte, dass sie halt aus dem Fehler von dem ersten NES Mini nicht gelernt haben und dem zweiten Mini S NES ebenso rar wieder verkauft haben, was dann halt eben die Leute, die eBay-Fraktion halt triggert, dazu Kackpreisen zu verkaufen, sondern dass sie das halt nicht von den vielen Stückzahlen halt produzieren hat. Das ist das Einzige, was ich Nintendo halt vorwerfen würde, dass halt der Ansturm zu groß war und sie aus den Fehlern nicht gelernt haben und beim zweiten Mal dieselbe Kacke nochmal machen. und wahrscheinlich bei der Mini-Switch oder Mini-Gamecube nochmal machen werden. Mini-Gamecube braucht kein Mensch. Ich brauche eher einen, und das ist tatsächlich etwas, was ich möchte. Ich möchte ein Super Mario Sunshine in HD-Grafik. Das möchte ich haben. Werde ich schon wieder nicht bekommen. Gamecube, oder? Das war Gamecube, ja. Werde ich nicht bekommen. Mit dem Gamecube-Mini-Ding. Das will ich. Ich will das. Ich würde sogar 120 Mark dafür bezahlen. Ich kann's bei mir kaufen für 400 Euro. Nein. Ich hab noch 120 Mark. Ja. Oh, warte. Kaufe ich dann für 400 Euro, damit ich mir Super Mario Sunshine in HD-Grafik kaufen kann. Hast du keinen Gamecube? Doch, ich hab einen Gamecube. Aber, ja gut, okay. Aber wir sehen das aus. Ja, ich hab auch einen. Das hab ich nämlich auch überlegt. Ich hatte mir den Gamecube halt damals geholt für die ganzen Resident Evil-Teile. Aber die davon halt zu streamen mit Konvertern und so, wie du schon sagst, das sieht halt dann für den Zuschauer besser aus, als tatsächlich für dich selber auf deinem großen Monitor. Weil die halt nur ja im kleinen Player gucken, dann sieht's halt eben ja nochmal komprimierter aus und man selbst kriegt halt Augenkrebs und er kennt gar nix. was wir heute noch nicht hatten, Freunde. Am gleichen Tag wie Okami als Remaster. Kommt noch Early Access. Hatten wir ja auch noch nicht. Darf ich ganz kurz mal was zitieren? Ja, bitte. Ich schraub mir bald meine 80-Watt-Glühbirne in meine Lampe, dann hab ich auch Nostalgie. Antus, Dankeschön. Leute, pass auf. Machen wir die Grundregel, ich halte mich bei diesen Themen raus, weil ich bin wirklich super anti und ich finde auch den letzten Grund dafür. Also falls ich das nächste Mal anfange, sag einfach halt die Schraube. Ich kenn dich ja. Ich weiß, wann du angefangen hast, Videospiele zu spielen. Du hast halt keine Nostalgie wie wir. Du hast halt ein bisschen später angefangen. Das ist halt bei dir die Sache. Ich hab super viel Nostalgie. Wozu? Ich hab auch die Bud Spencer Collection, guck sie trotzdem nicht ständig und immer wieder. Warum das denn nicht? Ich hab auch früher die ganze Zeit auf meinen Controller rumgehauen, so, weil ich in 2017 lebe und mein Instagram-Filter ist nicht mehr da. Meine Brille ist getötet. Aber Bud Spencer ist immer noch gut. Ja, natürlich ist der immer noch gut, aber nichtsdestotrotz muss ich das doch nicht immer brühwarm wieder aufwärmen und immer wieder und Brühmasterschein. Einmal im Jahr. Wenn ich schon, ich sag's dir nochmal, pass auf. Ja. Wenn ich schon nur alleine an Skyrim denke, dann könnte ich mit einem Ninja-Kick durch diese Wohnung laufen und sie komplett abreißen. Skyrim ist auch ein blödes Beispiel. So ankotzt. Skyrim ist auch einfach aus 2011 und wurde jetzt zigtausendmal remastert. Da remastert. Ja, aber das ist nicht dasselbe. Aber die Frage ist, hast du die Bud Spencer-Kollektion auf VHS, auf Laserdisc, auf DVD oder auf Blu-Ray? Ich hab's ja auf Blu-Ray. Ja gut, aber dann warte vielleicht nochmal in fünf oder sechs Jahren, wenn ein neues Medium nach der Blu-Ray rauskommt. Nennen wir's dann Black Ray oder was weiß ich, X-Ray. Vielleicht kauft man die ja dann nochmal. Ich sag's einfach nochmal, ich kann das nicht. Also ich werd, es ist Dezember. Ich hab früher schon, wenn mein Vater am Wochenende auf dem Samstag gekocht hat und ich das am Mittwoch essen sollte, hab ich's nicht gegessen. Ich mag keine aufgewärmten Sachen. Das ist nicht dein Ernst. Kula schmeckt ja wohl am nächsten Tag erst richtig gut. Ich hab grad gesagt, Samstag und ich soll's am Mittwoch essen. Nudelauflauf. Ich hab das noch nie gemacht und ich werde das tun. Chili con carne schmeckt erst gut, wenn's einem einen Tag gezogen ist und dann wieder warm gemacht wird. Ich rede ich französisch, am Samstag gekocht, Mittwoch essen. Das ist nicht ein Tag. Hast du's denn bis Mittwoch gegessen oder solltest du's erst am Mittwoch essen? Bis vorher gab's noch was anderes von Freitag. Das musst du dann auch noch mal wissen. Das beschwärte ich doch nicht. Kein Problem für mich. Ich kann auch eine Woche lang das gleiche essen. Hauptsache, es zieht richtig durch und ist lecker. Und verschimmelt nicht. Wär vielleicht auch wichtig. Vielleicht kaufe ich mir dann die Nintendo Switch Remastered irgendwann auf dem Raspberry Pi. Ach, die Switch Mini? Warum denn du? Du hast doch überhaupt gar keine Erinnerung an Nintendo. Für dich ist das doch... Du bist dann eher der, der sich das Remastered von Hitman oder so holt. Ich hab Erinnerungen an Wolfenstein Return to Castle Wolfenstein. Ja, oder das. Wenn sie das Remastered rausbringen würden, würde ich das auch nicht spielen. Dann nicht. Ich hab's tausende Stunden gespielt. Und nein, ich bin nicht gerne Anti. Das hat nichts damit zu tun. Ich lebe in meiner Welt so. Ich lebe gerade in meinem eigenen Realismus. Und für mich sind aufgewähmte Sachen einfach so uninteressant. Ja, aber für mich zum Beispiel ist Nostalgie wieder das Interessante. Also für mich gehört das genauso dazu. Zu Dezember gehört Kevin allein zu Haus und stirbt langsam. So jedes Jahr guck ich Kevin allein zu Haus und Kevin allein in New York. Das ist so... Ja, kenn ich, kenn ich. Oh Mann. Da geht mein Herz erst auf für Weihnachten. Vorher ist es kalt wie Stahl. Das kann ja gerne bei dir so sein. Ja. Ist ja auch in Ordnung. Das macht... Kauft euch alle diese wundervollen Cubes und wie sie alle heißen Remastered. Anstatt euch... Wisst ihr, wenn ihr das Original kaufen würdet, das wäre geil. Das wäre geil. Wenn ihr euch das Ding einfach Original holen würdet. Das hätte schon wiederum Stil. Wenn du... Ich hab's Original, aber es läuft nicht mehr. Was? Nein, ich meine jetzt bezüglich auf der... wenn du jetzt bezüglich der Konsole gehst. So wie zum Beispiel Hellcat. Hellcat ist so für mich das beste Beispiel für einen Retro-Typen. Hellcat hat die ganze Scheiße zu Hause. Ja. Hellcat hat das Zeug zu Hause so. Der ist richtig original. Durch die Bank ist das Retro. Und nicht dieses... Ich will jetzt dieses böse Wort nicht sagen, aber dieses neumodische Hipster-Metro... Retro. Hey, weißt du, ich kauf mir da jetzt mal den Raspberry-Buy-Würfel, den ich mir auch einfach alleine machen könnte. Dann habt ihr das Original zu Hause. Ich hab das Original hier zu Hause. Und das schließt du dann an deinen Röhrenfernseher an und nicht über HDMI. Oh, das ist... Weil dann bist du... Dann bist du halt... Das ist für mich dann Retro. Jetzt ist gut. Das ist für mich dann Retro. Ja. Dann kann ich sagen so, yep, genau. Oder wenn du die Buds-Fernseher wirklich auf VHS reinziehst, das ist dann für mich Retro. Ja, soll ich den Videorekorder vorbeibringen? Ich hab noch einen. Bitte? Soll ich den Videorekorder vorbeibringen? Ich hab noch einen. Ich hab selber noch einen Videorekorder, danke. Und einen Röhrenfernseher hab ich auch noch, danke. Nee, das hab ich nicht mehr. Das nimmt mir zu viel Platz weg. Aber spätestens, wenn wir dann anfangen in 480p mit 25 Frames zu streamen, fangen die Zuschauer an sich zu beschweren. Das geht dann wieder nicht, oder was? Das geht dann wieder nicht, ja? Nee, nee, nee. Das muss wieder Neuzeit sein dann. Achso, verstehe ich. Okay, gut. Wie gesagt, ihr könnt das ja so sehen. Finde ich auch nicht schlimm. Ihr könnt euch die Dinge kaufen noch und nachher so. Aber dann sagt mir bitte nicht so, dass ich das nicht sagen darf. Ich find's kacke. Hipster. Nächstes Thema. Genau. Ja, ich wollte ja schon überleiten. Zum nächsten Early Access. Aber ich durf ja nicht. Bitte, Early Access. Zwölfter, Zwölfter. Station Years. Sieht ganz cool aus. Ist, ähm, ich will jetzt nicht sagen Survival Crafting, also es geht darum, im Weltraum halt eben eine Basis aufzubauen, sowohl Singleplayer als auch Multiplayer. Ähm, ich hab jetzt überlegt, wie das Ding hieß von, von, ähm, da gab's schon mal ein ähnliches, äh, Alpha Station 13 oder so, Deep Space 13. Ähm, anderer Grafikstil, aber, ja, im Endeffekt gibt's schon einige mittlerweile, wo man im Weltraum halt eben ja was bauen kann. ist ein weiteres, ähm, was halt in die Richtung schlicht. Ich fand das ganz interessant. Ähm, ich mag halt den Grafikstil. Von daher, ob das Spiel was wird, kann man natürlich nicht abschätzen, weil's halt erstmal Early Access ist. Aber prinzipiell, für alle, die eventuell Science Fiction und irgendwie Aufbaukram mögen, vielleicht irgendwie in Kerbel was aufgebaut haben, könnte vielleicht was werden. Ah, ich glaub, Kerbel ist es weniger. Sieht mehr nach, ähm, Space Engineers. Space Engineers, das, genau, das war's, dankeschön. Nee, es gab aber noch eins, Deep Space 13. Ach, da gibt's tausende von Space Engineers, ähm, ach, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht. Also, hunderte. Ja, und es hat mich halt eben auch vom Titel und von der Macher so ein bisschen an, an Astronir erinnert. Genau. Ich weiß jetzt nicht, ehrlich gesagt, hab ich gar nicht geguckt, ob es vom Selben ist. Hast du's grad offen? Ist es vom Selben? Astronirs und Space Engineers, selbst der Name wäre dann sogar relativ naheliegend. Nee, ist nicht. Es kann nicht von Astronir, von den Astronir-Machern sein, weil die sind selber noch im Early Access. Ja, gut, wobei das ist ja keine Seltenheit, dass man mit dabei ein zweites oder drittes Early Access aufmacht. Ja, das stimmt. Sie ist Space Engineers. Space Engineers, ja, richtig. Da gab's ja vorher die Medieval Engineers. Es gibt da eins aus Deutschland, der Hirnsturz spielt. Space, die F9, genau das meinte ich. Nee, ich bin so langsam durch mit Weltraum-Early Access. Na gut, dann haben wir noch am 29.12. Early Access, was ja Survival Crafting ist. Oh, hey. Das erinnert so ein bisschen an Stranded Deep, von dem man auch, glaube ich, nichts mehr gehört hat. Das ist dann auch in der Early Access bestimmt, ne? Also von daher kommt jetzt das nächste. Wir sind im Pazifik gestrandet, müssen ein Boot bauen und auf Inseln versorgen. Early Access. Ja, Stranged Deep ist immer noch in der Early Access. Ja, da kommt dann jetzt Lost in Pacific. Wird angekündigt mit dem tiefgreifendsten Bausystem, was je ein Early Access hatte und Ihr merkt, der Monat war rar. Und Händegrafik, die aussieht wie in My Summer Car. Der Monat war rar, was Spiele angeht. Oh, ich hab erst jetzt auf die Hände geschaut. Ich mach wieder aus. Ach, Hände sind auch wurscht. Ich mein, My Summer Car macht Sinn, weil das Spiel nimmt sich nicht ernst, aber... Ja, aber Mensch, du kannst Segel hissen. Das ist doch wie, also bestimmt auch mit Piraten. Kann man bestimmt sein. Wir haben eins der wichtigsten Spiele diesen Monat vergessen. Das ist wahrscheinlich das einzige, was vernünftig rauskommt. Spellforce 3. Am 7. Dezember 2017, Freunde der Sonne. Aha. Spellforce 3. Ja, Spellforce... Haben wir doch nicht. Wir reden doch gerade drüber. Ja, Spellforce 3 kommt noch raus. Also, ja, nächstes Freitag. Oh, da hab ich das Einser gespielt. Da hab ich ja auch. Das weiß ich noch. Das war mega gut damals. Tatsächlich? Hm, okay. Ist mir auch durch die Lappen gegangen. Ja, ich weiß nicht. Es wird ja gepublischt von THQ Nordic. Seh ich gerade. Weißt du, dass Spellforce auf der Gamescom gesehen habe. Skandalös. Also, das ist dann was für die Serie. Spellforce? Ich hab schon kurz überlegt, mal mit dem Gedanken gespielt, so ganz kurz mal. Weiß es nicht. Also, jetzt aktuell sowieso gar nicht. Außer, ich hab gar keinen Bock mehr auf Tarkov. Also, ich bin momentan so eher ein bisschen nee. Was Spellforce 1 war diese Mischung aus RPG und Strategie, oder? Also, du hattest so ein Hauptavatar, den du gelenkt hast und aufgelevelt hast. Du hattest Gesundheit. Entschuldigung. Best of the Card. Oh Gott, das ist so lang. Ich glaub, ich hab's sogar noch hinten im Schrank. Oh genau. Das war, es ist Ewigkeiten her. Aber es hatte mega Spaß gemacht. Irgendwie hab ich auch noch in Erinnerung, dass diesen Monat das Bud Spencer-Spiel rauskommt. Das von Gronkh? Hattet der Das gab ja mal ein Kickstarter irgendwie zu dem Bud Spencer-Enterance-Hill-Game. Wie hieß denn das? Slappin' Beans? Hab ich? Ja, Vampire und so wurde ja verschoben. Vampire wurde verschoben, genau. Das wurde verschoben. Das sollte ja eigentlich im Dezember erscheinen, aber das wurde verschoben. Wie hieß denn das? Slaps and Beans. Slaps and Beans, ja. Januar. Januar 2017. Nice. Slaps and Beans. Ja, also vor einem Jahr schon. Ich weiß jetzt nicht, ob's schon draußen ist. Ich hab das nicht beobachtet. Nee, 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 nee. Irgendwie, das ist grad bei... Wer hatte mir das denn erzählt? Kommt das noch raus oder nicht? Soll jetzt auch, glaub ich, diesen Monat kommen. Also im Chat steht 15.12. Ich sag nochmal dazu, natürlich, weil jetzt hier auch viele noch einige andere Spieltitel geschrieben haben, natürlich ist die Liste nicht vollständig. Das war jetzt ein grober Überblick. Natürlich gibt's halt hunderte mehr an kleineren Spielen, an DLCs für Spiele. Resident Evil DLC hab ich halt eben auch gelesen. Ja, das kommt auch. Wobei, hatten sie das jetzt nicht nochmal gesplittet, dass jetzt das Kostenlose nicht das beinhaltet, was nochmal das Kostenpflichtige an Story beinhaltet? Ja, gab's doch auch irgendwas, weil sie hatten ja erstmal das eine, jetzt das Kostenlose quasi als Story am Anfang angekündigt, aber dann haben sie sich ja überlegt, dass sie nochmal ein DLC mit Story rausbringen, was dann aber jetzt doch wieder kostenpflichtig ist. Da hab ich aber leider keine Infos so gefunden, deswegen hatte ich's jetzt nicht aufgeführt, aber das Kostenlose Jahr kommt. Und natürlich auch noch andere Spiele, also keine Gewehr hier auf, das sind die einzigen Dinge, die diesen Monat erscheinen oder kommenden Monat, sondern so, die eventuell halt interessant oder von größerer Interesse halt sein könnten. Jo. Wobei bei dem Resident Evil Ding bin ich mir halt eben auch nicht sicher, ob es interessant aussah, weil das, was man letztens gesehen hat, wo Chris dann halt irgendwie auch mehr oder minder so wieder rumballermäßig rumgerannt ist, ja, mal abwarten. Bier und Würstchen möchte ich spielen. Bier und Würstchen. Bier und Würstchen? Ja. Bei Spencer und Terrence Bier und Würstchen. Nun, bleibt bei Remaster, wobei, das ist jetzt eine Vermutung und zwar ging so ein kleiner Ruck durch die Souls-Community. Sony hat diesen Monat noch bekannt gegeben, dass sie die Demon's Souls-Server offline schalten und kurze Zeit danach hat sich Atlus und Bandai Namco gemeldet, dass sie ihre Server für Demon's Souls ebenfalls abschalten wollen werden und das Ganze von allen drei Firmen, die das eben kontinental aufgeteilt haben nach Asien, Amerika beziehungsweise Europa, deswegen drei verschiedene Firmen, die die Server managen und alle schalten die zum 28. Februar ab, was das Fiskaljahr 2017 in Japan halt ist und dementsprechend wird dann Demon's Souls nicht mehr online spielbar sein, also kein Koop, kein PvP und das kam etwas überraschend und ich habe da auch schon vermutet oder gemunkelt, also die erste Hoffnung war, dass es, es gibt ja mittlerweile Playstation Now auf der Playstation, dass man alte Playstation-Titel im Emulator quasi auf der Playstation 4 halt spielen kann, Hoffnung war, dass Demon's Souls da mal reinkommt, haben halt viele dieser Souls-Fans mich inklusive gefordert, dass man es eben nochmal spielen kann, aber genau diesen System-Seller haben sie halt eben jetzt nicht in Playstation Now halt reingehauen, sondern haben angekündigt, dass sie die Server abschalten und die Frage ist, wo alle immer hier schreien, wir wollen Demon's Souls, das dann eben anzukündigen von allen Firmen zeitgleich, die sie eben nicht machen müssen zeitgleich, nächste Woche ist die Playstation Experience, was eben auch nochmal in den News ist, wie gesagt, am nächsten Wochenende ist das Event von Sony, wo eventuell noch das eine oder andere kleinere Spiel oder Remaster angekündigt werden könnte, unter anderem ist damit jetzt die Hoffnung halt bei mir und in der Souls-Community gestiegen, dass auf der Playstation Experience eventuell ein Demon's Souls Remaster angekündigt werde, weil das wäre der einzige logische Schritt, warum sie halt die Playstation 3-Server abschalten, weil sie dementsprechend den PS4-Port verkaufen wollen mit neuen Servern. Hoffnung stirbt zuletzt, weil viele wünschen sich, die keine Playstation 3 haben, das Spiel endlich mal quasi den ersten Teil der Souls-Serie halt spielen zu können. Ich würde mich freuen und würde halt Instant Platin Run bei dem Game machen. Hoffnung stirbt zuletzt, wie gesagt, ob es kommt, keine Ahnung, kann auch nur sein, dass die Server abgeschaltet werden und nicht mehr. Demon's Souls Schönes Spiel, aber wundert es einen nach so vielen Jahren, also irgendwann müssen die Server doch auch abgeschaltet werden. Ich habe den Trahar darum nicht verstanden, weil Naja, Zeitgleich von drei verschiedenen Firmen, die es halt eben nicht gleichzeitig machen müssten. Ja gut. Das meist geforderte Spiel für Playstation Now, was alle Leute gerne hätten. Ein Remaster, was alle gerne hätten. Brauche ich einen Remaster von Demon's Souls, weil es sieht immer noch eigentlich gut aus. Ja, Full HD 60 FPS, go, go. Mehr brauchst du nicht machen. Wäre schon perfekt. Mit dem gleichen Netcode? Der Netcode ist mir egal. Ich habe es auf der drei schon gerne gespielt. ja, die haben halt eben lange nichts von From Software gehört. Gut, ob die jetzt direkt beim Port beteiligt wären, keine Ahnung, ich glaube eher weniger, aber es wäre ein kleiner Knaller. Also, ich würde mich freuen, viele andere würden sich freuen. Klar würden auch Leute sagen, kack, Remaster, ich will es nicht. Ich hätte lieber einen anderen Teil, wobei, wenn es tatsächlich eher noch um einen neuen Teil gehen würde, würde ich mir vorstellen, dass sie halt die Server also eingeschaltet lassen, weil viele ja, wenn sie quasi den neuen Teil spielen, nochmal Bock auf den alten bekommen und dann nochmal quasi das Spiel wieder besuchen oder zum ersten Mal besuchen. Da wäre es unklug, tatsächlich die Server auch abzuschalten. Von daher ist das einzige Szenario, was ich mir halt eben vorstellen kann, alles wille Theorie von mir zu sagen, wir machen es auf der 4, wir wollen die Leute von der 3er auf die 4er Version, deswegen schalten wir die Server ab. Das wäre so der einzige Schluss. Ich hoffe halt, ich hoffe. Ich habe eine 3er und ich habe das Spiel da, also. Du kannst es immer noch offline spielen, also stört es mich jetzt nicht so sehr. Klar ist es schade, dass du Demon's Souls nicht mehr zusammenspielen kannst. Es gibt einen Boss, bei dem es besonders schade ist, dass es nicht mehr, dass es keinen Server gibt, aber das ist auch alles. Dark Souls war erst das, also ich meine, richtig PvP in der Souls-Gemeinde ging mit Dark Souls los. So richtig PvP. Ja, weil Demon's Souls war ja sogar noch mehr Indie, wenn du so willst. Ich meine, was Souls-Indie ins Rampenlicht gezerrt hat, war halt, letztendlich die Prepare-to-Die-Edition als es auf dem PC halt geportet wurde. Davor war es ja mehr oder minder noch Nische. Ja. Ende Februar wäre die Server abgeschaltet. 28. Ganz genau. Und wie gesagt, die PlayStation Experience ist jetzt kommendes Wochenende, wo eventuell das eine oder andere Remaster halt eben angekündigt wird. Unter anderem munkelt man zum Beispiel, dass eventuell Bayonetta oder Vanquish nochmal für eine PlayStation 4 erscheinen könnten, dass die angekündigt werden als Bundle, weil da schon Screenshots aufgetaucht sind. Ist ja schon mal jetzt Remastered worden für den PC. Von der Konsole hat man nichts gehört und wie gesagt, gerüchteweise hört man da eventuell was von Platinum, dass da so ein Bundle halt eben auch vorgestellt wird. Ist jetzt nicht die Big News für die PlayStation Experience, aber immerhin noch eine kleine News. Die hat wundert mich halt, dass sie eben Jack & Dexter halt tatsächlich vorher angekündigt haben, zum sechsten halt und nicht erst zwei Tage oder so später, weil die PlayStation Experience wäre halt glaube ich zwei Tage später müsste der 8. und 9. sein, wenn ich das richtig auf dem Wecker habe. Wenn ich brauche mal einen Kalender. Ja genau, das Wochenende danach. Genau. Also sie haben es halt quasi für vorher eben angekündigt. Übrigens seit heute kann ich das Wort Remastered und Early Access nicht mehr hören. Seit heute ja. Ich habe das heute so oft gehört, ich kann es nicht mehr hören. Und DLC auch nicht mehr. Tut mir leid, ich habe ja heute sehr viel zugehört. Gut, das wird wahrscheinlich auch für den Rest des Abends bleiben, weil ich habe ein sehr unwohles Gefühl. Ich möchte eigentlich nur laut sein. Das wäre wahrscheinlich nicht gut. Dann haben wir jetzt ein neues Wort. Was wollt ihr noch nicht hatten? Was denn? Open Beta. Blutboxen? Ne, Open Beta. Oh, eine Demo sozusagen. Ja, quasi. Und zwar vom 9. bis 12.12. Für die PlayStation 4 und PlayStation Plus Inhaber. Kostenlos Monster Hunter. Heißt das World? Ja, ne? Monster Hunter World Beta mit irgendwie zwei Jagdmissionen, wo man halt mal ein bisschen in das Spiel reinschnuppern kann. Das geht vom Wochenende vom 9. bis 12. Also das heißt, alle PlayStation Plus Leute 5,X Gigabyte sind roundabout 6 Gigabyte. Die können halt eben loslegen und mal in das Spiel reinschnuppern. Eventuell, weil sie sicher sind, dass sie es haben wollen, weil sie noch nicht sicher sind, dass sie es haben wollen. Das läuft, wie gesagt, vom besagten Datum. Ich wollte gerade sagen, man braucht... Ich merke schon, der Ansturm ist gigantisch hier. Man braucht PlayStation Plus. Ne, ich würde spielen. Aber sowas wollen. Ich würde auch spielen. Ich freue mich sehr auf das Spiel. Bitte? Ohne PlayStation Plus geht es auch? Nein. Beta ist für PlayStation Plus. Du musst ja irgendwann nochmal was für das Geld bekommen, ne? Also... Wie wär's noch mit Downloads hören? Sehr schön. Das war ja super toll. Ja, ich freue mich. Nächstes Wochenende. Aber ich habe gehört, es wird schon wieder teurer. Nein, es ist teurer geworden. Es ist schon teurer geworden. Ja, wobei es ja immer mal wieder Angebote gibt. Jetzt letztens war es, glaube ich, im Cyber Monday für ein Jahr 44 Euro. Jep. Ja. Aber nicht jeder hat Zeit, bis aufs Angebot zu warten. Ey, aber dafür, ey, dafür kriegt man gerade Spiegel jeden Monat. Oder manchmal sogar mehr. Und was für welche? Until Dawn war ja schon mal drin. Ja. Metal Gear Solid 5 war auch drin. Hm. Also ich meine, ab und zu sind ja wirklich gute Dinge dabei. Im nächsten Monat. Was gibt im nächsten Monat? Ich spoilern. Ich spoilern. Was? Ja, wobei, wenn wir jetzt auf dem Thema sind, kümmern wir uns jetzt auch sagen, was in der Playstation Plus kommt. Hau raus, Glebby. Daxa das 2 und Kung Fu Panda, also nichts Besonderes, muss ich sagen. Auch Daxa das 2 fand ich super. Ja. Also Daxa das 2, das habe ich zwar auf Disc-Version, aber Kung Fu Panda, richtig schöner Schrott, das werde ich mir angucken. Da muss ich kein Geld für ausgeben, weil ich hatte das schon mal im Auge. Ich habe nämlich Kung Fu Panda das Normale gespielt gehabt auf Playstation 3 und ich glaube, das ist die Version, wo so eine Beat-and-Up-Version ist, dass Smash Brothers nur mit Kung Fu Panda. Warum machtest du kein Darksiders? Ich? Ja. Was? Ich weiß es. Ich kann es noch nicht mal genau sagen. Es fühlte sich an wie ... Das ist auch Zelda für Erwachsene. Bitte? Das ist auch Zelda für Erwachsene. Nee, eben nicht. Ich fand eben, es war ein God of War für Kinder. What? Was? Ja, das ... Nein. Doch, ich habe es ja gespielt. Ich habe es ja gespielt. Ja, ich auch. Ich habe den ersten Teil auf Platin gespielt. Ich hatte zwischendrin ... Ich hatte zwischendrin immer wieder so ein bisschen Zelda-Feeling. Ich habe es gern gespielt. Ich fand es irgendwie bieder, aber das war nur so meine persönliche Meinung. Ja, ich glaube, ich weiß, was Slebi hat. Ich weiß, was mit ihm nicht stimmt. Nee, das hatte ich tatsächlich am Anfang auch. Ich habe Darksiders damals auf der Playstation 3 gespielt, direkt nachdem ich God of War gespielt habe und habe einen God of War erwartet und hatte genau dasselbe, was Slebi sagt. Es war irgendwie für mich damals ein God of War, was nicht gezogen hat. Es waren zu viele Rätsel drin. Kacke, ich will kloppen. Lass mich irgendwie spielen. Dann habe ich jetzt halt Breath of the Wild gespielt. Ich kannte vorher Zelda nicht, weil ich halt eben nicht ein Nintendo-Boy bin, sondern eher Sony. Ich hatte halt sehr viel Spaß in Zelda, habe da halt dieses Combat mit Rätsel-Einlagen halt lieben und schätzen gelernt und habe nach Zelda nochmal Darksiders 1 und 2 jetzt auf der Playstation 4 gespielt. Und ich habe mich so an Zelda erinnert gefühlt. Allein diese Rätsel-Jingles, das war halt tatsächlich, weiß ich nicht, es war dann doch wirklich wie Zelda. Und das habe ich beim ersten Mal Spielen halt einfach nicht erkannt, weil ich mit den falschen Erwartungen rangegangen bin. Im Nachhinein grandioses Spiele. Ich freue mich super auf den dritten, wenn er dann noch vielleicht nächstes Jahr kommt. Und den werde ich dann auch sofort halt spielen, bis die Hölle brennt, zufriert, whatever. You know what I mean. Ja. Ne, es gibt einfach manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt so Spiele, die fängt man an und merkt so, irgendwie catcht mich das nicht. Ich verstehe, dass Leute es gut finden, aber irgendwie, weiß ich nicht, ob es mir zu billig wirkt oder irgendwas mich daran stört. Ich kann einfach, ich werde einfach nicht gezogen, es weiterzuspielen und dann lege ich es einfach weg. Ja gut, das ist die falsche Erwartungshaltung halt, die ich halt am Anfang beim ersten Teil auch hatte, wo ich gesagt habe, ne, ist ja gar keine God of War. Eben. Da fand ich ja Dantes Inferno damals halt deutlich besser. Ja. Klar, weil es eben mehr wie God of War ist und weniger wie Zelda oder so. Ja. Ne, also, ich gehe da, das ist eben, dass es immer mit so vielen Erwartungen an die Spiele geht. Ich habe, ich habe Darksiders 1 damals auf der Playstation 3 gespielt. Das kam, oh, das sieht gut aus. Was ist das? Krieg auf Ruin, die apokalyptischen Reiter. Ja geil, mache ich rein und ich habe einfach nur Spaß dran gehabt. Ich, ich, weiß ich nicht, vielleicht seid ihr da so ein bisschen kopflastig und macht euch einfach viel zu viel Gedanken vorher über die Spiele, die ihr da reinballert. Ich mache das rein und denke mir, was ist denn das? Oh, ja, das finde ich gut, das macht mir Spaß. Das kaputt schlagen, das kaputt machen. Auf Apokalypse war es sehr schön spielbar, also es war ein angenehmer Schwierigkeitsgrad. Fand ich super. Das ist, das ist wie mit Musik. So, es gibt Tage, an denen catcht mich einfach ein Lied und dann wird es plötzlich meine neue Lieblingsband und mein neues Lieblingsalbum und mein neues Lieblingslied, obwohl ich es schon fünfmal vorher gehört habe und es mich nie gerissen hat und dann über Jahre hinweg trage ich dieses Lied mit mir mit und mir gefällt es einfach nicht und so ist es mit Spielen. Ich kann es dreimal anspielen und es wird mir dreimal nicht gefallen, beim vierten Mal kommt es dann und dann gefällt es mir richtig gut. Es gibt einfach so, manchmal muss man das richtige Spiel am richtigen Tag spielen, bis es einen catcht und so habe ich das Gefühl, es ist mit Darksiders und so wird es wahrscheinlich mit Horizon auch sein. Irgendwann ist Horizon Zero Dawn im PS Plus Monat drin und dann lade ich es mir runter und fange es an zu spielen und finde es super geil und es wird eins meiner Lieblingsspiele. Aber momentan drücke ich es eher weg. Und das ist mit Darksiders genauso. Das war mit, zum Beispiel, das war mit Metal Gear Solid. Habe ich immer vor mir hergetragen. Ich hätte es schon die ganze Zeit spielen können eigentlich. Ich habe es immer weggedrückt, weil ich nicht bereit war, noch Metal Gear Solid zu spielen und mich darauf einzulassen, weil ich es zu kindisch fand, die Story irgendwie zu abgefahren, Kojima war mir zu bieder und irgendwann war es dann soweit, da habe ich gesagt, so jetzt. Jetzt ist der Moment gekommen, jetzt muss ich Metal Gear Solid spielen. Habe es in einem Monat weggezockt und also zumindest bis Teil vier und fand es richtig gut. Wie lange hat Herr Doktor auf dich eingeredet? Herr Doktor und Metal Gear Solid? Ja. Gar nicht. Gar nicht? Gar nicht okay? Nee. Tatsächlich nicht. Das hatte mit Herrn Doktor nichts zu tun. Der liebt die, glaube ich, die ganze Zeit. Habe ich erst rausgefunden, als ich dann den dritten gespielt habe, ja. Aber ich glaube, das, was halt Salih sagt oder jetzt letztendlich das auch, was Lebi sagt, es ist, glaube ich, was Salih macht, ist mittlerweile eine schöne Gabe, sich halt diese, einfach diesen, ich nenne es mal, kindlichen Spaß halt zu bewahren, dass man halt eben nicht überanalysiert und einfach nur Spaß mit dem hat, was man halt bekommt und nicht halt, ich möchte Spaß haben mit irgendwas, was ich erwarte, weil das siehst du ja auch häufig am Chat, wenn halt die Leute halt reinkommen, dann wird halt geflamed wegen Grafik, Downgrade, wegen FPS, wegen Auflösung, dass man auf der falschen Plattform spielt und einfach tatsächlich Spaß am Spiel haben, ist mittlerweile bei vielen halt, und da schließe ich mich nicht aus, in den Hintergrund gerückt, weil halt zu viel drüber nachgedacht wird, anstatt einfach mal ein Spiel zu genießen und ich möchte eigentlich auch eher wieder dahin kommen, was halt Salih macht, einfach ein Spiel anmachen und Spaß haben und gar nicht erst mal vorher großartig drüber nachdenken und deswegen gucke ich auch jetzt mal in Genres rein, die halt eher bei mir untypisch sind, wie jetzt halt eben Super Mario oder Mark Xenoblade, einfach halt mal was anderes komplett irgendwie und gucken, dass man damit halt auch irgendwie Spaß hat. Ja. Das mache ich bei jedem Spiel. Über 50 Prozent der Spiele mache ich nach einer Stunde aus. Ich habe keine Erwartung, ich gucke mir keine Trailer an, ich gucke mir keine Bilder an, ich gehe in das Spiel rein, mache das aus. Origins, genau dasselbe. Null Erwartung gehabt an Assassin's Creed, reingegangen, ausgemacht, tschüss, kein Bock mehr. Darksiders 2, angemacht, ausgemacht, tschüss. So läuft das zur Zeit nur noch, weil das alles dieselbe Scheiße ist. Alles derselbe, immer wiederkehrende, gleiche Mist. Und alle Sachen, die neu sind und innovativ, zack, ins den Reihen, durchgespielt. Also für mich ist das keine, keine, keine Erwartung, also für mich ist das heutzutage keine Erwartungshaltung mehr, es ist einfach nur, du weißt es halt vorher schon, wenn du dir zum Beispiel Shadow of War anguckst. Du weißt halt schon, du brauchst bloß den Namen lesen und du weißt schon, was rauskommt. Da kannst du selbst ohne Erwartungshaltung reingehen und du weißt ganz genau, was dich erwartet in der ersten Stunde. Ganz genau. Du musst gar nicht anfangen. Assassin's Creed war genau dasselbe. Ich hab auf euch alle gehört, hab gesagt, alle haben gesagt, guck, Dizzy, das ist das beste Assassin's Creed, was du je gesehen hast. Und dann machst du es an, du machst das erste Mal, das erste Mal kommst du in der Zwischensequenz überhaupt, vom Ton her gar nicht abgemischt ist, wo ich mir schon denke, hallo, Multimillionen-Dollar-Titel, kriegst du den Ton abgemischt und dann gehst du rein, machst die Karte auf, ha ha ha, gleich wieder zugemacht, schon keinen Bock mehr gehabt. Echt? Ja, weil du ganz genau weißt, worauf das hinausläuft. Hallo, hallo, Spieler 2017, du bist so dumm, du checkst das gar nicht, dass du immer wieder dieselbe Scheiße machst. Hier, bitte, ne volle Karte, lauf doch mal die Punkte ab, auf Wiedersehen. Und wenn ich das schon allein mache, und ich bin, bitte? Es ist ein Videospiel. Ja, natürlich, natürlich, aber für mich sind das mittlerweile Kriterien geworden und da mag vielleicht der eine sagen, ich bin zynisch oder ich hab, was auch immer ihr mir jetzt wieder anhängen wollt. Für mich ist das, wenn ich das schon mache, ist das für mich schon so ein Kriterium, oh nee, ich hab keinen Bock mehr. Oder wenn Leute ihren Ton nicht abmischen können, das macht mich wahnsinnig. Wo ich immer, das hat mich bei Assassin's Creed, der hat mich das auch gestört. Wir wollen gar nicht über Lootboxen reden oder sowas. Ich hab keine Ahnung von dem Spiel, aber dann hab ich schon so einen richtigen Abtörner. Dann hab ich schon gar keinen Bock mehr, so Schlechtsverkehr mit dem Spiel zu machen und es zu lieben. Ich weiß nicht, ob das davon kommt, dass man, dass man so viel, ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwann abhanden gekommen ist, aber ich geh wirklich mittlerweile ins Spiel rein und guck mir nichts an. Ich guck mir keine Trailer an, ich lese mir nichts durch. Ich guck extra nicht auf den Publisher. Weil wenn der Publisher an mir nämlich schon die Auche tweedle, dann hab ich schon, da schon keinen Bock mehr auf das Spiel. Weil mich das so sehr enttäuscht, weil ich mittlerweile merke, wie viele Leute sich Dinge wegen mir kaufen und das hab ich mittlerweile auch im Hinterkopf, dass ich, das geht gar nicht mehr. Ich kann mich nicht einfach hinsetzen. Ich merk das jetzt bei Tarkov. Es haben sich so viele Leute Tarkov gekauft, nur weil ich's gespielt hab. Ich hab nicht gesagt, kauf's oder Promotion oder sonst irgendwas gemacht. Ich hab's nur gespielt. Und ich fühl mich mittlerweile in der Pflicht, diese ganze Jauche, die in meinen Augen wirklich Jauche ist, gar nicht mehr anzufassen. Und ich lass so viele Spiele einfach weg. Also die installier ich schon gar nicht mehr. Sei's Battlefront, sei's Gran Turismo. Diese ganzen, diese ganzen Sachen, die alle da rauskommen. Und da kann, das geht nicht mehr. Ich spiel's einfach nicht mehr. Remastered. Oder Season Pass DLC 5.312-70. Nee. Wenn jetzt Naughty Dog sagt, ich bring DLC raus, okay, ist gekauft. Weiß ich, funktioniert so. Aber ich hab, ich hab jetzt wirklich über die Zeit wahrscheinlich sehr viel, sehr viel, ich nenn's mal, dunkles Gedankengut. Also ne, ne schwarze Seele bekommen, bezüglich der Gaming-Industrie, dass ich das alles weglasse. Weißt du, woran das liegt? Du bist ein Core-Gamer. Du bist jemand, der täglich da sitzt und Videospiele spielt. Du kennst dich aus. Du vergleichst Spiele mit anderen Spielen. Das tust du schon seit, seit Jahren. Diese Firmen, wie Ubisoft und EA und Activision Blizzard, die machen keine Spiele für dich. Die machen Spiele für den, der in den Laden geht und da die Verpackung, sieht und denkt, das ist bestimmt ein cooles Spiel, das kaufe ich mir jetzt. Und abends, zweimal die Woche, wenn das Kind aufgehört hat zu schreien, die Konsole anmacht und das Videospiel spielt. Für die ist dieses Spiel. Nicht für dich, der am Tag acht, zehn Stunden am PC sitzt und zockt. So. Für dich wollen sie gar nicht diese Spiele machen. Genau, für die Leute ist dieses Spiel doch gemacht. Mach doch mal die Karte in Assassin's Creed auf. Welcher normale Mensch soll das denn durchspielen? Ja. Du bist doch aber ganz, du hast den ganzen Tag Zeit. Wer soll das durchspielen? Wer? Es ist ja nur ein Angebot, Desi, es muss ja keiner zu 100% durchspielen. Du brauchst das Optionale nicht. Es ist ein Angebot, dass du mehr Zeit in der Welt verbringen kannst, wenn du denn möchtest. Es hat auch nichts mit Korn. Es ist sogar eher umgekehrt, dass du das Problem hast, dass du überlevelt bist, wenn du wirklich alles machst. Das Problem scheine ich auch mittlerweile zu haben im Bereich Mitte 20. Wenn ich wirklich jede Nebenquest mache, bin ich am Ende überlevelt für die Story. Leute, alle, die gerade Twitch konsumieren, ihr seid keine normalen Gamer. Hört auf, immer euch zu vergleichen mit normalen Spielern. Ja, ich hab's durchgespielt in 80 Stunden. Ja, ihr kommt nach Hause und spielt Computer. Andere Leute haben noch Kinder, gehen raus. Fakt mal die Menschen. Die spielen nicht so viel Computer. Also immer schön selbst und von... Ich hab mit dir nicht gesprochen, Alexa. Immer reflektiert vernünftig, bitte. Vernünftig. Na gut, aber... Das schafft kein normaler Mensch und ich bin kein Core-Gamer. Es ist einfach die Erwartung, Das würde ich tatsächlich aber so nicht stehen lassen, Dizzy. Also ein normaler Mensch kann es schon schaffen. Der spielt wahrscheinlich nicht so viele Spiele. Der spielt dann halt einfach langsamer. Der spielt dann halt Assassin's Creed halt zwei, drei Monate, wenn er halt Bock drauf hat und wird es dann trotzdem irgendwann in der Zeit halt durchspielen. Er wird dann nicht die 80 Stunden wie du 100 in einer Woche in Taco verbringen, sondern halt eben über eine längere Zeit. Klar, der kauft sich dann aber auch weniger Spiele. Der ist dann halt eben selektiver mit dem, was er halt spielt. Ich seh das bei Stefan. Äh, okay. Ich seh das bei meinen RL-Freunden, die zu mir kommen und sagen, du, kannst mir mal ein Spiel für meine Playsee empfehlen? Ich hab keinen Plan. So Witcher hat irgendwie bei mir nicht so gezogen. Kannst du mir mal sagen, Assassin's Creed schon wieder eins? Nee, hab ich irgendwie keinen Bock. Sag doch mal was, ich will irgendwas mit Story. Sag doch mal irgendwas mit Story. So kommen die halt zu mir. So, und ich muss denen dann halt sagen, ja, hm, wenn dir Assassin's Creed nicht mehr gefällt, weil du es jetzt dreimal schon gespielt hast und nie zu Ende gespielt hast, ja, was soll ich dir sagen? Ähm. Und das hat auch nichts mit Core-Gamer zu tun, dass du davon gelangweilt bist. Triple A, also für mich ist mittlerweile, ich bin fast da angekommen, wo ich sag, ey, nur noch Indie-Spiele. Triple A ist... Ja. Weil du alles schon gesehen hast, tausendmal. Was heißt, ich hab alles tausendmal gesehen? Ganz ehrlich, ich frag mich mal einen normalen Menschen, jetzt nicht, nicht die Zuschauer aus dem Chat, ja? Frag ich mich ganz ehrlich. Frag ich, nee, das, wie gesagt, wer hier zuguckt, ist halt kein Mensch, der nicht von der Gaming-Industrie irgendwie ein bisschen injiziert kriegt. Aber frag dich mal einen ganz normalen Menschen, der nicht vorm Computer sitzt und der macht in Assassin's Creed ein Los. Denkt ihr, der findet das geil? Also, das frag ich mich wirklich manchmal, ob das daran liegt, dass man so viel spielt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das einer geil findet. Es ist schön. Also, ich rede nicht nur von Assassin's Creed, so, ne? Abwechslungsreich. Ich rede nicht nur von Assassin's Creed, Leute. Das war jetzt nur ein Beispiel. Wir können auch gerne Shadow of War nehmen oder jedes sechs beliebige andere Titel, der rauskommt dieses Jahr. und Triple A und Open World hat. Versucht euch mal da rein, also, versucht euch da mal rein zu versetzen in die Lage. Weil ich, also, ich kann mir das echt nicht vorstellen. Selbst wenn ich, selbst wenn ich das alles versuche auszublenden und wirklich frei von meinen eigenen Werten zu gehen, kann ich mir das nicht vorstellen. Also, ich hab zum Beispiel, ich vergleiche das mit Filmen. Ich hab viele Filme gesehen. Früher. Mittlerweile nicht mehr. seit ich viel zocke, guck ich kaum noch Filme tatsächlich oder Serien. Aber früher hab ich viele Filme gesehen und irgendwann haben mich dann diese Standard-Hollywood-Stories halt gelangweilt, weil sich die Story eigentlich immer nur wiederholt hat mit neuen Charakteren. Ich war gestern im Kino. Ich hab Justice League geguckt. Ich musste lachen. So schlecht war der. So unfassbar schlecht war der. Das war einfach ein Klischee nach dem anderen. Und dieser Film hat sogar noch versucht, sich ernst zu nehmen, statt sich darüber lustig zu machen, was er da eigentlich gerade tut. Es gab aber Leute im Kino, Zwölfjährige, die fanden den halt super geil. Und dann hab ich mir gedacht, wär ich jetzt zwölf, fände ich den auch super geil, weil ich hab noch nicht so viele Filme gesehen. Ich wollte das sehen. Ähnliche Beispiel übrigens, und zwar mit Musik. Guck dir einfach die Charts an. Für Leute, die halt wirklich vielleicht viel Musik hören, ist dann in 100 Chartplätzen vielleicht ein Lied dabei, was interessant ist. Ansonsten hören sie tatsächlich eher das, was sie halt eben interessiert, was Nische ist. Und das ist genau das, was halt Dizzy meinte. Er spielt halt lieber mittlerweile die Nische, da fühlt er sich mehr abgeholt. Na klar, weil halt eben der Mainstream halt für ihn ausgelutscht ist. Dabei hab ich ja gesagt, bewundere ich halt Sally, dass sie halt sich da eben immer wieder kindlich begeistern kann. Und ich find, das ist auch eine Gabe, wenn wir halt weiter mit dem Medium halt langfristig Spaß haben wollen, weil tatsächlich an innovativen Indie-Games wird für uns vielleicht mal ein, zwei, drei im Jahr rauskommen. Klar, aber wir wollen ja trotzdem mehr spielen. Also muss ich auch wieder lernen, mich tatsächlich dafür begeistern zu können. Und das neue Assassin's Creed gefällt mir halt eben auch deutlich besser. Ja, es ist am Anfang halt ein bisschen überladen, aber man kann halt selektiv sagen, ich muss nicht alles machen, was mich nicht interessiert und hab trotzdem halt mit dem Spiel Spaß und genieße es halt so, wie es ist. Und tatsächlich würde ich auch sagen, ist es kein schlechtes Assassin's Creed. Es ist eines der Besseren. Ja, ist es. Ich weiß, was ich bei Assassin's Creed bekomme und ich kaufe kein Assassin's Creed. Genau aus dem Grund. Und damit hab ich, geht's mir gut. Ich hab genug Spiele, die ich dieses Jahr spielen kann. Es ist immer noch, neben dem ganzen Triple-A-Zeug, was halt so rausgekommen ist und was mich nicht interessiert, weil es einfach nicht für mich ist, ist immer noch so unfassbar viel Gutes rausgekommen dieses Jahr, dass ich mich eigentlich gar nicht beschweren dürfte. Das Witzige ist, letztes Jahr, die sie hast du gesagt, bei mir gibt es nur Triple-A. Nur. Das war letztes Jahr, da gab's noch keine Newboxen. Nur Triple-A. Da gab's noch keine Newboxen. Und jetzt sagst du so, vielleicht durch, also ich misch halt schon immer durch. So, ich spiel halt auch mal uraltes Zeug, Nostalgie, Remastered und dann kommt so ein Triple-A-Titel und dann kommt mal wieder was anderes. Weiß nicht, ich begeister mich da immer noch. Ich geh mit so viel Begeisterung da ran und am Anfang, Assassin's Creed war am ersten Tag. Hm, ja. Wie findest du das? Wie findest du das? Ja, weiß ich, ja, Ägypten, ne? Sand. Ja. Und am zweiten Tag, weil ich einfach, und ich gebe den Spielen halt die Chance und ich lasse die sich entwickeln und das hat sich entwickeln und es hat immer mehr Spaß gemacht. Stockholm-Syndrom. Das ist dein Geheimnis. Wow. Wow. Ich mach nur Spaß. Das Ding ist halt, ihr seid doch, ihr verdient, mit dieser Industrie verdient ihr Geld. Ich erklär euch mal meinen Standpunkt. Mit dieser Industrie verdienst du Geld. Menschen schauen dir dabei zu. Ich persönlich kann mich nicht hinsetzen und einen Assassin's Creed feiern und einen Shadow of War feiern, wenn ich weiß, wie viel Scheiße da drin steckt. Aber du spielst auch Early Access. Und in Assassin's Creed kannst du Lootboxen kaufen oder du lässt es. Ah, 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 ah. So wollen wir gar nicht erst anfangen. In Assassin's Creed musst du keine kaufen. Nein, nein, du musst in keinem Spiel ein Lootboxen kaufen. Darf ich das bitte noch zu Ende führen? Bitte. Für mich ist es mittlerweile so, dass sehr viele Leute hier zuschauen und sich darüber eine Meinung bilden und das als Informationsquelle nehmen. Ich kann mich nicht hinsetzen und ein Spiel spielen, was für mich abgrundtief einfach nur eine Verblödung von Menschen ist, was es für mich ist. Und das ist meine persönliche Meinung dazu. Verzeihung, das ist wie jeder andere Grinder, den es gibt auch. Und so kann ich mir die Hinsätze und das spielen. Mit der Prämisse sogar noch hintenrum, wenn du Inside-Informationen hast oder dir das ein bisschen dich mal reinliest in die Thematik, wie viel Geld da reinfließt und so weiter und so fort. Und da ist für mich, hört das dann einfach irgendwann auf. So, ich kann mich jetzt hier sonntags hinsetzen und ich kann eine ganze Stunde nichts sagen, weil ich könnte euch auch drei Stunden lang die Ohren voll ragen darüber. Weil ich über jede Firma, ich nehme das halt alles mit so, weil ich mich da reinlese, damit ich es weiß. Weil bevor ich mir zum Beispiel mittlerweile ein Star Wars Battlefront kaufe und die Katze im Sack kaufe, fange ich lieber an, mich davor ein bisschen zu bläsen. Weil mir ist mittlerweile, ist es so weit, selbst wenn ich Spiele von der Steuer absetzen kann, bin ich so weit, dass ich sage, nee, hey, sorry, aber dann kann ich auch 60 Euro das Klo runterspülen. Und das wäre sogar noch effektiver, als das von der Steuer abzusetzen. Und an dem Punkt bin ich mittlerweile gelandet, weil wir mittlerweile so weit sind, das liegt natürlich daran, dass dieses Jahr oder generell immer mehr Spiele rauskommen und wahrscheinlich der Kapitalismus immer weitergetrieben wird. Nichtsdestotrotz heißt das noch lange nicht, dass, also ich kann mich mit dieser Naivität da nicht mehr reinsetzen, das geht nicht. Ich kann mich da nicht reinsetzen und Assassin's Creed geil finden, was seit zehn Teilen dasselbe ist. Ich kann mich nicht bei Shadow of War reinsetzen, wo der Publisher sich hinsetzt und versucht, ein Charity-DLC rauszubringen, was nur in 42 Bundesstaaten der US als Charity gilt und in den Rest der Welt wird das in die eigene Tasche gesteckt oder mit dem Wissen rangehen, dass Blizzard 2,2 Milliarden Euro macht, die an eine Steuer vorbeigezogen wird mit Lootboxen, jadi jadi und so weiter. Das geht. Also ich, für mich, in meinem Gewissen, wenn ich mir das angucke, da hört bei mir der Spaß irgendwann einfach auf. Oder wenn ich Nintendo sehe, wie sie immer wieder und immer wieder alles neu rausbringen, heißt nicht, dass das alles schlechte Unternehmen sind. Sie haben genauso ihre guten Spiele, die da rauskommen. Definitiv. Sei es jetzt in South Park bei Ubisoft, sei es darum, dass da Siege rauskommen oder auch bei Nintendo, dass sie Zelda rausbringen und so weiter und so fort. Das soll das nicht heißen. Aber in meinem Kopf funktioniert das nicht mehr so, dass ich das für mich hinnehme. Wo waren wir stehen geblieben? Bei Lootboxen. Ach ja. Lieblingsthema. Also was ich dazu sagen möchte, ist, ich sehe, ich liebe Videospiele. Ich liebe sie, seit ich das erste Mal ein Videospiel gespielt habe. Für mich sind Videospiele Kunst. Und zwar eine Weiterführung von Kunst. Ich kann mit Videospielen etwas tun, was ich mit einem Buch, einem Film oder Musik oder anderen Kunstform nicht tun kann. Ich kann mittendrin sein. Ich kann bestimmen, wie es abläuft. Ich kann den Protagonisten selber steuern. Ich kann es mit irgendeiner anderen Kunstform genauso machen. Ich kann mich rein denken, aber das, was passieren wird, ist schon geschrieben in einem Buch oder ist schon gedreht in einem Film. Es geht nicht mit einem Videospiel. Für mich sind Videospiele Kunst. und deswegen versuche ich oder möchte ich, dass Videospiele auch so angesehen werden von der Gesellschaft. Und das, was EA da zum Beispiel mit Battlefront gemacht hat und Warner Brothers mit Shadow of War, das ist für mich keine Kunst mehr. Das ist Spielzeug, Beschäftigungstherapie. Und das wird nicht helfen, dass in Deutschland zum Beispiel in den nächsten zehn Jahren Videospiele auch den gleichen Stand bekommen wie Filme. und deswegen nervt es mich so. Ich verstehe, dass jemand gerne sein Geld ausgibt dafür, dass er in einem Spiel besser ist und es ja, aber dann ist es eben, dann sollte das nicht mehr als, weiß ich nicht, Spielekunst gelten, sondern als Spielzeug oder so, keine Ahnung. Da muss eine neue Regelung gefunden werden oder ein neues Genre, Sonstiges, wo das reinfällt und ich kann in aller Ruhe hier meine kreativen Spiele spielen, wo die Leute eben, die nicht nur der Gier wegen entstanden sind, sondern aus der Liebe zum Spiel. Ja, das Einzige, was ich halt dazu sagen kann, meine Rolle, die ich halt sehe, sei es jetzt eben als Redakteur, was ich halt eben vorher gemacht habe oder auch, wenn ich hier halt Spiele auf Twitch spiele, es ist nicht meine Rolle darüber zu urteilen, ob ihr es nutzt oder ob ihr es gut findet, es ist lediglich meine Rolle darüber zu informieren, was ihr anhand dieser Informationen daraus letztendlich als Konsequenz zieht. Sprich, kaufen Spiel ja oder nein, kaufen Microtransactions ja oder nein, das ist euch überlassen, das heißt, wenn mich immer jemand fragt, ich sag, ich kann halt meine Meinung dazu sagen, was ich halt an dem Spiel gut und schlecht finde, aber ob das Spiel jetzt was für euch ist, mit den Microtransaktionen oder ohne, ich kann nur informieren, eine Meinung bilden, was ihr daraus macht, das müsst ihr selber machen. Sowieso. Deswegen sitzen wir auch zu viert hier und nicht alleine und haben häufig genug verschiedene Meinungen. Okay. Okay. Das war das letzte, oh nein. Warte kurz. Sali hat gerade gesagt, er hat mich gerade auf einen Punkt aufmerksam gemacht. Ich werde manchmal sehr garstig bei diesen Themen und das weiß jeder, der mich kennt und bei mir im Stream ist. Es gibt hier Leute, die aus anderen Communities kommen und das wahrscheinlich nicht kennen. Ich bin ein sehr, 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 sehr schnell rediger Mensch bei solchen Themen. Ich bin kein Mensch, der das mit Absicht tut und ich schwinge auch manchmal den Verallgemeinungsammer. Ich weiß nicht, dass das gegen euch geht, das sind einfach Dinge, ich rede so, wie mir der Mund gewachsen ist und damit trete ich manchen wahrscheinlich auf einen Schlips da draußen. Das hat nichts mit euch zu tun. Nix. Aber ich sage das so, wie es ist und zwar geradeaus und raus. Wer sich auf einen Schlips getreten fühlt, tut mir leid, aber das bin ich so, wie ich bin. Okay? Das geht, wie gesagt, ich sage es nochmal, nicht gegen euch. Ich habe weder gesagt, dass ihr dumm seid, dass ihr hohe Rüben seid oder was auch immer. Ich nehme einfach nur kein Blatt vom Mund. Wenn ihr erwachsen seid, versteht ihr, was ich meine. Wenn ihr nicht erwachsen seid, dann tut ihr mir leid, dann könnt ihr einfach nicht hier zugucken. Und dann solltet ihr auf keinen Fall irgendeine Polit-Talkshow gucken, weil da würdet ihr dann die Krise bekommen. Also nochmals, nehmt das bitte nicht persönlich. Tu ich auch nicht. Deswegen bin ich hier, genau deswegen, weil ich so bin, wie ich bin. Ich lasse mich nicht über den Mund fahren und ich sage das einfach frei raus. Nichtsdestotrotz, Internet habe ich euch lieb und das weiß jeder, der mein Stream guckt. Sehr gut. In Star Citizen kann man jetzt Lizenzen kaufen für 50 Euro, für die man dann später vier Quadratkilometer Land bekommt. Was? Im Spiel? Ja. Ich bin nicht. Die kann man dann bebauen und drauf wohnen. Und ich darf sonst nicht bauen? Doch, kannst du ja später Land kaufen. Wann? Was? Wenn das Spiel dann raus ist. Und wenn das Spiel raus ist, muss ich für Echtgeld dann kaufen? Du kannst auf jeden Fall jetzt schon Lizenzen kaufen für 50 Euro und dafür kriegst du dann später vier Quadratkilometer Land. Ja, es gibt ja jetzt auch schon ein Aboservice für deine Schiffinsurance, dass du dein Schiff versichern kannst und das kostet ja auch monatlich wie eine MMO-Gebühr zwischen, ich weiß nicht, bis 50, 60 Euro geht das monatlich, ne? Für ein Spiel, was noch nicht draußen ist. Wo es noch nicht mal eine Early Access für gibt. Doch, eine Alpha gibt. Ah. Aber ihr kauft jetzt nicht Land, sondern ihr kriegt das, also ihr kriegt nur das Recht, später Land zu bekommen. Industriell, wohnlich und, und, keine Ahnung, was das dritte war. Habe ich schon wieder vergessen. Kann man es dann nutzen. Keine Ahnung, was sie sich schon wieder denken. Das ist der Next Level. Ja. Ich hätte zuschlagen sollen, Immobilienscout hatte letztens eine Immobilie auf dem Mars drin für, ich glaube, 250.000. Ziemlich coole Wohnungen auf dem Mars. Stimmt. Ich hätte da vielleicht zuschlagen sollen, weil wir das Geld so heute nicht besser investiert kriegen. Denkt man sich heute mit Bitcoins genauso. Hätten wir mal damals bei Bitcoins zugeschlagen. Ja, aber ich habe die Internetgeschwindigkeit geprüft. Da war leider nur Hybrid. Und damit kann ich nicht streamen. Das war dann der Grund, warum ich gesagt habe, ich will die Wohnung nicht. Ja, stimmt. Die Reisen sind auch immer so lang. Der Chat-Delay, überleg mal. Ne, das war alles. Das war es. Also an Gaming-related Stuff. Haben wir auch nur vier Stunden jetzt darüber gequatscht. Ich hätte noch die Twitch-News anzubieten, wenn irgendjemand Interesse daran hätte. Die sind heute aber auch sehr kurz. Da baller ich einfach schnell durch. Da habe ich nur vier Punkte. Da ist nichts Besonderes bei eigentlich. Soll ich? Oder Dizzy, der guckt noch so nachdenklich. Ja, ich habe gerade, darf ich kurz einen Satz aus diesem Artikel zitieren? Weil ich habe mir das gerade mal durchgelesen, was du gerade geschrieben hast, was du gesagt hattest. These claims, licenses are being made available for pledging to help fund Star Citizen Development. Brauchen die noch mehr Geld? Wer nicht? Also, das ist jetzt nur ein Auszug. What? Okay, gut. Ja. Was haltet ihr von Drops in manchen Spielen? Ich habe die ehrlich gesagt noch nicht. Ja, ich. Live erlebt. Ich weiß, die gibt es mittlerweile bei Warframe, glaube ich. Deswegen hat jeder Warframe-Streamer doppelt so viele Chat-Mitglieder wie Viewer, weil sich alle im Chat parken, weil man dadurch Drops irgendwie sammeln kann. Bist du die Frage nicht? Drops ist ein System von Twitch. Wenn der Entwickler das damit irgendwas macht, dann kannst du quasi fürs Zuschauen in Streams Dinge im Spiel verdienen. Unter anderem. Das ist eine Verbindung zwischen, zum Beispiel Lootbox. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich habe Warframe noch nie gespielt. Naja, du kannst fürs Zuschauen, weil du einen Stream schaust und da irgendwelche vielleicht Dinge im Chat machst oder mit dem Streamer interagierst oder so, aber auch nur rein fürs Zuschauen, kannst du dann, wenn du mit deinem Account eingeloggt bist und den Account verbunden hast mit deinem Spiel-Account, kannst du in diesem Spiel dann Dinge verdienen. Verstehst du? Ja. Aha. Welche, was? Welche Spiele unterstützen das schon? Ich meine Warframe zum Beispiel. Achso, du meinst jetzt, achso, okay, das ist noch was anderes. Zuschauer können dir Gegenstände in-game droppen. Achso. Ne, das ist noch was anderes. Das System von Twitch heißt nämlich Twitch Drops und damit verdienst du sozusagen Währung fürs Spiel durchs Zuschauen von Streams oder so. Unter anderem. So richtig viel habe ich da noch nicht gesehen, deswegen kann ich es auch jetzt nicht, ich kann jetzt kein direktes Beispiel nennen. Ich meine, bei Warframe wäre es so. Aber man kann jetzt auch zum Beispiel, wo war das? Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Spiel. Ich habe gelesen, dass in einem Spiel kann man mittlerweile von den Viewern unterstützt werden. im Spiel. Da können dann quasi Viewer einem aus dem Chat heraus oder über Extensions ins Spiel Items schicken. Wie in PUBG zum Beispiel, wenn der Drop halt runterkommt. Also häufiger wird CSGO zum Beispiel hier auch gerade genannt. Ist das bei CSGO auch? Weiß nicht. Aber es gibt ja Spiele, die mit dem Chat verbunden sind. So, weißt du, wie Party Heart oder sowas. Daran denke ich jetzt gerade. Ja, denk lieber an PUBG oder CSGO. Die Gladiatoren. Domina. Das war doch auch mit. Ja, ja, aber das ist ein Spiel, das darauf basiert. Da ist ein Spiel komplett abseits des Chats, wo du dann, wenn du streamst, quasi durch die View unterstützt werden kannst. Mhm. Keine Ahnung. Ja, das neue Hand of Fate. Eines der ersten bekannteren Spiele, wo ich es halt mitbekommen habe, war auf der Xbox Run, Rise of the Tomb Raider. Hatte auch einen Modus, wo du halt quasi dich, du musstest von der Xbox streamen. Das war so die einzige Voraussetzung. Es ging halt nicht, wenn du halt mit OBS oder X-Wid gestreamt hast. Hast du halt über die Xbox-Funktion gestreamt, konnten halt deine Zuschauer in einem Spielmodus eben auch quasi Karten droppen. Dann hatte Lara einen Wasserkopf oder andere Waffen oder was weiß ich. Das war halt eben auch interaktiver. Das gibt es ja schon länger. Mittlerweile haben sie es eben umgebaut, dass es halt eben auch über Streaming-Software funktioniert, nicht nur über die Xbox oder Playstation und eben auch bei manchen Spielen. Dead Nation hat das über Playstation gehabt. Wenn du das live gestreamt hast, konnte man da, ich glaube, da konnte man nur entscheiden, ob da größere oder stärkere Wellen kommen. Nie Heilung und sowas konnte man da auch entscheiden. Also ich kenne das persönlich aus Modded Minecraft noch von früher. Da gab es damals diese Chance-Boxes oder ich weiß nicht, nicht mehr, wie die genau hießen. So ähnlich. Jedes Mal, das konnte man verbinden mit seinem Minecraft-Account, wenn man das gestreamt hat und jemand gesuppt hat, ist genau an der Stelle, an der der Spieler, also der Streamer gerade stand, ist so eine Box gedroppt und die konnte man dann aufmachen und dann sind verschiedene lustige Dinge passiert. Die könnten super schön sein, wie ganz viele Diamanten oder Gold oder sowas. Das konnten aber auch fiese Sachen sein, wie ein Boss, der plötzlich kommt und deine ganze Welt kaputt macht und du dann von neu anfangen musst. Ähm, Chance-Cubes, genau so hießen die. An sowas denke ich. Und das ist irgendwann ausgeartet in, ich habe irgendwann die Streams nicht mehr geguckt, weil im Prinzip haben die nur noch gestreamt, um diese Chance-Cubes zu bekommen, weil dann Leute halt gesuppt haben ohne Ende, damit sie den Streamer ärgern konnten. Und der hat sich dann ganz böse aufgeregt und hat dann wieder eine neue Welt angefangen und dann ging das Ganze von vorne los und es war jetzt nicht so meine Form der Unterhaltung. Und wenn das jetzt zum Beispiel in PUBG oder in Fortnite demnächst auch so geht, dann weiß ich nicht. Würde ich die Spiele gucken, fände ich es nicht so cool, wenn das demnächst auch im Spiel geht. Also, weil das holt aus dem Streamer Seiten raus, die ich persönlich jetzt nicht so als Zuschauer mag. Komm noch mal an, wenn wir das Geld nachher kriegen. Also, sag mal, wenn du jetzt, wenn du, wenn du PUBG beispielsweise, das ist halt die Frage, wer am Ende das Geld kriegt. Naja, es ist ein Sub. Ach, du kannst subben und dann droppt er dir was runter. Zum Beispiel. Das wäre jetzt, das kommt ja, ich habe jetzt so die Idee. PUBG überlegt. Wäre doch, wäre doch eine coole Sache eigentlich. Wenn du es nachher, na gut, es kommt halt wieder darauf an, was du draus machst. Man kann es halt übertreiben, ja, eben. Ja, du kannst dir auch halt Sub schenken lassen von jedem, äh, von jedem x-beliebigen Dr. Disrespect oder, also nicht x-beliebigen Dr. Dis, aber von jedem x-beliebigen großen, äh, und dich darüber freuen. Das kannst du auch machen. Aber so an sich, das System ist doch cool. Ich meine, es werden immer mehr Sachen entwickelt, die du deinen Zuschauern geben kannst, so, mit dem sie irgendwas machen können. ist halt viel Spielerei. Also, schlecht würde ich das gar nicht finden. Nicht von, nicht per se, nie. Aber es ist halt, es ist halt wie, äh, ja, kommt drauf an, was du draus machst. Also, ich meine, du könntest jetzt, es ist halt deine persönliche Microtransaction in deinem Zuschauerspiel. Aber witzig für einen Zuschauer wäre es auf jeden Fall trotzdem. Computerspieler fragt, ähm, was haltet ihr davon, dass es mittlerweile viel leichter ist, Twitch-Partner zu werden als vor ein paar Jahren? Ich finde es sehr gut. Das ist genau die Entwicklung, die Twitch nehmen wird, die YouTube vor Jahren genommen hat. Also, es ist auch nur ausgewählte Twitch-Partner gab, die viele Viewer hatten und es immer, immer klein fragmentierter wurde, bis irgendwann jeder einfach nur noch ein Häkchen ab, glaube ich, 1000 Views oder sowas setzen konnte, dass er sein Zeug halt, ähm, ähm, damit Geld verdienen konnte, monetarisieren konnte. Finde ich in Ordnung. Also, von mir aus, äh, ich streame nicht, um ein lila Häkchen zu haben, um meinen E-Penis zu präsentieren. Auch wenn ich sehr genieße, einen E-Penis zu haben, ähm, streame ich nicht deswegen, sondern ich streame, weil ich Spaß haben möchte mit Chat und und ich freue mich über die Viewer, die da sind und nicht, weil ich Partner bin und mich als was Besseres fühlen kann. Jemand, der sich als was Besseres fühlt, nur weil er Partner ist, der macht, weiß ich nicht, der streamt aus falschen Gründen. Mhm. Ja, ich finde das absolut in Ordnung. Also, ich gönne es jedem Partner und jedem Affiliate, ich habe gar keine Zeit mehr darüber Gedanken zu machen, dass es jetzt so viele Partner sind. Ich meine, selbst ich bin jetzt Partner geworden, vor kurzem. Was? Ja. Oh mein Gott, Slebi, du bist endlich Partner geworden? Übrigens, genau heute vor einem Jahr. Oh. Schätze. Alles Gute zur einjährigen Partnerschaft. Alles Liebe zum einjährigen Slebi. Vielleicht kommen ja heute 1,2,25er rein, deswegen. Ach wohl, das war ja heute. Sonntag oder Montag? Heute. Heute, also am Sonntag. Streamst du morgen? In drei Minuten vorbei. Jetzt hör auf hier, du bringst mich in Verlegenheit. Ach, Lepi. Komm. Ist doch immer schön, wenn andere Streamer für einen Sellout machen, dann muss man selber sich nicht schämen dafür, oder? Ich finde die Devise eigentlich sehr gut. Ich gehe auch immer gern zu Fischi und mache das Sellout für Fischi. Das funktioniert aber ganz gut. Aber Mocker auch. Nach dem Motto, ich kann Chat noch lesen, weil hier keiner subbt, oder? Ja. Zum Beispiel, das ist weniger unangenehm. Also ich finde es nicht schlecht. Es gibt mittlerweile über 700 Deutsche. Über 700 Deutsche, genau. Bis hier am Ende des Tages ist es schwierig, davon zu leben. Und Partner sein ist was Schönes, weil das ist ein schöner Start und von da an kann man aufbauen. Dann hat man sozusagen auf seiner Checkliste vielleicht einen Schritt mehr gemacht. Und von da an kann man dann weitergehen. Und das ist definitiv ein bisschen einfacher als früher und angenehmer. Weil bevor man damals nämlich die Entscheidung getroffen wurde, dass man Partner ist, musste man ein bisschen mehr erreichen. Und bis man das erreicht hat, war es ein bisschen schwer, nebenbei glaube ich noch voll zu arbeiten, um das zu erreichen. Also heute ist es ja generell, der Zuschauerpool hat sich ja generell sehr vergrößert, dass Leute gekommen sind wie Grand Gertz oder Pete's Meat und weiß ich, Holly LP und wie sie nicht alle heißen und viele Leute mit hergebracht haben und auf Twitch sozusagen auch Aufmerksamkeit gekriegt hat in Deutschland. Und das finde ich gut. Das macht die, ist genauso wie die Achievements, nur leider bei mir sind alle Achievements schon voll. Doch, Alle? Alle. Echt? Alle. Aber manche haben doch erst im November angefangen zu zählen, oder nicht? Meine haben erst im November angefangen zu zählen. Also okay, nicht alle, ich brauche noch ein Ticket für die Twitch-Control, das habe ich nicht. Aber den Rest habe ich schon. Okay, cool. Ja gut, ähm, was wollte ich gerade noch sagen? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Egal, kommen wir doch zu den Twitch-News. Irgendjemand hat gefragt, was wir davon halten, dass Porno-Darsteller auf Twitch-Stream. Das finde ich übrigens sehr interessant. Wer, wer, wo? Ja, es gibt ja sogar einen sehr netten Clip von Manuel Ferreira heißt der, und da war glaube ich gerade so eine Dame bei ihm zu Gast, mit der er wahrscheinlich ein Privatvideo gedreht hat, gehe ich mal ganz stark von aus. Wer den Manuel kennt, der weiß auch, dass er solche Videos macht. Auf jeden Fall wollte die blank ziehen auf Stream und er gleich so no 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 aber so richtig süß, also ich fand das echt süß, ja. Andre und, doch, ich schon, ich hab das ja gerade zugegeben von der Sonne, ich kenn mich da aus in dem Genre, aber ich war auch sehr lange Single. Nun gut, auf jeden Fall, was ist daran schlimm, ist doch auch, die sind auch nur normale Menschen, nur weil sie ihren Schneelwutz in eine Snackbar reinstecken, heißt das ja nicht, dass sie scheiß Leute sind. Warum? Sie haben ja auch IRL und das ist ja auch mal interessant, oder nicht? Ja eben. Ich sag's aber wieder so. IRL öffnet die Sparte für den normalen Menschen, der witzige Sachen zu erzählen hat. Ich hab Mia Khalifa beim Kochen zugeguckt. Kann auch nicht jeder sagen. Hätte ich vor fünf Jahren auch noch nicht gedacht. Wem? Mia Khalifa. Wer ist das? Ja, rate mal. Ach so, Pornodarsteller. Okay, cool. Der hab ich in der Küche zugeguckt, wie sie kocht. Ist doch schön. Das verbindet. Warum folge ich den ganzen Pornodarstellern eigentlich nicht? Ich auch nicht. Ich hab das auch nur durch Zufall gesehen. Ich folge ihn auf anderen Seiten. Wer von denn? Die kann kochen. Aber sie hat ihre, ähm, ihre, ihre, ähm, naja, andere Tätigkeit ja an den Nagel gehangen. Muss man so zu sagen. Nö, pff. Ich hab nichts gegen Brüste. Nie, nie gehabt. Brüste werden mir nicht die Viewer klauen. Oh, können wir das fast wieder auch nicht aufmachen. Das ist auch so nö. Ich glaub, ich bin heute sehr sensibel. Was? Brüste klauen dir nicht die Viewer? Nee. Ja. Yoga-Streamer, die aus Versehen sich bücken und an ihre tolle Wand hinten steigen. Klauen, wie ich's hab. Alter, ich, ich verpass irgendwie alles. Was ist los mit dir? Ja, ich weiß nicht. Du schreibst doch schon seit, das gibt's doch schon seit Jahrhunderten. Früher waren sie in League, jetzt sind sie in ARL. Jetzt müssen sie kein Spiel mehr einblenden dafür. Ich muss da ein bisschen mehr rumkammeln. Das ist richtig krass. Das war vor einer Woche oder zwei, war das ein richtig großes Thema. Echt? Ja. Da wurde schon wieder übelstes Fass aufgemacht. Versteh ich zwar nicht, weil es schon seitdem's Twitch und Justin gibt, gibt's das schon. Und es wird halt regelmäßig wieder eröffnet, weil, ich weiß es nicht, ich möchte jetzt damit keinen kränken, aber vielleicht so das angekratzte Ego von einigen, was da durchkommt oder so. I don't know. Weiß es nicht. Meistens dann von Leuten, die eigentlich nicht zu beklagen hätten. Die sagen, ich kann's gut gehen. Spiel nicht Zendoblade. Da sieht man übrigens auch übertrieben große Brüste. Das ist kein Spiel für Erwachsene. Nun. Nun. Apropos Pornostars. Coca-Cola und Twitch zusammen haben jetzt zum Welt-Aids-Tag eine Aktion gestartet. Mit der man als Streamer Leute verweisen soll zu einer Spendenseite und dort können die Leute dann hinsenden und Geld spenden gegen Aids. Also für Organisationen, die sich halt gegen Aids organisieren. Red heißt das. Die Mobile-App zum Beispiel hat auch ihr Logo geändert und hat jetzt ein rotes Logo bis zum, ich glaube, 9.12. Ja, warte, soll ich, muss auch kurz mal checken. In der, in der, im Store zumindest, wenn ihr da jetzt nachguckt. Ach so, im Store. Also nicht YouTube Red, sondern Twitch Red. Twitch Red, genau. Zusammen mit Coca-Cola. Wo? Was? Im Store. Im Play Store. Du hast ja, du hast ja ein Android. Müsstest im Play Store gucken. Ach so, wenn ich es mir das erste Mal runterlade, meinst du? Oder wenn du es aktualisierst. Ich glaube, es müsste dann auch ein rotes Logo haben. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich aktualisiere meine Apps schon seit Ewigkeit nicht. Nervt nur. Genau, dann wurden Justin TV Namen freigegeben aus der Zeit eben von Justin TV. Die konnte man ja die ganze Zeit nicht benutzen. Jetzt wieder. Manche haben da mit Schabernack getrieben und haben ihren Namen, mit dem sie jeder kennt, geändert zu Cute. Cutey? Nee, Cute. Einfach nur Cute, ja, stimmt, Cute. Cute. Steve heißt jetzt Cute zum Beispiel. Habe ich dir auch erst mal so überlegt, wer ist er denn? Ja, ich auch. Warum ist der Mod bei mir? Und dann gucke ich da so drauf, also was? Weil ich so cute bin, ja genau, weil du so cute bist. Ist doch nicht dein Ernst, oder? Doch. Das ist toll. Ja, genau. Kann man jetzt mittlerweile auch, also kann jeder machen. Erst war es ein Monat, glaube ich, da haben die Partner eine geheime Mail bekommen, dass sie es schon mal machen können und seit ein paar Tagen kann es jeder machen. Das heißt, wenn ihr einen Namen aus vier Buchstaben haben wolltet, der die ganze Zeit belegt war, guckt mal nach, vielleicht gibt es den ja, also könnte es sein, dass Nils zum Beispiel frei ist oder so. Oh, ich kann das HC endlich wegmachen? Guck mal. Jetzt wurde es gut. Also jetzt, ja, jetzt könnte es theoretisch schon wieder zu spät sein. Jetzt hast du es im Stream gesagt. Das habe ich extra gemacht, damit ich das nicht tue. Slap gab es nicht mehr. Slap war trotzdem beliebt. Biologie. Ja, ja. Ich habe überlegt, aber ich bin auch als Firma mit Salista Belladonna eingetragen und dann lasse ich das Belladonna, wobei das nur so lang ist, sehr lang und zum bisschen kürzer, aber jetzt ist es okay. Ich habe da nicht eine Sekunde darüber nachgedacht. Name, fertig, Ende. Wird nicht geändert. Ich auch nicht. Ich hoffe, der Penner, der seit zehn Jahren Slapstick mit einem Tweet seit zehn Jahren belegt auf Twitch, löscht sich hoffentlich bald. Dass ich nicht mehr Slapstickare heißen muss. Ach, Mensch. Ein Tweet. Welche habe ich kurz überlegt? 2009, glaube ich. Du kannst doch da Twitter anschreiben. Habe ich. Hast du? Ja. Und? Seitdem ist der bestimmt verified. Ja. Habe ich bis heute keine Antwort bekommen. Ich habe den Namen geschrieben. Das ist natürlich der Hof. Ja. Ach, Slapstickare. HC-Dizzy ist halt auch nicht das Coolste. Man arrangiert sich damit. Ja. Man lernt damit, man lernt damit zu leben. Das ist wie Lootboxen. Irgendwann, wie ist das immer? Erst Hassmann ist, irgendwann... Das ist einem gleichgültig. Das ist einem gleichgültig. Irgendwann ist es einem gleichgültig. Dann kommt die Akzeptanz und dann ist es okay. Du musst einfach die gleichgültige Phase erreichen. Und dann kommt die Akzeptanz, Laby. Was heißt eigentlich das HC? Hardcore. Ich weiß es. Hallodri-Channel heißt das. Hallodri-Channel. Hallodri. Ich will meinen Namen nicht ändern, Leute. Wie sieht denn das aus? Dann muss ich das ja überall ändern. Ja. Das stimmt. Aber in der Tat steht... In der Tat steht es wirklich für Hardcore, ja. Hardcore. Genau an das Lied habe ich auch gerade gedacht. Das ist es nicht. Ich war 13. Ich war 13. Wann warst du 13? Als das Lied, glaube ich, gerade auf Ronnys Popshow 13 rauskam. Und ich dachte immer, das ist irgendwie ein Witz für ACDC, nur irgendwie anders geschrieben, den ich nicht so ganz verstehe. ACDC? Ja, tatsächlich. Aber gut. Man lernt nie aus. Nenn dich um in ACDC. Es gibt neue Profilbilder. Also neue Standard-Profilbilder. Mehrere mittlerweile. Nicht mehr diesen Stern, diesen schwarzen. wo es tatsächlich Leute gab, die sich beschwert haben, dass ihr schöner Stern weg ist. Sondern es sind jetzt kleine, süße Bits mit Augen und Händen und Füßen. Keine Ahnung. Ich finde die jetzt nicht so schön, aber keine Ahnung. Ja, und die Größe von Profilbildern kann jetzt 10 MB groß sein, statt 3. Also da merkt man schon, wie viele Twitch-News es gab diese Woche. Wenn ich das schon sage. Also, alles in allem war der Plankenschlag recht rund heute. Sehr informativ. Ja. Vorhin hatte ich noch gute Laune. Jetzt mag ich Slathe und Slabby erstmal nicht mehr für zwei Wochen. Geht schon mal fest. Ey, ohne Scheiß, das Ding ist halt, ich muss gestehen, zu meiner, äh, ich habe leider mich heute nicht vorbereitet. Ich war irgendwo verschwunden in Tarkov. Als ich vorhin die Liste aufgemacht habe, habe ich nur so innerlich gedacht, uh, das wird ein sehr ruhiger Abend für dich. Also Slabby, rufst du nächste Woche an, dass nächsten Monat bitte mal vernünftige Spiele kommen, ja? Weil. Nee, es geht ja nicht darum, dass es vernünftige Spiele sind. Es sind einfach nur diese, diese Themen, so. Aber ich, wie gesagt, ich reg mich gar nicht mehr darüber auf. War nur ein Fauxpas heute. Die Spezi sprach aus mir. Ich fand ihn sehr gut. Ich habe meine Meinung gesagt. Von Ups und Downs, Nintendo ist toll. Assassin's Creed Origins, unglaublich. 11 out of 10 Game. Okay, ich lasse es jetzt. Danke. Lasse es jetzt. Aber Nintendo Classic würde ich mir trotzdem kaufen für 99 Euro. Ja, mach ich nicht. Nee, will ich auch nicht. Ich will lieber eine Raspberry Pi und mach das da drauf. Okay. Nee, jetzt ist wirklich Schluss. Man muss doch mal aufhören, ne? Danke. Man muss wissen, wann Schluss ist. Content Creator der Woche. Ja. Meine Damen und Herren. Sali hat heute so wenig gesagt, Sali, da war es mal. Oder? Oh, ich bin tiefenentspannt. Ladies, du hast. Mein Content Creator der Woche ist Kenplay. Ich hatte ihn schon einmal. Das klingt auch seltsam. Ich hatte ihn schon einmal. Nur einmal? Den hat doch jeder mindestens dreimal schon gehabt. Wow. Ich war sparsam. Kane ist ein wundervoller Streamer. Seine Community ist das Rudel. Er ist sehr, sehr kreativ. Alles in seinem Stream hat er selbst gezeichnet. Er zeichnet Emotes. Er zeichnet Bilder. Er ist wirklich ein wundervoller Mensch. Schaut bei Kane rein. Kane ist super. Ja, da gebe ich meinen Daumen drauf. Ich habe ihn schon mehrfach persönlich getroffen. Und gucke ihn auch manchmal. Sehr, sehr angenehmer Mensch. Einer von den Guten. Als nächstes auf meiner Liste steht der von dir, Sli. Von mir. Prinzessin. Was? Nee, nicht Prinzessin. Außer ich darf Serium TV Prinzessin nennen. Aber ich glaube, er nennt sich eher die Hutpiraten. Beziehungsweise seine Zuschauer. Ja, Serium TV, wer ihr nicht kennt, für die meisten dürfte er anfangen morgens, wenn die Leute aufstehen. Für mich ist es wieder eher ein zu Bett gehen Stream, wo man ihn dann gucken kann. Variety Streamer spielt alles mögliche. Auch ab und zu mal PUBG dabei. Relativ gut oder sehr gut in Jump'n'Runs wie Super Mario Cuphead. Wo er 150 Prozent macht, wo ich das Ding schon aus dem Fenster geschmissen hätte und explodiert wäre. Macht er noch chillig irgendwie Chat-Interaktionen am Morgen mit viel Kaffee. Immer guter Laune und einen Hut auf. Wer nicht kennt, Serium TV. Einfach mal vorbeischauen. Daumen hoch. Yep. Von mir auch. Piraten-Konkurrent. Dizzi? Darf ich, ja? Ja. Nun. Wo soll ich anfangen? Kojan, Escape from Tarkov. Guter Spieler, kann man gucken. Deutsch. Schreit nicht rum. Genießt das Spiel. Hat was drauf. Viel Spaß. Ich fass mich kurz. Ich hab die ganze Woche so viel, äh, ich hab die Woche so viel über Tarkov geredet, dass ich jetzt die Leute, die nicht unbedingt so viel Tarkov gucken, nicht noch damit belästigen möchte. Also, ähm, es wäre Kojan bei mir. Ist wirklich ein super Typ. Ist auch schon ein bisschen älter, glaube ich. Also ist so ein weiser, weiser Mensch. Wollt ihr nicht eure Links nochmal reinposten für die Leute? Dass ihr nochmal reingucken könnt? Macht doch sonst immer der Slabby. Für alle. Macht doch sonst immer der Slabby. Nee, das mach ich nicht. Nein, das machst du nicht. Dann mach ich das. Ich mach das. Ich mach das. Ich mach das, weil ich hab die Links gerade nicht hier. Natürlich. Ich, äh, hatte eigentlich wen anderes, aber die Sally hat mich gezwungen, unbedingt diesen Content Creator heute zu nennen. Nein, hat sie nicht. Du wolltest auch Kane, wollte sie? Hat sie nicht. Sie meinte, nein, bloß nicht. Aber ich hab gesagt, doch. Denn es gibt einfach keinen anderen Content Creator auf Twitch momentan, an den ich mehr denke, als Stefan. Wow. Stefan ist nämlich klasse. Und Stefan hat jetzt angefangen zu streamen. Und Stefan kocht in Stefans Kitchen. Mit Unterstrich. Und ich finde, diese letzten beiden Streams, die ich gesehen habe bei ihm, war mitunter eine der lustigsten Sachen, die ich jemals erlebt habe auf dieser Plattform. Es sieht nicht lecker aus, was er da macht. Noch nicht. Aber es muss unfassbar gut schmecken, wenn man Sally glauben kann. Ach ja, und er ist, äh, Sally ist Ehemann. Daher der Joke, für alle, die es nicht verstehen. Aber ja, er hat angefangen zu streamen und ist direkt sehr erfolgreich dabei. Und ich möchte, ich wünsche ihm noch viel mehr Erfolg, weil er ist einfach unfassbar sympathisch, witzig, gut, quadratisch und praktisch. Stefan hat schon mehr Shoutouts als Sally in den letzten drei Jahren gekriegt. In diesem Plankenschnack? Ja. Nein, das stimmt nicht. Als Sally noch nicht im festen Team war, haben wir sie mittlerweile, mit Sicherheit sehr häufig auch genannt. Sally? Ja? Da Stefan sein Lob heute gekriegt hat, möchte ich jetzt hier auch endlich meins aussprechen. Du bist toll. Das meine ich jetzt wirklich ernst ohne Erodie, ja? Weil ich möchte, weil du hast mich letztens gelobt, ich möchte dich jetzt auch loben, okay? Weil ich habe heute, ich war so böse, also lass mich zum ersten Advent wenigstens kommen. Du hast mich nur doof genannt. Aber vom Herzen her, das ist kein Problem, in der Diskussion ist das in Ordnung. Du weißt, ich bin erwachsen. Ich war noch gar nicht fertig, ich wollte jetzt echt eine lange Rede schwingen. Na dann, schwingen. Nee, jetzt hast du mich gestört. Ich warte. Nein, Spaß beiseite, jetzt mal ohne Witz. Ich habe, das geht auch an Slappy, obwohl ich mit Slappy ja immer so meine Differenzen habe, sowohl on-stream als auch off-stream, also regelmäßig, können wir uns das immer noch sagen. Was ich aber unglaublich cool finde, und das könnt ihr schon mal erwarten, weil das wird nämlich jetzt auch gleichzeitig noch mein Schlusswort. Slappy und Sali haben den Plankenschnack, Slappy ja nun mittlerweile auch, der ist ja erst der kurze, beweist sich ja gerade, aber Slappy geht auch an dich, das ist großartig, was die letzten, ich glaube drei, wir sind im dritten Spoiler-Alert mittlerweile, oder? Slappy muss man dazu sagen, mit Slappy zusammen die redaktionelle Aufarbeitung, und ja, ich meine, heute hatten sie beide mal einen Fehltritt, kann man nicht sagen, aber ich kann halt auch nicht immer im Rampenlicht stehen, davon mal abgesehen. Nein, aber Spaß beiseite, Slappy und Sali haben die letzten zwei Jahre unglaublich aufgedreht, und sind zu sich selber gekommen und fahren ein Tempo, was sich hoffentlich irgendwann mal bezahlt macht. Sali ein bisschen mehr als Slappy, und das meine ich nicht böse, das weißt du, Slappy, aber die beiden fahren ein unglaublich hohes Tempo, um irgendwas in ihrem Leben hier auf Twitch geschissen zu kriegen, und das ist echt Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn, wenn ihr wüsstet, was die beiden noch hinter der Kamera machen. Das wäre gelogen, wenn ich sagen würde, es ist wenig, sie sitzen nur und machen nichts. Zocken W.O.W. oder so, wer macht denn sowas? W.O.W. und machen nichts, ja. Und ich finde das sehr beeindruckend, weil ich habe beide damals, als sie noch so klein waren, habe ich sie damals gefunden und hierher geholt, mit den Piraten zusammen, und sie haben wirklich richtig Gas gegeben. Und im Grunde genommen, und das sage ich euch jetzt offiziell vor der Kamera, ich sitze hier eigentlich nur noch und bin nur noch das Gesicht für den Plankenschnack. Eigentlich ist das Sali und Slappy, die das machen. Ich sage nur ja und nein, mehr nicht. Also könnt ihr euch eigentlich dafür bedanken, dass es den Plankenschnack gibt, seit 55 Ausgaben bei Slappy und Sali, denn ich mache hier nicht mehr wirklich sehr viel. Und das Lob muss mal ausgesprochen werden, da heute der erste Advent ist und auch mal ein bisschen Liebe verteilt werden muss. Und Slash, vielen lieben Dank, dass du ein Spoiler Alert mit reingekommen bist, weil das läuft nämlich auch allererste Sahne und da muss man auch nicht viel machen, außer gucken und absegnen. Dankeschön, Dankeschön. Also, lasst euch lieben vom Chat und ich meine das wirklich ernst, zieht durch und mal gucken, wie lange wir noch zusammen fahren können. Und schön, dass es euch immer noch gibt, nach so langer Zeit. Dankeschön. So erfolgreich auch. Würde ich das persönlich nehmen, was wir uns an den Kopf schmeißen, teilweise, dann wäre ich halt auch nicht mehr hier. So ist es ja auch nicht. Ich diskutiere ja auch gerne. Wir sind ja erwachsene Menschen. Ich weiß nicht, warum wir das nach 54, 55 Teilen immer noch sagen, aber die Stimmung ist nicht gedrückt, wenn wir hier diskutieren, sondern die ist immer so. Wir diskutieren halt und schimpfen. Nennt ich es immer so. Schimpfen aufeinander. Ja. Wir sind halt auch alle sind da. Ja, eben. Wir haben früher noch viel mehr aufeinander geschimpft. Also, solange das hier alles mit Respekt abläuft, ist das auch, finde ich, in Ordnung. Und mir macht es ja auch Spaß. Von daher bedanke ich mich auch, natürlich bei Slash, für heute, bei den anderen beiden, für die letzten 54 Male. Und euch. Garak nicht zu vergessen. Garak auch, natürlich. Garak hat ja auch noch den Stein mitgerollt. Richtig. Beste Grüße an dich, Udi. Da ist er noch nicht. Nee, ich meine so, beste Grüße nach oben im Sinne von nach Schleswig. Hey, wehe, das schickt an der Garak. Scheiße, das kam wirklich falsch rüber. Tut mir leid, das wollte ich so nicht. Ich wollte einfach so in den Norden grüßen, nach oben sozusagen. Oh Mann, kacke. Sorry. Sorry. Sehr gut. Nee, Garak lebt noch. Bist du fertig? Nein. Nein, Garak lebt noch. Garak lebt noch. Garak ist da. Er wohnt noch schließlich. Topfit. Topfit. Alles gut. Ich wollte dieses Jahr mit ihm angeln gehen. Er meinte, er fliegt halt mit dem Simulator da oben gerade wahrscheinlich über. Nein, Garak lebt. Ist alles gut, Leute. Alles gut. Und streamt auch noch. Garak, Durak. Check den aus. Nee, danke. Und danke für den schönen Plankenschnack. Und wir sehen uns in zwei Wochen. Haben wir einen Gast? Wir haben einen Gast, ne? Wir können den auch schon mal ankündigen, glaube ich, oder? Das überlasse ich. Oder wollen wir den Leuten sagen, sie sollen lieber auf Twitter gucken, atplankenschnack.de? Nee, atplankenschnack ist das ja. Wissen wir nicht, atplankenschnack? Atplankenschnack. Atplankenschnack könnt ihr, glaube ich, den Gast sehen. Ich glaube, wir werden das morgen dann releasen, oder? Meinst du, wir sollen jetzt mit einem... Ja, okay. Okay. Dann sagen wir heute Cliffhanger. Morgen bei Twitter, Freunde der Sonne. Könnt ihr den Gast für nächste Woche... Für in zwei Wochen. Wir haben ja jetzt unsere Dings auch wieder in zwei Wochen. In zwei Wochen. Ja. Wird interessant. Oh, ja. atplankenschnack. Habe ich schon gefolgt heute? Live im Stream. Echt? Guck mal nach. Vielleicht können wir den noch eins machen, Alter. Am Anfang vom Stream... Reinposten? Ich weiß nicht. Vielleicht findet der ein oder andere das ja gar nicht. Ich meine, wir sind ja hier... Es ist ja mit Service verbunden, die ganze Sache, ne? Bitte. Wie hast du das vorhin genannt? Fanservice war das, ne? Fanservice, genau. Fanservice. Fanservice. Muss ich jetzt Brüste posten? Dafür bin ich zuständig. Na, stimmt. Ich sag Dankeschön für den Mankenschnack heute. Danke, ist sehr schön. Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Danke, dass es euch gibt. Einen schönen ersten Advent. Hab euch lieb. Hab nichts mehr zu sagen. So, bist du dran, Slash. Ja, Schlusswort, oder was? Verdammt. Ja, danke für die Einladung zum dritten Mal. War wieder schön, über Spiele zu reden. Nächstes Mal bemühen sich Slebi und ich, dass die Industrie vielleicht ein paar bessere Spiele macht. Wobei der Januar könnte kritisch werden. Vielleicht der Februar auch noch. Naja, mal schauen. Vielleicht gibt es doch keine besseren Spiele. Dann hat man zumindest weiterhin Spaß, über komische Themen zu reden. Wir sind halt eben diskussionswürdig. Dann muss man auch mal drüber sprechen. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen ersten Advent. Kommt dann gut ins Bett. In 14 Tagen gibt es einen Überraschungsgast. Folgt auf Twitter. Dann wird er angekündigt. Und wir sehen uns dann spätestens irgendwann Richtung Januar. Wahrscheinlich zu den nächsten Lootboxen, Ausblicken, DLCs, Dingern oder Gamesvorschau. Dankeschön für die Einladung, Mann. Warte mal, wir sehen uns doch. Warte mal, warte mal, Slash. Du bist doch, wir haben am 7. sehen wir uns. Januar. Am 7. sehen wir uns, ja. Im No-Jahr, Mann. Ja, genau. Sehr gut. Ey, wehe, ich sag dir, ganz ehrlich, Slash, und das ist jetzt hier, wehe, du rufst Herr Industrie nicht an und sagst ihm, ich will weniger DLCs haben und weniger Early Access. Oh, Mann. Du hast mir das versprochen, live on Stream. Und was der Film sagt, stimmt. Mal gucken, vielleicht kriegen wir noch das ein oder andere Spiel im Januar raus. Mochte er Ni No Kuni? Wer? Ja. Dizzy? Nee, der ist kein Weep. Verdammt. Verdammt. Nee, aber das ist, äh, ich bin da ein sehr schwieriger, also ich, ich weiß das auch sehr, ich bin da ein sehr schwieriger Gesprächspartner für. Ich habe meine Seele verkauft. Aber bis nächstes Jahr habe ich das abgelegt. Ich werde, ich werde Baldrian-Tee trinken vorher und dann sitze ich mir, ja, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, die Sache. Also, Mindsweeper emotional berührt mich das schon, wenn die Bombe explodiert und sie mit der anderen zusammen entfällt. Nein. Tschüss. Können wir jetzt winken, bitte? Ja, wir winken. Bis dann. Tschüss. Entklang und schnackt bei Twitter. Du, du, du. Fanservice, habe ich gehört. Schade, warte, 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 warte. Fanservice. Wo ist das hin? Nein. Mein Name ist Lam. Du was? Fanservice. Fanservice. Haben wir es jetzt. Haben wir es jetzt. Hand outcomes. Tschüss. Wie ist das nicht?